Das war mein Chef, Mr. Babcock. Mortimer nickte, als er Sam das Sagen hörte. Er hatte sich so etwas bereits gedacht. Gebt er den Eltern Bescheid? Ja, vermutlich ruft er sie in dieser Sekunde an, antwortete sie und platzte heraus. Aber er hat mich auch gebeten, noch zu bleiben und darauf zu achten, dass die … Sie zögerte und sah zu Constable Mack. Dann fuhr sie fort, dass alles seinen Gang geht, bis die Lettimers eintreffen oder bis er herkommen kann. Ich habe mich damit einverstanden erklärt. Ja, natürlich, murmelte Mortimer, der gar nichts anderes von ihr erwartet hatte. Wenn Sie bleiben, meldete sich der Constable zu Wort, dann kann ich für Sie im Dominion nachfragen, ob Sie ein Zimmer frei haben. Das ist unser Hotel hier in Menden. Es befindet sich an der Main Street. Oh, vielen Dank, erwiderte Sam und lächelte ihn überrascht an. Offenbar hatte sie nach dem Auftritt von Sergeant Belmond nicht damit gerechnet, so zuvorkommend behandelt zu werden. Mortimer bezweifelte allerdings, dass sie auch noch so angenehm überrascht gewesen wäre, wenn sie wüsste, welche Rolle sie vor ein paar Minuten in der Fantasie dieses Mannes gespielt hatte. Er wollte dem Polizisten gerade einen finsteren Blick zuwerfen, da fügte Sam hinzu, aber Mr. Babcock hat mich gebeten, in einem der Gäste Cottages der Lettimers zu bleiben. Eben wollte sich Mortimer wieder beruhigen, da die Hilfsbereitschaft des Constables nun doch nicht benötigt wurde, als Sam auf einmal erklärte, aber Sie könnten mich ja vielleicht zum Cottage der Lettimers fahren, wenn wir hier fertig sind. Prompt setzte Mortimer wieder eine finstere Mine auf. Du brauchst niemanden, der dich fährt. Ich bin schließlich auch noch da. Ich werde dich hinbringen. Oh. Sam sah ihn unsicher an. Ich dachte, du wolltest lieber gleich zurück zu eurem Cottage fahren, anstatt hier zu warten. Umso später kannst du dich doch erst auf den Weg machen. Ein Moment lang schwieg er und dachte über die Situation nach. Tatsache war, dass er unter anderen Umständen sehr wohl den Drang verspürt hätte, zu Decker und Bricker zurückzukehren und mit ihnen zusammen Jagd auf den Abtrünnigen zu machen. Aber das Verschwinden dieser jungen Frau ließ ihn nicht drohen. Zwar sprachen die Details dafür, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen war. Ihn irritierte jedoch vor allem, dass es keine Hinweise auf einen Kampf gab und dass die Haustür offen gestanden hatte. Für Sam und andere Unsterbliche mochte das nur etwas Ungewöhnliches sein. Aber so etwas hatte er auf der Jagd nach Abtrünnigen und Sterblichen oft zu sehen bekommen. Seine Art konnte sich in den Verstand eines Sterblichen einschleichen und ihn ganz ohne Mühe dazu veranlassen, aus dem Haus zu gehen und alles zu tun, was ein Unsterblicher von ihm verlangte. Das Problem war allerdings, dass sie bislang davon ausgegangen waren, ihr Abtrünniger würde durch die Gegend ziehen und Einheimische beißen. Das war zwar verboten, aber solange derjenige keinen bleibenden Schaden anrichtete, mussten sie nur die jeweiligen Umstände herausfinden und ihn an den Rat übergeben, der dann alles Weitere veranlassen würde. Niemand war bis jetzt davon ausgegangen, dass sie es mit einer verrückten oder gefährlichen Person zu tun haben könnten. Es gab da eine Sache, in die sie nur ungern sterbliche Freunde oder auch die Jüngeren ihrer eigenen Art einweihten. Aber Fakt war, dass manche Ältere und Sterbliche irgendwann genug hatten von kaltem Blut in Plastikbeuteln und sich nach der guten alten Zeit zurücksehnten, als man noch Jagd auf sterbliche Beute machte. Wurden sie auf frischer Tat ertappt, erklärten sie sich üblicherweise bereit, wieder zu Blutkonserven zurückzukehren oder sie beschlossen, nach Europa auszuwandern, wo man nicht ganz so streng war, wenn Sterbliche gebissen wurden. Einen Vertreter dieser Gruppe hatte Mortimer hier vorzufinden erwartet. Einen einsamen alten Unsterblichen, der keine Blutbeutel mehr sehen konnte und der dem intimen Kontakt beim Beißen den Vorzug gab. Doch durch Kathy Lettimers auffälliges Verschwinden war eine ganz neue Situation entstanden. Das Fehlen jeglicher Kampfsporen war ein deutlicher Hinweis auf die Beteiligung eines Unsterblichen. Und wenn es sich dabei um ihren Abtrünnigen handelte, dann war das für ihre Art gar nicht gut. Mortimer fürchtete, dass Kathys blutleerer Körper längst irgendwo im Wald lag und darauf wartete, von den Sterblichen entdeckt zu werden. Seine eigene Familie war fast vollständig von Vampirjägern ausgelöscht worden, nachdem Stoker mit der Veröffentlichung seines verdammten Buches eine wahre Hysterie ausgelöst hatte. Wenn jetzt eine junge Frau gefunden wurde, die keinen Tropfen Blut mehr in den Adern hatte und die als einzige Verletzung nur zwei Einstiche am Hals aufwies, dann konnte das Leicht die gleiche Hysterie auslösen und ihre Art wieder zum Ziel des mordenden Mobs machen. Er war Jäger geworden, um gerade solche Entwicklungen zu verhindern. Kathy Lettimers musste gefunden werden. Wenn sie noch lebte und er alle Zeichen lediglich falsch gedeutet hatte, war alles halb so wild. Aber wenn sie tot war und ein Unsterblicher sie auf dem Gewissen hatte, wie er es befürchtete, musste die Leiche verbrannt werden, damit bei einer Autopsie niemand auf das fehlende Blut aufmerksam wurde. Er musste mit Decker und Ricker darüber reden. Er selbst würde wohl besser hier in der Gegend bleiben und Sam bei der Suche behilflich sein oder behindern, falls nötig. Findest du allein zurück nach Magnetowon? fragte Sam und holte ihn aus seinen Gedanken. Ja, natürlich, antwortete er gereizt. Es ist wirklich kein Problem, wenn ich sie zu den Lettimers fahre, sobald wir hier mit der Anzeige fertig sind, warf der hilfsbereite Constable Mack ein. Falls Belmond damit nicht einverstanden sein sollte, meine Schicht ist in einer Stunde zu Ende, dann fahre ich sie eben in meiner Freizeit hin. Wieder bedachte Mortimer den jungen Mann mit einem vernichtenden Blick. Natürlich würde es dem Kerl nichts ausmachen, Sam in seiner Freizeit durch die Gegend zu fahren. Aber so weit würde er es gar nicht erst kommen lassen. Ich fahre sie, erklärte er entschieden. Fangen Sie lieber an, die Daten aufzunehmen. Es dauerte viel länger als erwartet, alle Formulare auszufüllen, was wohl auch dem Umstand zu verdanken war, dass dieser Mack äußerst bedächtig vorging, damit er so lange wie möglich Sams Gesellschaft genießen konnte. Bestimmt hoffte er darauf, dass es Mortimer irgendwann zu bunt wurde und er sich auf den Weg nach Magnetowarne machte. Sein Verdacht bestätigte sich, als sich Constable Mack nach einiger Zeit dafür entschuldigte, dass es so viel Zeit in Anspruch nahm, und er noch einmal betonte, er werde Sam selbstverständlich zu den Lettimers fahren, falls Mortimer doch schon aufbrechen wolle. Der reagierte mit einem abfälligen Schnauben, das Sam stutzen ließ und dem Constable deutlich machte, was Mortimer von dem Vorschlag hielt. Offenbar begriff Mack, dass er Sam nicht für sich allein haben würde, denn auf einmal ging ihm der Papierkram viel leichter von der Hand. Während Sam verschiedene Formulare unterzeichnete, verließ Mortimer die Polizeistation, um Decker anzurufen. Es war fast neun Uhr, und noch immer war es draußen hell. Aber es handelte sich um das graue Licht der Abenddämmerung. Trotzdem wunderte es ihn nicht, dass Decker sich sofort meldete. Sicher warteten die Männer auf eine Rückmeldung von ihm, überlegte er, als er Deckers Stimme erkannte. »Ist Bricker da?«, fragte er ohne Vorrede. »Ja? Willst du mit ihm reden?«, erwiderte Decker überrascht. »Nein, doch. Ich will mit euch beiden gleichzeitig reden«, stellte Mortimer klar. »Wenn Bricker nicht im Zimmer ist, ruf ihn zu dir und schalt mich auf Lautsprecher.« »Er ist hier«, sagte Decker. Ein Klicken ertönte. Dann fragte er. »Hörst du mich?« »Ja«, versicherte Mortimer ihm. »Hey, Mort, wie läuft's? Lässt Sam dich ran, oder zieht sie sich?«, zog Bricker ihn auf. »Bricker«, brummte er. »Ja?«, fragte der Jüngere Unsterbliche. Sein Tonfall ließ erkennen, dass er breit grinste. »Ich werde mir das merken und es dir heimzahlen, wenn du deiner Lebensgefährtin begegnest«, versprach Mortimer ihm mit honigsüßer Stimme. »Ich glaube, jetzt ist er sauer, Bricker«, warf Decker amüsiert ein. Mortimer schüttelte den Kopf und ging in aller Eile durch, was er und Sam im Cottage der Lettimers vorgefunden hatten. Als er fertig war, folgte zunächst ein langes Schweigen, bis Decker sagte, »Du denkst also, es ist unser Abtrünniger, der sich jetzt nicht mehr damit begnügt, seine Opfer zu beißen?« »Was?«, warf Bricker ein. »Wie kommst du denn auf die Idee?« »Ja, okay, die Umstände sprechen dafür, dass ein Unsterblicher seine Finger im Spiel hat. Aber das Cottage in Minden ist zwei Autostunden von hier entfernt. Meinst du etwa, wir haben es mit mehr als einem Unsterblichen in der Gegend zu tun?«, Mortimer stutzte. Der Gedanke war ihm gar nicht gekommen. Zwei Autostunden waren auch für einen Unsterblichen eine beträchtliche Strecke. Vielleicht war er von seinem Wunsch beeinflusst gewesen, bei Sam bleiben zu können, und deshalb hatte er sich ein Szenario zurechtgelegt, das ihm einen Vorwand gab. »Es wurden ja nicht nur hier in Magnetoworn gebissene gesichtet«, unterbrach Decker seinen Gedankengang. »Es gab auch Meldungen aus Huntsville, Bracebridge und Gravenhurst.« »So weit ist Minden da auch nicht entfernt?« Angesichts dieser Neuigkeit zog Mortimer erstaunt die Brauen hoch. »Ich wusste gar nicht, dass außerhalb von Magnetoworn auch Stabliche gebissen wurden.« Decker lachte kurz auf. »Tan lässt Onkel Lucien wohl allmählich nach. Allerdings hat er ja auch mit den Hochzeitsplänen und mit Lee im Moment genug um die Ohren, weshalb er vielleicht nicht ganz so auf die Arbeit konzentriert ist.« Unwillkürlich musste Mortimer lächeln, als der andere Unstabliche den Ratsvorsitzenden und dessen Lebensgefährtin Lee erwähnte. Er und Bricker waren dabei gewesen, als die beiden sich das erste Mal begegnet waren. Da hatte keiner von ihnen geahnt, dass aus den beiden einmal Lebensgefährten werden sollten. Aber zu dem Zeitpunkt war sie ja auch bewusstlos gewesen. Bei der zweiten Begegnung dagegen …« Die Erinnerung ließ Mortimer noch breiter lächeln. Er hatte nie zuvor erlebt, dass Lucien sich so aufführte, wie er es tat, wenn Lee in seiner Nähe war. Es war ein leichtes gewesen zu erkennen, dass die zwei füreinander bestimmt waren. »Onkel Lucien hat den kompletten Bericht per Boten nachschicken lassen, als ihm aufgefallen war, dass er ihn dir und Bricker gar nicht mitgegeben hatte. Er ist heute geliefert worden,« ergänzte Decker dann noch. »Verstehe. Geht man immer noch von einem Einzelnen Abtrünnigen aus? Oder inzwischen von einer Gruppe?« »Von einem Einzelnen,« erwiderte Decker. »Die zeitlichen und räumlichen Abstände zwischen den Sichtungen der Gebissenen liegen so, dass es sich um einen Unsterblichen handeln dürfte. Doch auch wenn es nur einer ist, kann er nicht von den Sterblichen leben, die er beißt. Es sei denn, es gibt weitaus mehr Gebissene, die bislang nicht aufgefallen sind.« »Oder die spurlos verschwunden sind und die man bloß nicht zu seinen Opfern gerechnet hat,« fügte Mortimer hinzu. »Auch denkbar,« stimmte Decker ihm erkennbar frustriert zu. Mortimer ließ sich durch den Kopf gehen, was er soeben erfahren hatte. »Es könnte von Nutzen sein, Bastian anzurufen, damit er den Jungs von der Agenau-Blutbank sagt, dass sie uns eine Liste zusammenstellen, wer alles hier in der Gegend von ihnen beliefert wird. Dann erhalten wir eine komplette Namensliste aller Unsterblichen aus der Umgebung, die wir befragen können. Unser Abtrünniger könnte einer von ihnen sein.« »Gute Idee,« meinte Decker. »Gleich im Anschluss werde ich Bastian anrufen. Sollen Bricker und ich zu dir kommen, um bei der Suche nach der kleinen Latimer zu helfen?« Nach kurzem Überlegen entschied er sich dagegen. »Nicht nötig. Es sieht zwar danach aus, dass ein Abtrünniger dahinter steckt, aber es muss nicht zwangsläufig sein. Solange das nicht so gut wie sicher ist, möchte ich euch zwei lieber nicht aus dem ursprünglichen Suchgebiet abziehen. Ihr macht da weiter, ich suche mit Sam zusammen nach Cathy.« »Okay,« sagte Decker. »Ach, am Mord,« meldete sich Bricker zu Wort, als Mortimer sich bereits verabschieden wollte. »Was?« fragte er argwöhnisch. »Was ist mit Kleidung, Blut und so? Sollen wir dir Vorräte rüberbringen?« Er zögerte kurz. Das hatte er gar nicht berücksichtigt. Allerdings dauerte die Autofahrt hierher zwei Stunden, und er wollte die beiden Männer nicht so lange von ihrer Arbeit abhalten. »Wir sind sowieso in die Richtung unterwegs,« ließ Decker ihn wissen. »Wir haben die Stellen, an denen Gebissene gesichtet wurden, auf einer Landkarte eingetragen und das Zentrum ermittelt. Aus irgendeinem Grund glaubt Bricker, dass unser Abtrünniger höchstwahrscheinlich dort irgendwo zu Hause ist.« »Ich hab das mal in einer Krimiserie gesehen,« warf Bricker abwehrend ein. »Oder vielleicht war es auch ein Kinofilm.« »Auf jeden Fall ist es so. Wenn man den Mittelpunkt feststellt, um den herum sich alle Vorfälle abspielen, dann findet man üblicherweise das Gebiet, in dem der Schurke zu Hause ist.« »Und wo ist dieses Zentrum?«, wollte Mortimer mit einer Mischung aus Belustigung und Neugier wissen. Die Idee hörte sich zwar völlig bescheuert an, aber vielleicht führte sie ja zu einem brauchbaren Resultat. »Mitten im Cardwell Lake,« antwortete Decker. »Meint ihr, er hat irgendwo ein Cottage in der Gegend?«, fragte Mortimer. »Könnte sein,« räumte Decker ein. »Ich habe schon seltsamere Dinge erlebt. Wir werden uns da heute Nacht mal umsehen. Eigentlich wollten wir warten, bis du wieder hier bist, aber jetzt werden wir wahrscheinlich losfahren, sobald ich mit Bastian über die Liste von der Blutbank gesprochen habe. Bricker könnte in der Zwischenzeit deine Tasche packen und wir treffen uns am Cardwell Lake. Es ist für dich nur halb so weit zu fahren.« »Ich könnte nach nebenan laufen und Sams Schwestern fragen, ob sie mir was für sie mitgeben wollen,« schlug Bricker vor. »Ja, sehr gut,« stimmte er ihm zu. »Also gut, ich fahre Sam zurück zum Cottage der Lettimers. Danach treffen wir uns am Cardwell Lake. Ich rufe auf deinem Mobiltelefon an, sobald ich da bin. Dann können wir uns abstimmen, wer wohin fahren muss.« »Hört sich gut an,« fand Decker. »Fände ich auch, « stimmte Bricker ihm zu und fragte noch. »Soll ich dir was Bestimmtes einpacken? Irgendwas, das Sam sexy finden könnte?« »Bricker«, knurrte Mortimer warnend. »Ach ja, stimmt. So was hast du ja gar nicht, richtig?« zog der jüngere Mann ihn auf. »Ich könnte dir was ausleihen.« »Justin«, herrschte er ihn an. »Meine schwarze Lederhose dürfte dir gut stehen,« überlegte Bricker vergnügt, während Decker im Hintergrund kicherte. »Sie ist vielleicht ein bisschen eng, aber dann sieht sie sowieso erst richtig gut aus.« »Oh ja, und bevor wir abgefahren sind, habe ich mir einen neuen Tanga mit Zebramuster gekauft. Der ist noch ungetragen. Den könntest du...« Mortimer klappte sein Telefon zu und beendete damit die Verbindung. Auch wenn sein Partner ihm auf die Nerven ging, musste er doch grinsen. »Ein Tanga mit Zebramuster? Lieber Gott!« »Die Lederhose dagegen wäre vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen.« Ihm war sehr wohl aufgefallen, wie die Frauen Bricker ansahen, wenn der diese Lederhose trug. Und es wäre ihm durchaus angenehm, von Sam auch so angesehen zu werden. Sam ging in dem kleinen Vorraum im Gäste-Cottage der Lettimers auf und ab. Dann blieb sie am Fenster stehen und warf einen Blick hinaus. Draußen war alles einfach nur pechschwarz. Jemand hätte zwei Meter von ihr entfernt stehen können und es wäre ihr nicht möglich gewesen, ihn zu erkennen. Eigentlich war sie diese völlige Dunkelheit vom Cottage ihrer Familie gewöhnt. Doch das hier war nicht das Cottage ihrer Familie, sondern eines der Gäste-Cottages und Sam fühlte sich dort gar nicht wohl. Ihr war nur zu deutlich bewusst, dass Kathy Lettimers aus dem Haupthaus verschwunden war, das keine dreißig Meter entfernt stand. Es war dieses Wissen, das sie so verrückt machte. Was, wenn jemand Kathy entführt hatte? Und was, wenn sich der Entführer ganz in der Nähe aufhielt? Was, wenn … Sofort setzte sie diesem Gedankengang ein Ende, da sie wusste, dabei konnte nichts Gutes herauskommen. Es hielt sie jedoch nicht davon Absicht zu wünschen, Mortimer würde sich beeilen und bald zu ihr zurückkommen, damit sie nicht länger allein war. Nachdem sie die Polizeistation verlassen hatten, war sie von ihm auf direktem Weg hergebracht worden. Als sie hier eingetroffen waren, hatte Sergeant Belmond mit ein paar seiner Constables herumgestanden und einen sehr beschäftigten Eindruck gemacht, obwohl er eigentlich gar nichts Nützliches getan hatte. Der Mann hatte zugeben müssen, dass die Lage nicht unverdächtig wirkte und ihr versprochen, sich mit der Angelegenheit zu befassen. Den Schlüsselbund wollte er ihr allerdings nicht zurückgeben, so dass Sam gezwungen war, ihren Chef anzurufen, damit der sich mit den Lettimers in Europa in Verbindung setzte, die wiederum Belmond auf dessen Mobiltelefon anrufen mussten, um ihm zu erklären, dass Sam dort bleiben sollte und um ihm die Erlaubnis zu erteilen, ihr den Schlüsselbund auszuhändigen. Danach bat Martin Lettimers darum, mit Sam sprechen zu dürfen, woraufhin Belmond ihr mit Steiner Termine sein Telefon überließ und sich dann ein paar Schritte entfernte. Mr. Lettimers bedankte sich bei Sam für ihr Engagement und versicherte ihr, sie dürfe alles nutzen, was das Anwesen an Annehmlichkeiten zu bieten hatte. Er selbst war unterdessen damit beschäftigt, für sich und seine Frau Trisha einen vorzeitigen Rückflug nach Kanada zu buchen. Er hoffte, am nächsten Tag abreisen zu können, um gegen Abend das Cottage zu erreichen. Sam versicherte ihm, alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen, allerdings konnte sie dem Mann keine Versprechungen machen, die sich nicht einhalten ließen. Zur Ruhe würde er erst kommen, wenn seine Tochter wohlbehalten wieder aufgetaucht war. Kaum war das Telefonat beendet, ging Sam zu Belmond und tauschte das Handy des Polizisten gegen den Schlüsselbund ein, zumindest für den größten Teil davon, denn der Sergeant behielt den Hausschlüssel. Das Haupt Cottage galt als Tatort, den sie nicht betreten durfte. Kurz danach brachen Belmond und seine Leute auf. Nachdem sie weg waren, begleitete Mortimer sie auf einer Besichtigungstour zu den drei Gäste Cottages und fasste sie dabei am Arm, um ihr in der einsetzenden Dämmerung auf den unebenen Trampelpfaden Halt zu geben. Er blieb an ihrer Seite, bis sie sich für ein Cottage entschieden hatte. Erst dann machte er sich auf den Weg nach Magnetavon, und er würde zu ihr zurückkehren, da er nur losfuhr, um frische Kleidung und ein paar Lebensmittel zu holen. Sam versicherte ihm zwar, dafür müsse er nicht extra zurück zum Cottage fahren, aber er ging über ihren Einwand hinweg und versprach ihr, so bald wie möglich zurück zu sein. Seitdem war Sam in dem kleinen Gästehaus auf- und abgegangen, und auch jetzt durchquerte sie ein weiteres Mal den beengten Raum, während sie den Blick über die Möbel und die Accessoires wandern ließ. Für ein Gäste Cottage war alles sehr nett eingerichtet. Zumindest wirkten die Einrichtungsgegenstände recht teuer, dennoch handelte es sich um ein geradezu winziges Quartier. Der rückwärtige Bereich umfasste zwei Schlafzimmer, die zwar klein waren, aber keine Wünsche offen ließen. Zum vorderen Teil gehörte eine Kochnische, den Rest beanspruchten eine Couch und ein Sessel. Für mehr war kein Platz. Dieses Cottage lag unmittelbar am See, doch diese Tatsache hatte nicht den Ausschlag für ihre Entscheidung gegeben. Die hing vielmehr mit der Erkenntnis zusammen, dass Mortimer wieder herkommen wollte, und nur dieses Cottage verfügte über zwei getrennte Schlafzimmer. Natürlich gingen ihre Schwestern erst gar nicht davon aus, dass sie beide Schlafzimmer benutzen würden, überlegte Sam, während sie an das Telefonat zurückdachte, das sie geführt hatte, kaum dass Garrett Mortimer abgefahren war. Breaker war noch nicht zum Cottage gekommen, um ein paar Kleidungsstücke für sie zu holen, und so war es Sam möglich gewesen, ihren Schwestern persönlich von den aktuellen Entwicklungen zu berichten. Joe und Alex waren außer sich gewesen, dass sie in Minden bleiben wollte, und sie hatten sich erst wieder beruhigt, als sie hörten, dass Mortimer bei ihr war. Von dem Moment an hatte es sie gar nicht mehr gestört, auf Sam verzichten zu müssen. Stattdessen hatten sie sie mit Anspielungen und Andeutungen überhäuft, sodass sie letztlich froh gewesen war, als sie das Gespräch beenden konnte. Wieder ging sie durch das Zimmer und blieb stehen, um erneut in die Dunkelheit zu spähen. Aber zu sehen gab es nach wie vor nichts. Zu essen hatte sie auch nichts im Cottage, und sie konnte auch rein gar nichts tun, außer zu warten. Diese endlose Warterei machte sie langsam aber sicher verrückt. Zudem war es viel zu warm. Alle Fenster und Türen waren geschlossen gewesen, und obwohl die Deckenventilatoren liefen, wurde es einfach nicht kühler. Sie schaute auf die Uhr und stellte fest, dass bereits fast vier Stunden vergangen waren, seit Garrett Mortimer sie dort allein zurückgelassen hatte. Vier Stunden. Sie biss sich auf die Lippe und warf abermals einen Blick zum Fenster. Nein, da waren keine aufblitzenden Scheinwerfer zu sehen, die seine Rückkehr ankündigten. Sam wusste, sie erwartete einfach zu viel, wenn sie darauf hoffte. Vermutlich würde sie noch eine Stunde ausharren müssen, und das, wo sie nicht einmal wusste, ob sie es auch nur eine einzige weitere Minute allein dort aushielt. Plötzlich hörte sie einen Motor und sah hinüber zum See, wo der Bugscheinwerfer eines Bootes in Sichtweite kam und langsam vorüberzog. Sie stand reglos da und sah dem Licht nach. Es war bereits fast wieder in der Dunkelheit verschwunden, da hörte sie die Wellen an den Strand plätschern. Das Geräusch ließ sie daran denken, wie angenehm kühl das Wasser sein musste, und wie wundervoll es sich auf ihrer glühenden Haut anfühlen würde. Ob Joe und Alex wohl in diesem Moment im See vor ihrem Cottage schwammen? Als das Motorengeräusch in der Ferne verklang, nahm sie die Taschenlampe an sich, die sie sofort bereitgestellt hatte, nachdem Mortimer losgefahren war. Aus dem winzigen Badezimmer holte sie ein Badetuch, dann machte sie die Taschenlampe an und durchquerte den Raum. An der Tür mit dem Fliegengitter blieb sie kurz stehen, da der Gedanke, sich nach draußen in die Dunkelheit zu begeben, sie mit einem Mal ebenfalls nervös werden ließ. Aber sie ermahnte sich, sie sei schließlich kein Feigling, und richtete den Lichtkegel der Taschenlampe auf den Boden, bevor sie den ersten Schritt nach draußen tat. Sie würde nur kurz schwimmen gehen, sagte sie sich. Nur lange genug, um sich etwas abzukühlen. Danach würde sie sofort ins Cottage zurückkehren und weiter auf Mortimer warten. Das war auf jeden Fall besser, als mit ihrem ständigen Hin und Her noch eine Spur in den Parkettboden zu laufen. Sam beleuchtete das leicht abfallende Gelände, das sich bis zum Ufer erstreckte. Dann ließ sie den Schein der Taschenlampe nach rechts und nach links wandern, wobei sie sich einredete, dass sie das nicht tat, um nach Entführern oder Serienmördern zu suchen, die sich hinter einem der Bäume versteckt halten mochten. Es war aber nicht so leicht, sich selbst etwas vorzumachen, und Sam verdrehte unwillkürlich die Augen angesichts ihrer neuen Marotte, während sie die Lampe wieder vor sich hielt und vorsichtig die Veranda verließ. Die Strecke bis zum Bootssteg der Lettimers kam ihr vor wie die längsten 15 Meter ihres Lebens. Immer wieder blieb sie stehen, um nach links und rechts zu schauen. Bei jedem Rascheln drehte sie sich um. Doch ihre Mittelurentzündung bestrafte jede ihrer hastigen Bewegungen, sodass sie mehrere Male hinfiel und sich wieder aufrappeln musste. Insgesamt benötigte sie für die wenigen Meter sicher fünfmal so lange wie unter normalen Umständen. Als sie endlich das Ufer erreicht hatte, bereute sie längst, dass sie überhaupt nach draußen gegangen war. Außerdem schwor sie sich, nie wieder zu spät einen Arzt aufzusuchen, wenn sie schon von Beschwerden geplagt wurde. Dank ihrer Ohrenentzündung war sie jetzt ganz sicher um etliche blaue Flecke reicher, außerdem hatte sie sich die Handflächen aufgeschrammt. Erleichterung überkam sie, als sie den Trampelpfad verließ und Sand unter ihren Füßen spürte. Bei manchen Seen bestand das Ufer nur aus Felsen und da waren Blutegel ein häufiges Problem. Aber hier war der Sand entweder natürlichen Ursprungs oder die Lettemers hatten ihn heranschaffen lassen. So oder so würde ihr nichts passieren, solange sie sich von den Felsen links und rechts sowie von den Felsspitzen fernhielt, die vor ihr aus dem Wasser ragten. Nachdem sie ihr Handtuch auf den Sand gelegt hatte, beleuchtete sie noch einmal mit der Taschenlampe die Bäume hinter ihr. Da sie nichts Ungewöhnliches entdecken konnte und sich auch niemand auf sie stürzte, machte sie die Lampe aus. Einen Moment lang konnte sie rein gar nichts sehen und fast hätte sie die Taschenlampe wieder eingeschaltet. Doch dann sah sie das Mondlicht, das vom See reflektiert wurde und ganz allmählich konnte sie ihre Umgebung deutlicher erkennen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, dass sie gebannt den Atem angehalten hatte. Sie legte die Lampe auf den dunklen Fleck im Sand, bei dem es sich um ihr Handtuch handelte. Dann hielt sie einen Zeh ins Wasser, das genau die richtige Temperatur hatte. Zuerst zog sie Shorts und Slip aus und warf beides auf das Handtuch. Danach streifte sie das T-Shirt über den Kopf und entledigte sich auch ihres BHs, den sie eigentlich überhaupt nicht brauchte. Schließlich drehte sie sich wieder zum See um und ging ins Wasser, das sich auf ihrer erhitzten Haut wohltuend anfühlte. Sie schloss die Augen und seufzte, als die Hitze aus ihrem Körper zu weichen begann. Das Wasser stieg höher und höher, je weiter sie in den See wartete. Es umspielte ihre Waden, die Knie, die Oberschenkel und dann… Unwillkürlich schnappte sie nach Luft, als das kühle Wasser ihren Schritt erreichte, und es fühlte sich an, als würde ein elektrischer Schlag ihren Körper durchzucken. Sie wusste jedoch, dass das Gefühl gleich wieder vorüber sein würde, also ging sie entschlossen weiter, bis das Wasser auch ihre Brüste bedeckte. Vorsichtig ließ sie den Kopf in den Nacken sinken, um ihr Haar nass zu machen. Dabei blickte sie zum Himmel und bemerkte, dass hier nicht so viele Sterne zu sehen waren wie in McNadoworn. Sie überlegte, was der Grund dafür sein mochte, als sie plötzlich einen Zweigknacken hörte. Sie versteifte sich und hob den Kopf, um zum Ufer zu schauen. Erschrocken riss sie die Augen auf, als sie dort eine Gestalt entdeckte, die neben ihrem Handtuch am Strand stand. Panik wollte soeben von ihr Besitz ergreifen. Da erkannte sie, dass es sich um Mortimer handelte. Du bist ja schon zurück, rief sie ihm erleichtert zu. Decker und Bricker haben mich auf halber Strecke abgepasst, damit ich nicht ganz so lange unterwegs sein musste, erklärte er. Sam stutzte. Wenn das so war, dann hätte er doch viel eher zurück sein müssen. Aber vermutlich hatte er noch irgendwo mit Decker und Bricker einen Kaffee getrunken, bevor er sich auf den Rückweg gemacht hatte. Das wäre auch nur gerecht gewesen, hatten sie ihm doch einiges an Fahrzeit erspart. Sie äußerte sich aber nicht dazu. Immerhin war ihr Verstand mit anderen Dingen beschäftigt, da ihr nämlich bewusst wurde, dass sie splitternackt im Wasser stand. Ein trüffender Blick ergab jedoch, dass alles Wichtige unter der Wasseroberfläche verborgen war. Im Cottage ist es so heiß, rief sie Mortimer zu. Da wollte ich mich ein bisschen abkühlen. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Ich habe nämlich schrecklichen Hunger. Den habe ich auch, erwiderte Mortimer. Aber seine Stimme klang belegt und verlieh den Worten einen zweideutigen Unterton, der Sam dazu veranlasste, argwöhnisch die Augen zusammenzukneifen. Nein, er konnte das nicht so gemeint haben, wie es bei ihr angekommen war. Doch im nächsten Moment bekam sie den Mund nicht mehr zu, als sie sah, dass er sein T-Shirt und die Jeans auszog und zu ihren Sachen auf das Handtuch fallen ließ. Dann ging er mit zügigen Schritten ins Wasser. Mit großen Augen musterte sie ihn. Aber sie sah nur seinen Körper in der Dunkelheit, der in Schatten, Schatten und noch mehr Schatten gehüllt war. Sie bedauerte, dass sie ihre Taschenlampe am Ufer zurückgelassen hatte. Aber schon im nächsten Moment war dieser Gedanke vergessen, da sie erkannte, dass er genau auf sie zuhielt. Sam verspürte den dringenden Wunsch, ans Ufer zu fliehen. Doch der war nur von kurzer Dauer und wich einem anderen, stärkeren Wunsch, nämlich abzuwarten und zu sehen, was sich ergeben würde. Sehr deutlich erinnerte sie sich noch an die Leidenschaft und die Begierde, als er sie auf dem Parkplatz vor dem Restaurant geküsst hatte. Ihr Körper kribbelte vor Anspannung, ob Mortimer das wohl wiederholen und noch ein Stück weiter gehen würde. Mortimer kam zielstrebig auf sie zu und blieb nur wenige Zentimeter von ihr entfernt stehen, als wolle er ihr Zeit lassen, um gegen seine Anwesenheit zu protestieren oder um die Flucht zu ergreifen. Aber nachdem ein paar Sekunden verstrichen waren und sie noch immer wie angewurzelt dastand, schob er eine Hand in ihr nasses Haar und zog sie zu sich. Sam ließ ihn bereitwillig gewähren und musste unwillkürlich nach Luft schnappen, als sich ihre Körper im Wasser berührten. Und dann küsste er sie auch schon. Zuerst war es nur ein flüchtiger, fast forschender Kontakt. Ganz offensichtlich bemühte er sich, es langsam angehen zu lassen. Doch das war genau das, was Sam in diesem Moment nicht wollte. Entweder war es die Erinnerung an das, was sich zuvor zwischen ihnen abgespielt hatte, oder es lag daran, dass die in jenem Augenblick erwachte Leidenschaft nicht wieder erloschen, sondern nur von anderen Dingen in den Hintergrund gedrängt worden war. Auf jeden Fall war das Verlangen mit einem Mal wieder da, als seine Lippen sie berührten. Es gelang Sam nur mit Mühe, eine Weile ruhig in seinen Armen zu liegen. Dann entwickelte ihr Körper ein Eigenleben, über das sie keinerlei Kontrolle zu haben schien. Sie schmiegte sich eng an ihn, schlang die Beine um seine Hüften und die Arme um seinen Hals, während sie ihren Mund öffnete. Sofort warf Mortimer alle Zurückhaltung über Bord. Seine Zunge glitt in ihren Mund. Sein Kuss wurde fordernder, während seine Hände über ihre Haut wanderten. Sie streichelten und liebkosten. Dabei drückte er sie noch enger an sich, und sie konnte deutlich seine Erektion spüren, die zwischen ihnen gefangen war. Sam stöhnte auf, und auch wenn sie sich sicher war, dass sich kein Tropfen Wasser mehr zwischen ihnen befinden konnte, wollte sie sich enger an ihn schmiegen. Mit einem Mal kam ihr der See gar nicht mehr so wohltuend kühl vor, viel mehr schien es, als würden sie mit ihrer Leidenschaft das Wasser zum Kochen bringen. Plötzlich löste Mortimer seinen Mund von ihrem und wanderte mit seinen Küssen langsam tiefer, wobei er gleichzeitig eine Hand um ihren Po legte und sie ein Stück hochhob. Stöhnt warf Sam den Kopf in den Nacken und bot ihm ihre Kehle dar. Er küsste ihren Hals voller Inbrunst, widmete sich ihm aber nur kurz, denn schon bald wanderte er weiter nach unten und hob sie noch etwas höher, bis ihre Brüste sich über dem Wasser befanden. Als seine Zunge ihren steil aufgerichteten Nippel berührte, stockte Sam erneut der Atem. Sie legte die Hände um seinen Kopf, während er die Brustwarze zwischen seine Lippen nahm und zärtlich mit ihr spielte. Ihre Hüften rieben sich jetzt an seinem Bauch, ihre Beine waren um seine Taille geschlungen und Sam spürte seine Erektion nur allzu deutlich. Kaum war ihr dieser Gedanke durch den Kopf gegangen, merkte sie, wie Mortimer seine freie Hand zwischen ihre gespreizten Schenkel schob. Trotz ihres ungestümten Verlangens war das mehr, als Sam aushalten konnte. Nie zuvor hatte sie so intensive Lust verspürt. Auf eine unerklärliche Weise war es, als würde sie das Ganze wie mit einer Art Echo erleben. Mit jeder Berührung schien die Lust nahezu doppelt so eindringlich zu werden, bis Körper und Geist nichts anderes mehr wahrnehmen konnten. Sie stieß einen lustvollen Schrei aus, strampelte mit den Füßen und zog an seinen Haaren, damit er den Kopf nach hinten nahm und sie ihn wieder küssen konnte, während sie langsam an seinem Körper entlang nach unten rutschte. Dabei wurden ihre Küsse immer verlangender, und ein leises, flehendes Wimmern entrang sich ihrer Kehle. Mortimer erwiderte den Kuss in gleicher Weise, und nur halbbewusst nahm sie wahr, dass er mit ihr aus dem See stieg. Als sie Boden unter ihren Füßen verspürte, schlang sie sofort die Beine um seine Hüften. Dabei bemerkte sie die Bewegungen seiner Muskeln und verstand, dass er mit ihr in den Armen weiterging und sie seine Erektion bei jedem Schritt spürte, sodass sie lautstöhnend abermals von Wellen der Lust überspült wurde, die sich immer höher auftürmten und sie mit sich rissen. Offenbar erging es Mortimer nicht anders, denn auf halber Strecke änderte er auf einmal die Richtung, und nach einigen weiteren Schritten spürte sie, wie etwas Kaltes gegen ihren Po gedrückt wurde. Sie nahm die Beine herunter, sodass sie im Wasser stehen konnte, und als sie sich umschaute, stellte sie fest, dass er sie nur bis zum Nächsten aus dem See ragenden Felsblock getragen hatte. Eine leise Stimme in ihrem Hinterkopf versuchte, sich bemerkbar zu machen, doch im gleichen Moment drückte Mortimer sie sanft nach hinten, um sich wieder ihren Brüsten zu widmen. Leise stöhnend ließ Sam es zu, sich von ihren Gedanken abbringen zu lassen, und schob die Finger in seine Haare, um Halt zu finden, da sie rücklings auf dem Felsblock lag. Von den Hüften abwärts war sie gegen Mortimer gedrückt, während er abwechselnd ihre Brüste küßte. Bei jeder Bewegung konnte sie spüren, wie sich seine Erektion an ihr rieb. Sam wimmerte leise und rang nach Luft. Eine Hand hatte sie in seinem Haar vergraben, die Fingernägel der anderen bohrten sich in seine Schulter, während Wellen der Lust über ihr zusammenschlugen. Als er den Kopf hob und sie wieder auf den Mund küßte, ließ sie seiner Zunge freien Lauf. Allein das raubte ihr bereits den Atem. Trotzdem wollte sie mehr. Sie wollte ihn in sich spüren, wollte fühlen, wie er ungestüm in sie eindrang. Ihr Körper verzehrte sich danach. Zu Sams großer Erleichterung war es offenbar auch das, was Mortimer wollte, denn plötzlich legte er die Hände um ihre Taille und zog sie hoch, damit sie auf dem Rand des Felsblocks saß. Sofort spreizte sie die Beine, damit er zu ihr kommen konnte, und küßte ihn voll unbändiger Leidenschaft. Gleichzeitig stützte sie sich auf dem unter Wasser befindlichen Teil des Felsbrockens ab, um Mortimer entgegenzukommen, damit sie die Hände auf seinen Po legen konnte. Mortimer ließ sie nach hinten auf den Stein sinken, während er sie weiter küßte. Doch zu ihrer Bestürzung machte er plötzlich eine Pause. Verdutzt schlug sie die Augen auf. Zwar konnte sie in der Dunkelheit sein Gesicht nicht erkennen, aber sie hörte deutlich, wie sehr er sich zusammenreißen musste, als er fragte, »Willst du das wirklich?« »Soll das ein Witz sein?« rutschte es ihr von einem ungläubigen Lachen begleitet heraus. Dann biss sie sich auf die Lippe. Die wenigsten Männer besaßen eine derartige Beherrschung, ihr an diesem Punkt noch eine Wahl zu lassen. Sie war es ihm schuldig, zumindest ernsthaft über seine Frage nachzudenken. Und das tat sie dann auch. Tatsache war, dass sie sich erst seit ein paar Tagen kannten. Keiner von ihnen hatte dem anderen irgendetwas versprochen. Das hier konnte eine einmalige Sache sein, nach der sie beide wieder getrennte Wege gingen. Sie hatte sich in ihrem ganzen Leben noch nie auf eine Affäre eingelassen. Und vor ihm hatte sie nur einen einzigen Liebhaber gehabt. Ach ja, und sie hatte jetzt keine Möglichkeit, sich zu schützen. Sie konnte sich eine Krankheit holen. Oder schwanger werden. Oder … Lieber Gott, was gingen ihr denn da für Dinge durch den Kopf? Innerlich schrie sie auf, als ihre Erregung sich plötzlich in Luft aufzulösen begann. Sie suchte nach einem Weg, wie sie ihm beibringen konnte, dass sie sich nicht ganz sicher war. Da wurde ihr auf einmal bewusst, dass er mit einer Hand forschend über ihre Hüfte strich. Diese Berührungen hatten nichts mit der hitzigen Leidenschaft von vorhin zu tun, sondern es wirkte vielmehr so, als suche er nach irgendetwas. Was ist? fragte sie beunruhigt, als er einen Schritt zurück trat und sich vorbeugte, um sich ihre Hüfte genauer anzusehen. Ich weiß nicht so genau, murmelte er. Ein Augenblick. Rühr dich nicht von der Stelle. Zu ihrem Erstaunen lief er plötzlich durch das flache Wasser zum Ufer. Sam setzte sich auf und beobachtete ratlos, wie er etwas aufhob. Was ist denn? hakte sie nach. Erst als ein Lichtstrahl ihr genau in die Augen schien, begriff sie, dass er die Taschenlampe geholt hatte. Oh, tut mir leid. Er richtete den Strahl auf ihren Körper und ließ ihn bis zu ihrer Hüfte wandern. Ich dachte, oh, das ist aber gar nicht gut. Sie zwinkerte ein paar Mal, um sich an die Helligkeit der Taschenlampe zu gewinnen. Dann sah sie auf die Stelle an ihrem Körper, die er jetzt beleuchtete. Etwas Dunkles war auf ihrer Hüfte auszumachen. Und noch während sie verständnislos darauf starrte, fiel ihr auf, dass es nicht allein war. Mindestens drei ähnliche dunkle Stellen waren zu erkennen. Voller Entsetzen begann sie zu begreifen, was sie da eigentlich sah. Und es waren weitaus mehr als nur drei oder vier. Egel! Ihr Schrei des Entsetzens gälte durch die Nacht, während sie von dem Felsbrocken sprang. Dass sie dabei Mortimer ins Wasser stieß, fiel ihr gar nicht auf. Zu sehr war sie damit beschäftigt, aus dem von Egeln bevölkerten See zu entkommen und zum Cottage zu rennen. »Egel!« Mortimer musste sich ein Grinsen verkneifen, als Sam das eine wortvoll tiefster Abscheu hervorstieß. Sein Blick wanderte über ihren Rücken, während sie beuchlings auf einem großen Handtuch auf dem Tisch im Cottage lag. Mit einem Kopfschütteln betrachtete er die unglaubliche Zahl an kleinen Blutsaugern auf ihrer Haut. Auf diesen Felsbrocken musste ein ganzer Schwarm dieser Dinger gehaust haben, überlegte er, und verfluchte sich insgeheim, dass er Sam ausgerechnet dort abgesetzt hatte, anstatt sie die wenigen Meter bis zum Strand zu tragen, wo ihr Handtuch gelegen hatte. Dann wäre er inzwischen zweifellos in ihre wohlige Hitze eingedrungen und hätte seinen Höhepunkt hinausgeschrien. Stattdessen stand er nun hier, war frustriert, trug seine feucht gewordenen, unbequemen Jeans und entfernte einen Egel nach dem anderen von Sams Rücken. Aber nicht nur von ihrem Rücken, sondern auch von ihrem Po und von ihren Beinen. Und mit ihrer Vorderseite hatte er sich bislang noch gar nicht befasst. Er verzog den Mund, als er sich dem Nächsten dieser Plagegeister widmete und ihn mit dem Fingernagel von der Stelle löste, an der er sich festgesaugt hatte. Kaum war das gelungen, musste er den Egel zu fassen bekommen, bevor der auf Sams Haut erneut Halt fand. Das Ganze war ein sehr zeitraubender Prozess. »Kannst du diese verdammten Mistviecher nicht einfach wegbrennen?« fauchte Sam und rutschte auf dem Tisch hin und her. Überrascht aus ihrem Mund einen Fluch zu hören, sah er auf und stellte fest, dass sie ihn voller Wut über ihre Schulter hinweg anstarrte. »Ich habe dir schon gesagt, dass das nicht die beste Lösung ist,« erwiderte er geduldig. Er wusste, die Sache war ihr peinlich und höchstwahrscheinlich juckte jede Stelle, die er von einem Egel befreite wie verrückt. Und abgesehen davon war es nun mal einfach widerlich, von diesen Viechern übersät zu sein. Jedenfalls für Sam. Zugegeben, es war auch für ihn keine Freude, sie so vor sich zu sehen. Aber im Gegensatz zu ihr musste er sich nicht alle paar Minuten vor Egel schütteln. Mortimer betrachtete die Stellen, die er bereits von Egeln befreit hatte, und bemerkte natürlich das Blut, das aus den Wunden austrat. Er war heilfroh, dass er inzwischen reichlich hatte trinken können, da Decker umsichtig genug gewesen war, um zu ihrem Treffen einen ausreichenden Vorrat an Blutkonserven mitzubringen. »Ja, ja, ja«, murmelte sie und lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Wenn du ihnen mit Feuer zu nahe kommst, dann erbrechen sie ihren Mageninhalt in die offene Wunde, und das könnte zu einer Infektion führen, weil sich Bakterien in ihrem Bauch befinden und bla bla bla.« Es war nicht zu überhören, dass sie wütend auf ihn war. Offenbar fand sie, dass er für diese Bescherung verantwortlich war, und das konnte er ihr nicht mal verübeln. Hätte er sie nicht auf diesem Felsbrocken abgesetzt, dann … »So was kann auch nur mir passieren«, sagte sie plötzlich. »Das ist wieder mal so typisch. Da will ich mich im Wasser … ähm … abkühlen, und dann fällt eine Horde Egel über mich her.« »Abkühlen wolltest du dich also?«, gab er grinsend zurück. Wenn das, was sich zwischen ihnen abgespielt hatte, von ihr als abkühlend empfunden worden war, musste er irgendetwas falsch gemacht haben. Als Sam errötete, schien das jede Körperpartie zu betreffen, da Mortimer sehen konnte, wie ihre blasse, nackte Haut auf einmal Farbe bekam. Er fühlte sich mies, weil er sie in diese missliche Lage gebracht hatte. Und in dem Bemühen, sie irgendwie abzulenken, sprach er das aus, was ihm als erstes in den Sinn kam. »Ehrlich gesagt, ich bin froh, dass es sich nur um Egel handelt. Als ich die Stelle ertastet habe, dachte ich zuerst, das ist eine Art geschwulst.« Sam war von seinen Worten nicht beeindruckt, was er deutlich merken konnte, als sie sich auf die Arme stützte und ihn ansah. Hätte der Blick töten können, den sie ihm zuwarf, wäre es um ihn geschehen gewesen. Doch als sie dann zu reden begann, verstand er, warum sie so verärgert war. »Warum haben die sich alle auf mich gestürzt? Du hast nicht einen einzigen Egel abbekommen, aber mich haben sie von allen Seiten angefallen. Was ist denn das für ein Karma? Schließlich hast du diesen verdammten Felsbrocken ausgesucht.« Mortimer biss sich auf die Lippe, während sie sich wieder hinlegte. Eine Antwort konnte er ihr auch nicht geben. Die einzige sinnvolle Erklärung war die, dass Egel sich nicht für das Blut eines Unsterblichen interessierten. Aber natürlich konnte er ihr das nicht sagen. Schließlich räusperte er sich, beugte sich vor, um den nächsten Egel zu entfernen und meinte, »Vielleicht schmeckt mein Blut ja bitter.« Sam saufzte von Herzen, legte den Kopf auf die verschränkten Arme und stöhnte leise. Auf einmal sah sie erneut auf und sprach leise, »Tut mir leid, ich wollte nicht so schnippisch sein, aber mein Rücken juckt wie wahnsinnig und ich habe das Gefühl, dass ich von oben bis unten von diesen kriechenden Dingern übersät bin. Außerdem ist das hier schlicht demütigend. Lieber würde ich mich in siedendes Öl tauchen lassen, anstatt das hier aushalten zu müssen. Außerdem möchte ich ein heißes Bad nehmen und mir die Haut vom Leib rubbeln, mich dann schlafen legen und vergessen, dass ich diese Nacht tatsächlich erlebt habe. Nicht die ganze Nacht, hoffe ich, wandte Mortimer leise ein. Nach kurzem Schweigen gab sie zu, »Nein, nicht die ganze Nacht.« Vor Erleichterung musste er lächeln, während er sich wieder den Egeln zuwandte. Je mehr von diesen Dingern er entfernte, umso einfacher wurde es. Dennoch war er sehr erleichtert, als nach einer Weile endlich der letzte Egel in der Schüssel landete, in der er sie sammelte. »Dein Rücken ist fertig,« verkündete er. »Wenn du dich bitte umdrehen würdest, dann kann ich dich auch vom Rest befreien.« Er machte sich auf einen Protest gefasst und rechnete damit, dass er erst auf sie einreden musste, aber wie es schien, überwog der Wunsch von den Viechern, befreit zu werden, auch wenn es auf Kosten der restlichen Würde ging, die ihr noch geblieben war. Nach einem kurzen Zögern seufzte sie resigniert und begann sich umzudrehen. Mortimer setzte eine möglichst neutrale Mine auf und musterte ebenso neutral ihren Körper, als sie schließlich auf dem Rücken vor ihm lag. Zum Glück fanden sich auf ihrer Vorderseite nur ein paar Egel, die höchstens ein Zehntel der Menge ausmachten, von der er sie mittlerweile befreit hatte. Mortimer ging zügig vor und entfernte alle Egel, die er sehen konnte. Als er den letzten Plagegeist von ihrem Oberschenkel löste, wanderte sein Blick zu ihren Länden. Dann wandte er sich ab, warf den Egel in die Schüssel zu den anderen und deckte sie mit einem Teller ab. Schließlich erklärte er vorsichtig, »Ich glaube, ich habe sie alle erwischt, aber du solltest vielleicht auch die Stellen überprüfen, die ich nicht sehen kann.« Sam schaute ihn beunruhigt an, als sie sich aufsetzte und hastig das Handtuch um sich legte. »Du hast alles gesehen, und das auch noch im hellen Licht«, ergänzte sie betrübt. »Nicht alles«, widersprach er und deutete mit einer wagen Geste auf ihren Unterleib, während sie vom Tisch kletterte. Wie erstarrt blieb sie stehen. »Nein«, keuchte sie, und im nächsten Moment eilte sie ins Badezimmer. Es war ein extrem winziges Badezimmer, was Mortimer schon bei der ersten Besichtigung des Cottages aufgefallen war. Toilette, Waschbecken und Dusche waren so eng in den Raum gequetscht worden, dass man Mühe hatte, sich dort auch nur umzudrehen. Er musste sich auf die Unterlippe beißen, als er sie im Badezimmer poltern hörte, während sie vermutlich auf akrobatische Weise versuchte, einen Blick zwischen ihre Beine zu werfen. Dann rief er sich selbst zur Ordnung, weil diese Situation in Wahrheit überhaupt nicht witzig war. Sie war im Gegenteil ganz schrecklich, zumal sie jede Chance darauf zunichte gemacht hatte, das fortzusetzen, was sie im See begonnen hatten. Vielleicht sogar für alle Zeit. Denn immerhin war es möglich, dass Sam von nun an jedes Mal an die Egel erinnert wurde, wenn er sie küssen wollte und sie angewidert das Weite suchte. Diese Vorstellung genügte, um ihm das Lächeln von den Lippen zu wischen. Ihm fiel auf, dass er aus dem Badezimmer keinen Laut hörte, also ging er zur Tür, lauschte einen Moment lang und fragte, »Sam, ist alles in Ordnung? Brauchst du einen Spiegel? Ich habe einen in meinem Rasierzeug, den kann ich dir bringen.« »Nein, nein, ich habe einen Spiegel«, antwortete sie angestrengt. »Es ist hier nur so beengt. Augenblick noch«, fügte sie hinzu und ließ keine weiteren Erklärungen folgen. »Okay«, gab Mortimer zurück und verkniff sich ein »Ruf mich, wenn ich dir helfen kann«. Er konnte sich nicht vorstellen, dass sie über dieses Angebot erfreut sein würde. Ein paar Sekunden lang geschah nichts. Dann hörte er sie erleichtert seufzen. »Keine weiteren Egel. Ich gehe jetzt duschen.« Sofort wurde das Wasser aufgedreht, weshalb er gar nicht erst etwas erwiderte. Er entfernte sich von der Tür und sah sich um, bis sein Blick auf die abgedeckte Schüssel fiel. Es war wohl das Beste, wenn er die Egel aus dem Haus schaffte, bevor Sam aus der Dusche kam. Also nahm er die Schüssel an sich und trug sie nach draußen. Am Rand der schmalen Veranda blieb er jedoch schon wieder stehen und überlegte, was er mit den Tieren anfangen sollte. Sein erster Gedanke war, sie zu töten. Aber bei genauer Betrachtung hatten sie nur getan, was sie tun mussten, um zu überleben. Ganz so wie seine eigene Art. Er musterte die Schüssel in seiner Hand und verzog das Gesicht. Ihm stand nicht der Sinn danach, die Egel einen nach dem anderen herauszuholen und plattzutreten. Er wusste auch keine andere Methode, um sie schnell zu töten. Angeblich sollte Salz wirken, aber das bedeutete für sie wahrscheinlich ein langwieriges und qualvolles Ende. So als ob man einen von seiner Art der prallen Sonne aussetzte. Nein, sowas brachte er einfach nicht übers Herz. Also zurück ins Wasser mit der Truppe, entschied Mortimer und machte sich auf den Weg zum Ufer, um diese Aufgabe zu erledigen, bevor Sam mit dem Duschen fertig war. Immerhin konnte er sich nicht vorstellen, dass sie sich über seinen Entschluss freuen würde, die Biester wieder in die Freiheit zu entlassen. Vermutlich hätte sie lieber jeden Egel einzeln über kleiner Flamme geröstet. Trotz der Dunkelheit hatte Mortimer keine Probleme damit, dem Weg zu folgen, den er gegangen war, nachdem er sich nach der Rückkehr von seinem Treffen mit den Jungs auf die Suche nach Sam gemacht hatte. Er entließ die Egel zurück ins Wasser und beugte sich vom Bootssteg nach vorn, um die Schüssel auszuspülen, als er auf einmal ein lautes Motorengeräusch hörte. Zuerst glaubte er, es müssten Boote sein. Doch einen Moment später kamen mehrere Jetskis in Sichtweite. Er nahm die Schüssel aus dem Wasser, stellte sie neben sich und blieb hocken, um einen Blick auf die vier Jetskis zu werfen. Gelenkt wurden sie offenbar von zwei Frauen und zwei Männern, die dabei sichtlich Spaß hatten. Zu viel Spaß sogar, denn alle vier waren eindeutig betrunken. Es war nur eine Frage der Zeit, bis einer von ihnen sich um Kopf und Kragen fahren würde, überlegte Mortimer, während er beobachtete, wie sie enge Kurven beschrieben, nur knapp einer Kollision entgingen und dann davonrasten, bis er sie aus den Augen verloren hatte. Kopfschüttelnd richtete er sich auf und kehrte zum Cottage zurück. Er fragte sich, ob es hier wohl irgendwo einen Verleih für diese Dinger gab. Es schien Spaß zu machen, sie zu fahren, und er hätte nichts dagegen einzuwenden gehabt, es einmal auszuprobieren. Sicher, er war eigentlich auf der Suche nach einem Abtrünnigen, und Kathy Latimer war auch weiterhin verschollen. Aber bestimmt würde sich doch eine Gelegenheit ergeben, sich zwischendurch auch ein wenig zu vergnügen. Als er zurück ins Cottage kam, stand Sam immer noch unter der Dusche. Dampf drang durch die Türritzen, als würde sie sich in dem winzigen Raum bei lebendigem Leib kochen. Zweifellos schrubbte sie ihre Haut, bis fast das rohe Fleisch zum Vorschein kam, denn sie hatte sich vor den Egeln wirklich geekelt. Er hätte ihr Geschichten darüber erzählen können, wie diese Tiere in seinen jüngeren Jahren zu medizinischen Zwecken eingesetzt worden waren. Aber wenn er in diesem Zusammenhang auch erwähnt hätte, dass er 800 Jahre alt war und so ziemlich alles gesehen hatte, was man auf der Welt zu sehen bekommen konnte, dann hätte sie ihn für verrückt erklärt. Mortimer stellte Schüssel und Teller ins Spülbecken und ging abermals nach draußen. Als er von seinem Treffen zurückgekehrt war, hatte er die Kühltasche im Geländewagen gelassen, da er nicht wusste, ob Sam noch wach war. Also hatte er zunächst nur die Kleidung und die Lebensmittel mit ins Haus genommen und alles verstaut. Als ihm dann aufgefallen war, dass sie weder im Schlafzimmer noch im Bad war, hatte er sich auf die Suche nach ihr begeben und sie zu seiner großen Erleichterung im See planschend vorgefunden. Er hätte da schon zu seinem Wagen zurückkehren sollen, um die Kühlbox herauszuholen und in seinem Schlafzimmer an den Strom anzuschließen. Die Blutbeutel hatten ihn jedoch in keiner Weise mehr interessiert, als er sah, wie das fahle Mondlicht von ihrer Haut reflektiert wurde. Jetzt dagegen kreisten seine Gedanken wieder um Blut, und er lief schnell zu seinem Wagen, um die Kühlbox zu holen. Zum Glück stand Sam immer noch unter der Dusche, als er zurückkam. Nachdem er die Box in seinem Zimmer angeschlossen hatte, begab er sich in die Küche und sah sich um. Als sein Blick auf die Schüssel und den Teller im Waschbecken fiel, beschloss er abzuwaschen und die Beweisstücke wieder in den Schrank zu räumen, damit Sam durch nichts im Haus an das Missgeschick mit den Ekeln erinnert werden konnte, wenn sie denn irgendwann einmal ihre mehr als ausgiebige Dusche beendet hatte. Er gab eine ordentliche Portion Spülmittel in die Schüssel und drehte den Heißwasserhahn auf, als er auf einmal einen schrillen Schrei aus dem Badezimmer hörte. Er wirbelte herum und war mit wenigen Schritten an der Tür, die aber verschlossen war. »Sam, was ist los?« rief er beunruhigt. »Nichts. Alles in Ordnung«, erwiderte sie ein wenig außer Atem. Offenbar fürchtete sie, er könnte die Tür eintreten, um nach dem Rechten zu sehen. Sie hatte allen Grund zu dieser Sorge, denn er war kurz davor, genau das zu tun. »Das Wasser ist nur plötzlich eiskalt geworden. Ich schätze, ich habe das warme Wasser aufgebraucht.« Mortimer riss verschreckt die Augen auf. Dann lief er zur Kochnische und drehte den Wasserhahn zu. Sehr wahrscheinlich hatte er alles warme Wasser in die Spüle umgeleitet. »Bin gleich wieder da«, rief sie. Ihre Ankündigung ließ ihn zusammenzucken und er machte sich hektisch daran, Schüssel und Teller zu spülen und alles wegzustellen. Eben breitete er das Küchentuch zum Trocknen auf dem Tresen aus, da ging die Badezimmertür auf und Sam kam heraus. Er drehte sich zu ihr um, damit er sie mit einem Lächeln begrüßen konnte, da er sah, dass sie von Kopf bis Fuß so rot wie ein Hummer war. »Wohl die Folge von heißem Wasser und extremem Schrubben«, überlegte er. Ihr feuchtes Haar hatte sie glatt nach hinten gekämmt, das Handtuch lag wie eine Toga um ihren Körper. »Ich lege mich schlafen. Danke für alles. Gute Nacht«, murmelte sie und errötete noch stärker. »Gute«, begann Mortimer, doch sie war bereits auf dem Weg in ihr Zimmer, als er das »Nacht« folgen ließ. So fiel also zu ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Das hartnäckige Klingeln ihres Handys riss Sam am Morgen aus dem Schlaf. Sie drehte sich auf die Seite und tastete blindlings den Fußboden nach ihrer Handtasche ab, zog sie aufs Bett und schüttete sie kurzerhand aus, weil sie keine Lust hatte, die Tasche nach dem Telefon zu durchwühlen. »Hallo«, meldete sie sich schlaftrunken. »Guten Morgen, Samantha. Tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe.« Unwillkürlich setzte sie sich aufrechter hin, als sie Clarence Babcocks missbilligenden Tonfall hörte und räusperte sich. »Ja, ich bin hier in einem der Gästekottages der Lettimers. Als ich herfuhr, hatte ich keine Ahnung, dass ich in Minden bleiben würde. Deshalb war noch einiges zu tun, weil ich keine Kleidung zum Wechseln und nichts zu essen mitgenommen hatte. Bis das alles erledigt war, war es schon ziemlich spät«, erklärte sie, und achtete genau darauf, was sie sagte, damit sie sich nicht in irgendwelche Lügen verstrickte. Es gab keinen Grund zu erwähnen, dass jemand anders für sie diese Besorgung gemacht hatte und sie nur nicht ins Bett gegangen war, weil sie auf Mortimers Rückkehr hatte warten wollen. Dass er sich auch hier aufhielt, war etwas, das Babcock nicht wissen musste. »Verzeihen Sie, dass ich Ihnen in Ihrem Urlaub so viel Mühe mache. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich sehr zu schätzen, Samantha«, äußerte er sich bedrückt. »Das ist schon in Ordnung, Mr. Babcock«, erwiderte Sam hastig, weil sie prompt Gewissensbisse bekam. »Es ging ihr nicht darum, dass er Schuldgefühle hatte, weil er sie mit dieser rein privaten Angelegenheit behelligte. Sie hatte nur nicht den Eindruck einer Faulenzerin vermitteln wollen. Reusband wechselte sie das Thema und ließ ihn wissen, »Von Sergeant Belmond habe ich noch nichts gehört, was bedeuten dürfte, dass es bislang keine Neuigkeiten gibt. Aber ich werde ihn gleich mal anrufen, und danach gebe ich Ihnen sofort Bescheid.« »Gut, gut, das wäre hervorragend. Was Martin und Trisha angeht, ihre Rückkehr wird sich noch eine Weile verzögern. Die beiden sitzen wegen einer Schlechtwetterfront in Europa fest. Martin hofft zwar, dass sie einen der ersten Flüge erwischen können, sobald das Wetter wieder besser ist. Allerdings habe ich bei der Fluglinie nachgefragt, und da glaubt man nicht, dass man vormorgen früh starten kann.« »Oh«, machte Sam und wartete, was er ihr weiter zu sagen hatte. »Als wir beide gestern telefoniert haben, sprach ich ja davon, dass ich selbst auch zum Cottage fahren wollte, aber in der ganzen Hektik habe ich völlig vergessen, dass heute der Fall Manning vor Gericht geht.« Sam versteifte sich, als sie den Namen hörte. »Für die Kanzlei war das ein wichtiger Fall, und es wunderte sie nicht, als ihr Chef hinzufügte? Bei der Verhandlung muss ich dabei sein. Kann sogar sein, dass ich meinen Sohn schicke, damit er Martin und Trisha am Flughafen abholt und zum Cottage schwährt. Ich hoffe trotzdem, es gelingt mir irgendwie, nach Menden zu kommen.« Sie drehte sich auf die andere Seite und hätte fast laut gestöhnt, als eine erwartungsvolle Stille folgte. Schließlich bot sie an. »Soll ich bis morgen bleiben und die Dinge im Auge behalten?« »Das wäre sehr nett von Ihnen, Samantha. Vielen Dank, ich weiß zu schätzen, was Sie für mich tun.« »Okay«, seufzte sie. »Tja, dann werde ich jetzt mal Bermond anrufen und nachfragen, ob er schon etwas mehr weiß. Danke, und vergessen Sie bitte nicht, mir gleich danach Bescheid zu sagen.« Sam versicherte ihm, sie werde das ganz sicher nicht vergessen. Dann verabschiedete sie sich und klappte ihr Telefon zu. Mit mürrischer Miene legte sie es auf den Nachttisch, steckte alles zurück in die Handtasche, was auf der Bettdecke gelandet war, und stand auf. Sie würde Bermond erst anrufen, sobald sie angezogen war, weil sie es einfach nicht fertig brachte, mit diesem grässlichen Mann zu reden, wenn sie nur ihr Nachthemd trug. Schon gar nicht, wenn es um das Nachthemd ging, das sie im Augenblick anhatte. Das kurze, durchsichtige Teil musste Alex oder Joe gehören. Dementsprechend verdutzt war sie gewesen, als sie es aus der Tasche holte, die sie Bricka mitgegeben hatten. Allerdings war dieser Fund eigentlich gar nicht so überraschend, denn ihre Schwestern wollten sie verführerisch aussehen lassen, damit sie endlich einen Mann abbekam. Konnte es etwas Peinlicheres geben? Kopfschüttelnd streifte sie das Nachthemd über, zog sich an, griff nach ihrem Telefon und verließ das Schlafzimmer. Die Wohnküche war menschenleer, als Sam den Raum betrat, aber das wunderte sie auch nicht. Es war früh am Morgen und Mortimer schlief sicher noch. Sie legte das Telefon auf den Tresen und stellte die Kaffeemaschine an. Anschließend nahm sie ihr Telefon an sich und ging nach draußen auf die Veranda, um von dort aus zu telefonieren und Mortimer nicht aufzuwecken. Was dann folgte, war das schlimmste Gespräch von zehn Minuten, das sie je erlebt hatte. Als sich die Polizeiwache meldete, fragte Sam nach Belmond und wurde sofort in die Warteschleife geschoben. Sie wartete und wartete. Nach einigen Minuten meldete sich die gleiche Frau wie zu Beginn und erklärte, Sergeant Belmond sei nicht im Haus, da er in einem Fall ermittle. Dass Sam beim ersten Anlauf hatte warten müssen, um verbunden zu werden, glaubte sie der Frau kein Wort. Ganz bestimmt hatte Belmond ihr gesagt, sie solle Sam abwimmeln, aber deswegen konnte sie die Frau nicht als Lügnerin bezeichnen. Stattdessen fragte sie, ist denn Constable Mack zu sprechen? Er hat heute seinen freien Tag, bekam sie zu hören. Ungeduldig trommelte Sam mit den Fingerspitzen auf ihren Oberschenkel, während sie überlegte, wie sie nun vorgehen sollte. Nach ein paar Sekunden hakte sie nach. Ist denn irgendjemand im Haus, mit dem ich über die Suche nach Kathy Latimer reden kann? Nach kurzem Zögern bat die Frau am anderen Ende der Leitung, sie abermals zu warten, was Sam nur ungeduldig über sich ergehen ließ. Es tut mir leid, im Moment ist niemand im Haus, der Ihnen weiterhelfen könnte, ließ die Frau sie Augenblicke später wissen. Ich werde Sergeant Belmond ausrichten, dass Sie angerufen haben. Er wird sich schnellstens bei Ihnen melden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Oh, aber ich, begann Sam noch und gab dann ein frustriertes Knurren von sich, als ein Klicken ertönte und die Verbindung unterbrochen war. Sie klappte ihr Telefon zu und zwang sich, tief durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. Ihr blieb nichts anderes übrig, als auf Belmans Rückhof zu warten. Dummerweise musste sie in der Zwischenzeit ihrem Chef Bescheid geben, dass sie bislang schlichtweg gar nichts herausgefunden hatte. So viel also zu dem Thema, dass sie die Arbeit der Polizei im Auge behalten würde, ging ihr durch den Kopf, während sie die Nummer der Kanzlei wählte. Zum Glück meldete sich Babcock-Sekretärin Madge. Ihr Chef war bereits unterwegs zum Gericht und für den Rest des Tages war er nur in wirklich dringenden Notfällen zu sprechen. Handelt es sich denn um einen Notfall? fragte Madge vorsichtig. Nein, antwortete Sam. Wenn er Sie anruft und nachfragt, ob ich eine Nachricht für ihn hinterlassen habe, dann richten Sie ihm doch bitte aus, dass die Polizei noch keine weiterführenden Erkenntnisse hat und dass ich mich melden werde, sobald es etwas Neues gibt. Schon notiert, bestätigte die Frau und fügte hinzu. Ich hoffe, Sie vergnügen sich da oben wenigstens einigermaßen, Samantha. Immerhin sind Sie momentan im Urlaub und den haben Sie sich wirklich verdient. Tja, so spielt das Leben manchmal, murmelte Sam. Nein, so spielt das Leben nur, wenn Sie es spielen lassen, meine Liebe. Sitzen Sie doch nicht den ganzen Tag im Cottage der Lettimers, sondern unternehmen Sie was. Sie haben ein Handy. Sie sind überall erreichbar. Vergnügen Sie sich wenigstens ein bisschen, während Sie darauf warten, dass man Sie zurückruft. Aber Kathy... Ich kannte Kathy Lettimer schon, als sie noch ein kleines Kind war, unterbrach die Frau sie und machte deutlich, dass sie bereits seit fast 30 Jahren Mr. Babcock-Sekretärin war. Die Kleine läuft ständig weg und sie hat immer nur Unfug im Sinn, mit dem sie andere Leute in Angst und Schrecken versetzt. Lassen Sie sich von Ihren Kapriolen nicht in Urlaub verderben. Sie müssen sich heute etwas Zeit für sich selbst nehmen. Kathy hat früher sicher viel Unsinn getrieben, Matt. Aber ich glaube, diesmal könnte sie wirklich in Schwierigkeiten stecken, entgegnete Sam ruhig. Sie hatte durch ihre Arbeit für Babcock oft mit Matt zu tun und sie respektierte auch stets deren Meinung. Doch diesmal irrte sie sich ganz bestimmt. Die Haustür stand offen und alles sieht danach aus, dass sie das Cottage Hals über Kopf verlassen hat. Ein Sandwich-Lack in der Küche und... Ich weiß, unterbrach Match sie. Clarence hat mir alle Details berichtet. Trotzdem glaube ich, dass Kathy wieder mal losgezogen ist, ohne sich darum zu kümmern, dass andere in Sorge um sie sein könnten. Aber ganz egal, was nun dahinter steckt. Niemand erwartet von Ihnen, dass Sie bei der Suche nach ihr mitmachen. So wie ich das verstanden habe, verlangt Clarence von Ihnen nur, dass Sie der Polizei fleißig auf die Nerven gehen, damit die nicht vergisst, nach dem Mädchen Ausschau zu halten. Es spricht doch nichts dagegen, dass Sie sich zwischen zwei Anrufen bei der Polizei ein wenig vergnügen, nicht wahr? Nein, wohl nicht, stimmte Sam ihr widerstrebend zu. Na bitte, dann tun Sie's auch, sagte Match mit Nachdruck. Das Leben ist viel zu kurz, um so hart zu arbeiten, wie Sie es tun. Ja, Match, murmelte sie und überlegte, ob die Frau nicht doch recht hatte. Nichts sprach dagegen, zwischen den Anrufen bei Bermond etwas zu unternehmen und Spaß zu haben. Sollte er sich bis Mittag nicht gemeldet haben, würde sie ihn sowieso wieder anrufen. Und wenn er sich dann weiterhin verleugnen ließ, würde sie zur Polizeistation fahren und den Mann persönlich aufsuchen. Sofort besserte sich ihre Laune und sie lächelte. Danke, Match. Gern geschehen. Und jetzt legen Sie auf und genießen Sie Ihren Urlaub. Das werde ich tun. Schönen Tag noch. Sam klappte das Handy zu, diesmal viel sanfter als nach ihrem Versuch, Bermond zu erreichen, und kehrte ins Cottage zurück. Von Mortimer war noch nichts zu sehen, aber der Kaffee war durchgelaufen. Sie schenkte sich einen Becher ein und warf einen Blick auf die Lebensmittel, die er am Abend zuvor mitgebracht hatte. Sie hätte sich mit einer Scheibe Toast oder ein paar Cornflakes begnügt. Stattdessen fand sie eine Packung Backmischung für Pfannkuchen, eine Flasche Ahornsirup und Bratwürstchen vor. Ihre Schwestern bedrängten sie immer wieder, sie solle doch endlich mal ein paar Kilo zulegen, und dies musste wohl der Versuch sein, eben diese Forderung in die Tat umzusetzen. Aber zuzunehmen war Sam noch nie leicht gefallen, denn sie konnte in sich hineinstopfen, so viel sie wollte. Es half einfach nichts. Sie hatte immer wieder Frauen kennengelernt, die von sich behaupteten, dass sie Essen nur ansehen mussten, um davon zuzunehmen. Sam zweifelte nicht an diesen Beteuerungen, und sie hätte viel dafür gegeben, wenigstens für ein paar Monate einen solchen Stoffwechsel gegen ihren eigenen zu tauschen, damit sie nicht mehr so aussah, als sei sie gerade aus einem Kriegsgefangenenlager entwichen. Sam machte sich daran, die Pfannkuchen zu backen und die Würstchen zu braten. Als sie damit fast fertig war, überlegte sie, ob sie Mortimer wecken oder sein Frühstück lieber aufwärmen sollte, wenn er irgendwann später von selbst wach wurde. In diesem Moment kam er schlaftrunken durch den kurzen Flur zur Kochnische gewankt. Er trug lediglich seine Jeans und hielt ein paar Kleidungsstücke in den Armen, die seine atemberaubende Brust nur zum Teil verdeckten. Seine Haare standen in alle Richtungen, was sie einfach nur als bezaubernd empfand. Er murmelte etwas, das sich nach Dusche anhörte. Dann verschwand er ins Badezimmer. Als er die Tür hinter sich schloss, atmete Sam gebannt aus. Hätte sie tatsächlich gestern Abend um ein Haar mit einem so vollkommenen Vertreter der männlichen Spezies Sex gehabt? Das musste ein Traum gewesen sein, denn kein so schöner Mann interessierte sich allen Ernstes für ein so knochiges und plattes Gestell, wie sie es war. Kopfschüttelnd wandte sie sich wieder dem Herd zu und wunderte sich weiter, warum er sich überhaupt mit ihr abgab. Er hätte bloß in die Stadt fahren müssen und sofort hätte sich ihm ein halbes Dutzend williger Schönheiten an den Hals geworfen. Jede von ihnen würde mehr zu bieten haben als sie. Schließlich war sie sich nur zu gut der Tatsache bewusst, dass sie in Sachen Kurven von der Natur ganz erheblich benachteiligt worden war. Twiggy und Olivia Öhl waren noch die harmloseren Hänseleien gewesen, die sie als Teenager über sich hatte ergehen lassen. Und schließlich hatte sich auch noch Tom in den letzten Monaten vor der Trennung immer häufiger über ihren Körper beklagt. Aber nicht nur die fehlenden Kurven stellten sie vor die Frage, wieso Mortimer sich für sie interessierte. Immerhin machte sie in der letzten Zeit auch in Sachen Anmut und Glück keine sonderlich gute Figur. Zum einen war da diese hartnäckige Mittelohrentzündung, die Schuld daran war, dass sie ständig über ihre eigenen Füße stolperte, und zum anderen musste sie nur an die letzte Nacht zurückdenken. Sam bezweifelte, dass es viele Männer und Frauen gab, die von sich behaupten konnten, beim Sex beinahe von Egeln ausgesaugt worden zu sein. Es ließ sich nicht abstreiten, dass es ihr an Figur, Anmut und Glück fehlte. Und deshalb konnte sie sich einfach nicht erklären, wieso Mortimer etwas von ihr wollte. Zugegeben, sie besaß durchaus Selbstbewusstsein. Sie wusste, sie war intelligent, und sie konnte eine ansehnliche Karriere vorweisen. Aber das waren nicht die Eigenschaften, an denen ein Mann interessiert war, der mit einer Frau ins Bett wollte. Von daher fiel es ihr schwer zu glauben, Mortimer könne tatsächlich etwas von ihr wollen. Überzeugender war da schon die Erklärung, dass die letzte Nacht eine Art Ausrutscher gewesen sein musste. Er war scharf auf eine Frau gewesen, und sie nackt und eine leichte Beute, wie sie da im See gestanden hatte. Dass letztlich nichts weiter geschehen war, hatten die Egel zu verantworten. Mortimer hatte sich wahrscheinlich nur dazu durchgerungen, sich mit ihr einzulassen, weil es für ihn der einfachste Weg gewesen war, um Sex zu haben. Es war ein deprimierender Gedanke, mit dem sie sich die ganze Zeit herumplagte, während sie darauf wartete, dass Mortimer aus dem Bad kam. Sie hatte soeben den letzten Pfannkuchen gewendet, da ging die Badezimmertür auf und eine Wolke aus Eau de Cologne umhüllte und berauschte sie. »Mmm, Frühstück«, brummte er begeistert. »Ja, ich«, begann sie und hätte sich vor Verblüffung fast auf die Zunge gebissen, als er sich hinter sie stellte und seine Hände um ihre Taille legte, um ihr dann einen Kuss aufs Ohr zu geben. Einen Moment später griff er um sie herum nach den Tellern, die im Hängeschrank standen. »Ich deck den Tisch, okay?« »Ja, danke«, murmelte sie und spürte, wie sie rot wurde, als er ihre Taille sanft drückte, ehe er zum Tisch ging. Sekundenlang starrte sie ratlos auf die Pfannkuchen. Dann warf sie einen Blick über die Schulter. »Also gut«, sagte Sam sich, während sie beobachtete, wie er leise vor sich hinsummend den Tisch deckte. »Dann würden sie wohl Mann und Frau spielen, solange sie hier im Mortage waren.« Sie musste sich dabei vor Augen halten, dass sie deshalb noch lange keine Beziehung mit ihm hatte. Mortimer nutzte nur die Situation und begnügte sich mit dem, was ihm geboten wurde. »Und das würde sie auch machen«, nahm Sam sich vor. Sie konnte in diesem Moment nur froh sein, dass sie nicht mit Pinocchio verwandt war. Während sie angesichts ihrer Gedanken die Augen verdrehte, fragte sie. »Wie viele Pfannkuchen möchtest du, Mort...« »Garrett«. Er blieb neben dem Tisch stehen und drehte sich überrascht zu ihr um, woraufhin sie den Mund verzog und erklärte. »Ich sage immer Mortimer zu dir, weil die Jungs dich ständig so nennen. Aber ich finde, ich sollte dich eigentlich mit deinem Vornamen ansprechen.« »Nachdem wir...« Mitten im Satz brach sie ab, da sie nicht laut aussprechen wollte, dass sie beide beinahe miteinander geschlafen hätten. Ihre Wangen liefen rot an und sie versuchte es anders. »Ich meinte, wenn wir beide...« Und wieder kam sie nicht weiter. »Wenn wir beide was? Miteinander schlafen? Miteinander gehen? Himmel!« »Die meisten nennen mich Mortimer. Aber wenn du willst, kannst du Garret zu mir sagen«, erwiderte er sanft. Prompt zog sie die Nase kraus. Dann wurde ihr bewusst, was sie da gerade getan hatte und was er natürlich mitbekommen hatte. Seufzend sagte sie, »Eigentlich kann ich den Namen Garret gar nicht leiden. Der erinnert mich immer an einen ganz grässlichen Verwandten aus meiner Kindheit und ich...« Sie verstummte, als er mit wenigen Schritten das Zimmer durchquerte, die Hände um ihr Gesicht legte und sie amüsiert musterte. Er gab ihr einen zarten Kuss und gestand. »Ich mag den Namen Gordon Mortimer«, erklärte er mit plötzlich tiefer, mahnender Stimme. Seine Worte brachten sie zum Lächeln und sie fragte zweifelnd, »Gordon?« »Ja, keine Spur besser als Garret, nicht wahr?« gab er ironisch zurück und lachte über ihr Minenspiel. Er ließ sie los und ergänzte, »Du kannst mich anreden, wie du möchtest, Sam. Mortimer. Mort. Moe.« Mit einem Schulterzucken fügte er noch hinzu, »Oder denkt ihr einen Kosenamen für mich aus?« »Einen Kosenamen?«, wiederholte sie nachdenklich und drehte sich um, weil sie den letzten Pfannkuchen davor bewahren wollte, in der Pfanne anzubrennen. Sie holte den Teller mit den übrigen Pfannkuchen aus dem Ofen, wo sie sie warm gehalten hatte, und legte den Nachzügler dazu. Nachdem sie den Backofen abgeschaltet hatte und zum Tisch gegangen war, fragte sie, »Irgendeinen Vorschlag, was das für ein Kosename sein könnte?« Mortimer legte den Kopf schräg und überlegte, während sie die Pfannkuchen auf die Teller zu verteilen begann. Sie hatte bereits Platz genommen und wartete neugierig auf seine Antwort, aber der Mann ließ sich Zeit. Also verteilte sie Butter und Sirup auf ihren Pfannkuchen und nahm ein Stück in den Mund, als er endlich zum Reden ansetzte. »Was hältst du von Schnuckelzehe?« schlug er ihr vor und sprang auf, lief um den Tisch herum und klopfte ihr auf den Rücken, da sie sich an ihrem Bissen Pfannkuchen verschluckt hatte. »Oh Gott, das habe ich nicht gewollt. Alles in Ordnung?« »Schnuckelzehe?« keuchte Sam, während er ihr weiter auf den Rücken klopfte. »So hat meine Mutter meinen Vater genannt,« erklärte er schließlich. Als sie das hörte, konnte sie nur ungläubig dreinschauen, und ehe sie sich versah, rutschte ihr raus. »Ich kann's kaum erwarten, deine Eltern kennenzulernen.« »Das geht nicht.« Sam versteifte sich und merkte, wie sie vor Verlegenheit erneut rot anlief. »Nein, natürlich nicht.« »Ich wollte damit nicht sagen, dass es irgendeinen Grund geben könnte, warum du mich irgendwann deinen Eltern vorstellen solltest. Das war nur so...« »Ich hätte dich liebend gern meinen Eltern vorgestellt,« Sam. Unterbrach er sie mit ernster Miene. »Aber das geht nicht, weil sie tot sind.« »Oh, das tut mir leid,« entschuldigte sie sich leise. Mortimer verzog den Mund zu etwas, das wohl ein Lächeln darstellen sollte. Dann küsste er sie auf die Wange und kehrte zu seinem Platz zurück. Sam beobachtete ihn, während ihre Gedanken sich überschlugen. Er hatte gesagt, er hätte sie liebend gern seinen Eltern vorgestellt. Und nun fragte sie sich, wie das von ihm gemeint war. Hätte er das gern gemacht, weil er etwas für sie empfand? Oder weil er wünschte, seine Eltern würden noch leben?« »Okay, Schnuckelzehe ist wohl keine gute Idee,« sagte er plötzlich und lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf sich. »Also...« Sie unterbrach sich, um sich zu räuspern, dann räumte sie ein. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dich so zu nennen.« »Wie wär's dann mit etwas Herkömmlicherem? Zum Beispiel Schatz oder Liebling?« schlug er vor und fügte hinzu. »Ich wäre gern dein Liebling.« Sam bekam den Mund nicht mehr zu und konnte kaum glauben, was er soeben gesagt hatte. Eine solche Bemerkung konnte man doch unmöglich falsch verstehen. Er meinte offensichtlich, ihr Telefon klingelte und störte ihre begeisterten Überlegungen, sodass sie einen Moment lang mit dem Gedanken spielte, das Klingeln zu ignorieren. Dann aber erinnerte sie sich daran, wo sie sich befand und aus welchem Grund sie hier war. Mit einem stummen Fluch griff sie nach dem Handy, ging zur Tür und klappte es dabei auf. »Ja«, fauchte sie hinein, als sie auf der kleinen Veranda vor dem Cottage angelangt war. »Mrs. Willen?« Sam schaffte es, sich ein lautes Stöhnen zu verkneifen, als sie Belmonts Stimme erkannte. Der Mann hatte ein unmögliches Timing. Doch sie riss sich zusammen und erwiderte nur, »Ja, Sergeant. Danke, dass Sie zurückrufen. Ich hatte versucht, sie zu erreichen, weil ich fragen wollte, ob es im Fall Kathy Lettema schon neue Entwicklungen gibt.« Ein Schnauben war zu hören. Dann grummelte der Mann, »Die neue Entwicklung ist die, dass sie noch immer nicht zu Hause aufgetaucht ist. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sie sich bloß irgendwo vergnügt. Und trotzdem darf ich durch die Gegend fahren und nach ihr Ausschau halten, weil ihr Chef mir Ärger machen will, wenn ich mich nicht darum kümmere. Dass ich auch noch andere Dinge zu erledigen habe, interessiert dabei ja offenbar überhaupt nicht. Wie wäre es also, wenn Sie und die ganze Truppe aus Ihrem Büro damit aufhören, mich ständig anzurufen und meine Zeit zu vergeuden, damit ich mich auf meine eigentliche Arbeit konzentrieren kann?« Sam stutzte, als sie das hörte. Ihr war nichts davon bekannt, dass Mr. Babcock auch andere Angestellte der Kanzlei bei der Polizei anrufen ließ. Allerdings überraschte sie das nicht, denn sie wusste, wie Babcock arbeitete. Es passte zu dem Mann, dass er so viele Leute wie möglich auf eine Sache ansetzte, um die Gegenseite so lange verrückt zu machen, bis die ihre Klage zurückzog oder die Beherrschung verlor und sich irgendeinen groben Schnitzer leistete. Aber das hier war kein Fall, der vor einem Gericht verhandelt wurde. Und sie hielt es für keine gute Idee, den Sergeant telefonisch zu terrorisieren, während der versuchte, seine Arbeit zu erledigen. Sie war im Begriff, sich für das Verhalten ihres Vorgesetzten zu entschuldigen. Doch Balmond hatte offenbar alles gesagt, was es aus seiner Sicht zu sagen gab, da er im nächsten Moment auflegte, noch bevor sie etwas erwidern konnte. Sam verzog das Gesicht und klappte das Telefon zu, während das Mitgefühl für den Sergeant schlagartig fast völlig verschwunden war. Es war nicht zu übersehen, dass dieser Mann ein Problem im Umgang mit anderen Menschen hatte, und sie fragte sich, wie er es überhaupt bis zu diesem Dienstgrad geschafft hatte. Nach deiner mürrischen Mine zu urteilen, war das wohl gerade Balmond am Telefon, merkte Mortimer an, als sie ins Cottage zurückkam. Und ich würde sagen, er hatte nichts Neues zu berichten, oder? Leider nicht, bestätigte Sam betrübt. Was willst du jetzt machen? Sie schüttelte den Kopf und zuckte unschlüssig mit den Schultern. Was soll ich machen? Match meinte, dass ich ohnehin nichts tun kann. Match? fragte er neugierig. Mr. Babcock, Sekretärin, erklärte sie. Sie hat heute Morgen betont, dass Mr. Babcock von mir nur erwartet, dass ich in regelmäßigen Abständen bei der Polizei anrufe, damit die an dem Fall dranbleiben. Sie ist der Meinung, ich sollte mir zwischen zwei Anrufen auch ruhig ein bisschen Vergnügen gönnen. Schweigsam musterte er sie. Schließlich entgegnete er, du machst nicht den Eindruck, als ob dir der Vorschlag zusagt. Naja, ich finde, ich sollte irgendwie mehr unternehmen, um nach Cassie zu suchen. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen könnte. Weißt du, ich habe ja nicht mal eine Ahnung, von wem sie entführt worden ist. Und womöglich hat Bellmond ja recht, und sie ist gar nicht entführt worden. Match ist der gleichen Meinung wie er. Tatsächlich? fragte Mortimer interessiert. Ja, sie hat mich daran erinnert, dass Cassie ein bisschen, ähm, na, dass ihre Eltern ihr ziemlich viel haben durchgehen lassen, führte sie den Satz zu Ende. Du willst sagen, sie ist ein verzogenes Gör, meinte er amüsiert. Sam zuckte vorsichtig mit den Schultern. Ihre Eltern sind wichtige Mandanten der Kanzlei, deshalb würde ich das nie so ausdrücken. Aber treffender kann man es nicht bezeichnen. Sie seufzte von Herzen. Ihre Eltern haben sich schrecklich verwöhnt. So sehr, dass jeder in der Kanzlei die Flucht ergreift, sobald es den kleinsten Hinweis darauf gibt, dass sie im Anmarsch ist. Mortimer lächelte kurz, sagte dann jedoch, vielleicht können wir beides gleichzeitig erledigen. Beides was? gab sie verständnislos zurück. Vielleicht können wir Matchs Vorschlag in die Tat umsetzen, dass du deinen Urlaub genießt, und gleichzeitig hilfst du bei der Suche nach Cassie. Sam hob verwundert die Braun. Und wie stellst du dir das vor? Du hattest recht, ich kann drei erkennen, sagte Mortimer, während er die Hände an das Glas hielt, um durch das Fenster ins Bootshaus zu schauen. Er sah ein Schnellboot, ein Fischerboot aus Aluminium und drei Jet-Skis. Komm, sieh's dir an, forderte er Sam auf und rückte zur Seite, damit sie neben ihm Platz hatte. Sie zögerte kurz, aber dann warf sie ebenfalls einen Blick durch das Fenster. Mortimer beobachtete sie dabei und lächelte flüchtig, während er ihren Duft einatmete. Unter ihr natürliches Aroma mischte sich die Frische der Natur, durch die sie ihr Ausflug am Morgen geführt hatte. Sie waren rings um das Cottage unterwegs gewesen, um Grundstücke und Wanderwege nach Spuren abzusuchen, die einen Hinweis auf den Verbleib von Cathy Lettimer geben konnten. Gefunden hatten sie allerdings nichts. Nirgendwo lag der blutleere Leichnam der jungen Frau, und Mortimer war auch nicht auf irgendwelche Hinweise dafür gestoßen, dass sich in jüngerer Zeit überhaupt jemand auf diesen Wegen aufgehalten hatte. Abgesehen natürlich von den Hinterlassenschaften der Tiere, die dort unterwegs waren. Jetzt wollten sie sich mit dem Gebiet beschäftigen, das unmittelbar um den See herumgelegen war, aber auch mit dem Gewässer selbst. Sollte Cathy's Leiche dort irgendwo versteckt worden sein. Dann wollte Mortimer sie als Erster finden, damit er notfalls seine Leute zusammentrommeln konnte, um alle Hinweise auf Aktivitäten eines Unsterblichen zu verwischen. Das hätte er zwar lieber ohne Sam an seiner Seite gemacht, doch da er nicht in der Lage war, ihr Verhalten zu kontrollieren, gab es keine Möglichkeit für ihn, sich allein auf den Weg zu machen. Sam war schließlich der Meinung, dass er ihr bei der Suche half und er sich eigentlich gar nicht für das Schicksal der jungen Frau interessierte. Einer von denen muss der Schlüssel fürs Bootshaus sein, sagte Sam plötzlich und zog Cathy's Schlüsselbund aus der Tasche. Sie wollte eben mit der Suche beginnen, da hielt sie auf einmal inne und drehte spontan den Türknauf. Verdutzt stellte sie fest, dass die Tür gar nicht abgeschlossen war. Auch Mortimer staunte angesichts dieser Entwicklung. Ihm war ja längst klar, dass man es in dieser Gegend mit der Sicherheit nicht so genau nahm, aber das Bootshaus hätte trotzdem abgeschlossen sein müssen. Schließlich befanden sich Gegenstände von einigem Wert darin. Er folgte Sam nach drinnen und auf den ringsum verlaufenden Steg, der zu den Jet-Skis führte, wobei er seinen Blick nicht von den glänzenden Booten abwenden konnte. Wieso nur drei Jet-Skis? überlegte er. Eine ungerade Zahl ist irgendwie eigenartig. Sam zogte mit den Schultern. Sie sind ja auch nur zu dritt. Martin, seine Frau Trisha und ihre Tochter Cathy. Mortimer hockte sich hin, um einen der Jet-Skis genauer zu betrachten. Der Gedanke, auf einem solchen Gefährt, den sie nach der Vermissten abzusuchen, begeisterte ihn. Das war eindeutig mal ein Fall, bei dem er Arbeit und Vergnügen miteinander verbinden konnte. Und du weißt wirklich, wie man die Dinger fährt? Ja klar, wir haben auch zwei davon, versicherte sie ihm, und als er sie fragend ansah, erklärte sie, wir fahren abwechselnd, aber wir haben überlegt, in diesem Jahr einen dritten anzuschaffen. Ich habe bei eurem Cottage nicht mal einen einzigen gesehen, erwiderte er nachdenklich, während er sich den Bootssteg am Seeufer vorstellte. Die Jet-Skis sind noch nicht da, obwohl, inzwischen werden sie wohl auch am Steg liegen, korrigierte sie sich. Grant bringt uns die Boote und Jet-Skis üblicherweise rüber, wenn wir das erste Mal in der Saison zum Cottage kommen. Die Boote liegen seit letzter Woche am Ufer. Die Jet-Skis sollten folgen, sobald wir eingetroffen sind. Grant? Unser Nachbar auf der anderen Seite von Deckers Grundstück. Er ist das ganze Jahr über da. Er ist Schriftsteller oder sowas. Der typische Künstler, der am Hungertuch nagt. Er lebt seit bestimmt fünf Jahren da, und wir bezahlen ihn, damit er verschiedene Dinge für uns erledigt. Was für Dinge? fragte Mortimer, dessen Nackenhaare sich sträubten, als er zu spekulieren begann, was das für Dinge sein könnten. Naja, zum Sommeranfang holt er die Bote raus, versieht die Zufahrt mit einer neuen Lage Kies und bringt den Sand für den Strand, damit die Egel sich fernhalten. Als sie das sagte, lief ihr ein Schauer über den Rücken. Dann fuhr sie rasch fort. Während des Sommers dann mäht er den Rasen, wenn wir mal ein paar Wochen in Folge nicht kommen können, und er behält das Cottage im Auge. Im Oktober holt er die Bote wieder rein, macht sie winterfest und bringt sie in seiner Garage unter. Wenn am Cottage was zu reparieren ist, übernimmt er das, und im Herbst fällt er dann den einen oder anderen Baum, der den Eindruck macht, dass er den Winter nicht überstehen wird. Sie machte eine vage Geste. Früher hat sich jemand anders darum gekümmert, aber der fühlte sich schließlich zu alt, und es wurde ihm zu anstrengend. Mortimer nickte. Das hörte sich so an, als ob dieser Grant bloß ein hochgejubelter Allround-Handwerker für die Frauen war, woraufhin er sofort das Interesse an dem Mann verlor und sich wieder auf die Jetskis konzentrierte. Meinst du, die Zündschlüssel sind auch an dem Bund? Sie betrachtete die Schlüssel und schüttelte den Kopf. Normalerweise sind an den Zündschlüsseln so Schwimmflügel dran, damit sie an der Oberfläche bleiben, wenn man sie mal verliert. Schwimmflügel? Wiederholte er amüsiert. Ich hab keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, gestand sie und sah sich im Bootshaus um. Als ein leises »Aha« über ihre Lippen kam, folgte er ihrem Blick zu einem Schlüsselbrett an der Wand. Was er dort sah, brachte ihn abermals ins Grübeln, wieso das Bootshaus nicht abgeschlossen worden war. Jeder hätte hier reinkommen und sich irgendeins der Bote nehmen können. Doch er ließ den Gedanken auf sich beruhen, da sich die Gelegenheit ergab, Sam ein wenig aufzuziehen. »Ah, die Schwimmflügel«, murmelte er und folgte ihr zum Schlüsselbrett. Er zählte sechs Haken, aber nur fünf Schlüssel. An jedem von ihnen war ein längliches Stück Styropor, in leuchtenden Neonfarben festgemacht. Mit einem Textmarker hatte man darauf vermerkt, zu welchem Wasserfahrzeug der Schlüssel gehörte. »Und?« fragte Sam und drehte sich zu ihm um. »Bist du bereit für eine Fahrstunde auf dem Wasser? Sollen wir unsere Badesachen anziehen und einen Versuch wagen?« Grinsend stimmte Mortimer ihr zu, woraufhin sie zur Tür ging. Er blieb lange genug stehen, um einen letzten Blick auf die Jetskis zu werfen. Dann folgte er ihr nach draußen. Nach dem Aufenthalt im kühlen Bootshaus kam ihm die Sonne noch sängender vor. Unwillkürlich fragte sich Mortimer, ob er wohl den Verstand verloren habe. Achthundert Jahre lang hatte er das Sonnenlicht gemieden, um nicht mehr Blut als unbedingt nötig trinken zu müssen. Und jetzt beabsichtigte er, sich nur mit einer Badehose bekleidet auf einem Jetski den tödlichen Strahlen auszusetzen. Das war ganz sicher nicht das Klügste, was er machen konnte. Doch er war davon überzeugt, dass er genug Blut mitgebracht hatte, um diese Belastung für seinen Körper auszugleichen. Er musste nur darauf achten, dass er es nicht übertrieb. Als Mortimer zuerst vorgeschlagen hatte, den See nach Kathy abzusuchen, war seine Überlegung die gewesen, mit Einsätzen der Abenddämmerung am Ufer entlangzufahren. Sam war natürlich davon ausgegangen, das am helllichten Tag zu erledigen. Bis ihm dieses Missverständnis bewusst wurde, war sie schon auf dem Weg zum Bootshaus gewesen. Er hätte sie auf seine Überempfindlichkeit gegen Sonnenlicht aufmerksam machen können und anregen, erst gegen Abend mit der Suche zu beginnen. Aber er wusste, sie hätte erklärt, dass es dann nicht mehr hell genug sein würde. Dagegen konnte er nichts einwenden, solange er ihr nicht seine besonderen Fähigkeiten gestand. Außerdem war zu befürchten, dass sie ihm vorschlagen würde, er solle doch im Cottage bleiben, während sie sich allein auf die Suche nach Kathy begab. Natürlich hätte er das machen können, dass Sam tagsüber sicher nichts zugestoßen wäre, aber diese Suche war sein Job. Und abgesehen davon hatte es ihm Spaß gemacht, als er am Morgen mit Sam zusammen zu Fuß in den Wäldern unterwegs gewesen war. In ihrer Nähe fühlte er sich wohl. Sie strahlte etwas Beruhigendes aus, und er würde sich nicht die Gelegenheit nehmen lassen, auf einem Jetski zu fahren. Also würde er seine Badehose anziehen, in seinem Schlafzimmer noch rasch einige Beutel Blut trinken, und dann konnte die Suche nach der womöglich toten Kathy Lettimer beginnen. Halbnackt auf einem Jetski. Er würde sicher seinen Spaß haben. Sam lachte ausgelassen, als Mortimer auf seinem Jetski im Kreis um sie herumraste. Plötzlich wurde er auf irgendetwas aufmerksam und beschrieb eine Kurve. Zwar rief er ihr etwas zu, doch der Motor ihres eigenen Gefährts übertönte seine Stimme. Seit über einer Stunde waren sie jetzt auf dem See unterwegs. Zunächst hatten sie das Ufer nach Hinweisen auf Kathy Lettimer abgesucht. Aber damit waren sie schnell fertig gewesen, zumal es sich als vergebliches Unterfangen erwiesen hatte. Das Cottage der Lettimers lag an einem See, der deutlich kleiner war als der in Magnetowon, und nachdem sie diese Aufgabe erledigt hatten, schlug Mortimer vor, die Jetskis ein wenig auszutesten, bevor sie sie ins Bootshaus zurückbrachten. Es machte ihr Spaß, sich mit ihm auf dem Wasser zu messen. Doch als sie ihm jetzt neugierig nachschaute, wohin er wohl wollte, verstummte ihr Lachen sehr schnell. Mortimer steuerte geradewegs auf zwei Bojen zu, die auf der Wasseroberfläche tanzten. Er fiel ein, dass sie ihn nicht davor gewarnt hatte, was diese Bojen bedeuteten. Üblicherweise befand sich an solchen Stellen ein Hindernis, wie zum Beispiel eine Felsformation dicht unter der Oberfläche, die einem Boot gefährlich werden konnte. Der Bereich zwischen zwei Bojen war genau die Stelle, von der sich alle Boote fernhalten sollten, und sehr wahrscheinlich galt das auch für Jetskis. Sie gab Gas und versuchte ihn noch einzuholen, aber Mortimer bemerkte davon nichts und erhörte auch nicht ihre Warnrufe. Zum Glück war er klug genug zu erkennen, dass die Bojen etwas bedeuten mussten, da er auf einmal langsamer wurde. Vermutlich rettete ihm diese Aktion das Leben, auch wenn er nicht auf die Idee kam, das Hindernis zu umfahren. Der Jetski rammte, was sich unter der Wasseroberfläche befand, und Mortimer floh kopfüber in den See. Panik überkam Sam, als sie sah, wie er im Wasser verschwand. Zwar trug er seine Schwimmweste, doch die half ihm auch nicht, sollte er mit dem Kopf auf irgendetwas aufschlagen. Sie raste auf den verlassenen, auf den Wellen hin- und herschaukelnden Jetski zu und atmete erleichtert auf, als Mortimer plötzlich wieder auftauchte. Während sie Gas wegnahm, schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel. Als sie nahe genug war, um ins Wasser zu springen und zu ihm zu schwimmen, um sich zu vergewissern, dass ihm nichts passiert war, kletterte er bereits zurück auf seinen Jetski. Auf den ersten Blick schien alles in Ordnung zu sein, aber dann erschrak sie, da sie sehen konnte, dass sein Kopf auf einer Seite blutverschmiert war. Zurück, knurrte Mortimer sie an, bevor sie noch näher an ihn herankommen konnte, und drückte den Jetski fort von dem Hindernis, das ihn gestoppt hatte. Im nächsten Moment wendete er und raste in Richtung Bootshaus davon. Sam folgte ihm, einerseits erleichtert, dass der Jetski offenbar nicht beschädigt worden war, andererseits aber besorgte Mortimer. Das Kopfwunden üblicherweise stärker bluten als Verletzungen an anderen Körperpartien wusste sie, doch es war sehr beunruhigend, wie viel Blut er verloren hatte. Er sah auch wieder ausgesprochen bleich im Gesicht aus. Zu gern hätte sie sich die Wunde genauer angesehen. Jedoch raste Mortimer so schnell über das Wasser, dass es ihr nicht gelang, ihn einzuholen. Als sie ins Bootshaus zurückkehrte, verteute er bereits seinen Jetski. Sie zürrte hastig, die Leine am Bootssteg fest und holte ihr Handy aus dem wasserdichten Handschuhfach des Jetskis, da sie fürchtete, einen Rettungswagen rufen zu müssen. Dann lief sie auf dem Steg hinter Mortimer her, der zur Tür hastete. »Lass mich mal sehen«, rief sie ihm besorgt nach. »Mir geht's gut«, brummte er, und lief so zügig weiter in Richtung Cottage, dass sie nicht mit ihm mithalten konnte. Fast kam es ihr so vor, als sei sie der Leibhaftige, vor dem er zu fliehen versuchte. Fluchend versuchte sie, mit ihm Schritt zu halten. Aber er war einfach zu schnell für sie und hatte das Cottage bereits erreicht, als noch die halbe Strecke vor ihr lag. Sie hätte ihm den Sinn und Zweck der Bojen erklären sollen, hielt sie sich vor. Dass es jetzt so gekommen war, daran trug sie ganz allein die Schuld. Kurz vor der Tür begann ihr Telefon zu klingeln. Sie sah aufs Display und erkannte Mr. Babcocks Nummer, nahm den Anruf jedoch nicht an. Sie hatte gerade mit einem Notfall alle Hände voll zu tun, und jetzt würde er mal warten müssen. Schließlich gab es ja auch keine Neuigkeiten, was Kathy Latimer anging. Bevor sie zusammen mit Mortimer auf den Jetskis losgefahren war, hatte sie noch einmal bei der Polizei angerufen, war aber nicht zu Belmond durchgestellt worden. Angeblich war er nicht an seinem Platz. Doch Sam wurde den Eindruck nicht los, dass er einen Bogen um sie machte. Ganz so wie Mortimer in diesem Moment auch, überlegte sie mürrisch, als sie das Cottage betrat und sah, dass die Badezimmertür geschlossen war. »Mortimer?« rief sie und lief zum Bad. »Lass mich rein! Vielleicht müssen wir dich ja ins Krankenhaus bringen!« Als keine Antwort kam, öffnete sie behutsam die Tür. Sie fürchtete, er könne ohnmächtig geworden sein und in dem winzigen Raum auf dem Boden zusammengesunken liegen. Doch als sie durch den Spalt spähte, musste sie verwundert feststellen, dass er gar nicht dort war. Irritiert drehte sie sich um und betrat den Flur. »Mortimer?« An seinem Schlafzimmer blieb sie stehen und wollte die Tür öffnen, fand sie aber abgeschlossen vor. Bis dahin hatte sie nicht mal gewusst, dass sich diese Türen abschließen ließen. Wo unruhigt rief sie, »Mortimer, mach die Tür auf!« Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann antwortete er, »Alles in Ordnung, Sam. Ich habe mir nur die Haut an einem Stein aufgeritzt. Ich wische eben alles ab und ziehe mich um, dann komme ich raus zu dir.« Ungläubig starrte sie die Tür an. Sie hatte ihn ins Wasser fliegen sehen und sie hatte das Blut an seinem Kopf gesehen. Das war mehr als nur ein bisschen aufgeritzte Haut. »Mortimer«, setzte sie erneut an. »Wie wär's, wenn wir in die Stadt fahren und da essen gehen?« schlug er vor und fügte noch an. »Auf dem Rückweg könnten wir bei der Polizei vorbeifahren. Vielleicht möchtest du ja Sergeant Bellman zur Schnecke machen, weil er sich so viel Zeit lässt, ehe er zurückruft. Ich kann dir dabei gern behilflich sein.« Irritiert nahm Sam zur Erkenntnis, dass er sich tatsächlich so anhörte, als gehe es ihm bestens. »Zieh dich doch schon mal um,« redete er weiter. »Ich bin in einer Minute fertig. Du kannst mir glauben, es geht mir wirklich gut.« Ein wenig frustriert atmete sie aus. Vielleicht hatte die Verletzung ja tatsächlich nur viel schlimmer ausgesehen. Trotzdem vergewisserte sie sich lieber noch einmal. »Bist du dir wirklich ganz sicher, dass alles in Ordnung ist?« »Ich könnte ja die Tür aufmachen und es dir beweisen, aber im Moment habe ich nichts an und ich kann keine Verantwortung für das übernehmen, was dann passieren könnte.« Sam riss angesichts dieser Drohung erschrocken die Augen auf, während sie von der Tür zurückwich. Wenn er zu solchen Bemerkungen in der Lage war, musste es ihm einfach wieder besser gehen. Sie begann stumm zu fluchen, als ihr Telefon abermals klingelte. »Ich muss da rangehen, doch danach werde ich mich sofort umziehen. Wenn dir schwindlich ist oder so, ruf mich sofort,« wies sie ihn an und ging in ihr Schlafzimmer. Es war Mr. Babcock, der während einer Verhandlungspause vom Gerichtsgebäude aus anrief. Sam erklärte ihm, dass es nichts Neues zu berichten gab und versprach ihn sofort anzurufen, sobald sich etwas tat. Dann versuchte sie Babcock abzuwimmeln, weil sie sich umziehen und nach Mortimer sehen wollte. Wenn er dann noch immer nicht aus seinem Zimmer gekommen war, würde sie irgendwie versuchen, das Schloss zu knacken oder die Tür aufzubrechen. Dummerweise bestand ihr Chef darauf, ihr auch den aktuellen Stand der Dinge zu berichten, was die Rückkehr der Lettemers anging, die nach wie vor in Europa festsaßen. Und zu allem Überfluss hielt er es zudem für erforderlich, ihr vom Prozessverlauf zu berichten, da sie dafür ja recherchiert und mit möglichen Zeugen gesprochen hatte. Er musste die gesamte Pause genutzt haben, denn als er endlich das Gespräch beendete, war über eine halbe Stunde vergangen. Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte sie sich darüber gefreut, all diese Dinge zu erfahren, da es wahrscheinlich ein gutes Zeichen für ihre Karriere bedeutete, dass er sich so ausgiebig mit ihr über den Fall unterhielt. Aber im Augenblick waren ihr all diese Dinge völlig egal, denn sie wollte nur wissen, ob Mortimer wohl auf war. Sie warf das Handy aufs Bett, zog die Schwimmweste und den Badeanzug aus, um in ihre normale Kleidung zu wechseln. Als sie dann in den Flur stürmte, musste sie feststellen, dass die Tür zu seinem Schlafzimmer weit offen stand und von Mortimer nichts zu sehen war. Irritiert ging sie ins Wohnzimmer, doch da hielt er sich auch nicht auf. Als nächstes begab sie sich zu seinem Geländewagen, aber damit lag sie ebenfalls falsch. Schließlich ließ sie sich von ihrem Instinkt zum Bootshaus führen und tatsächlich befand er sich dort. Er kniete auf dem Bootssteg und musterte den Bug des Jetskis. Erleichtert atmete sie auf und lief zu ihm. Was machst du denn da? Ich will mich nur davon überzeugen, dass ich den Jetski nicht beschädigt habe. Wie es aussieht, hat er tatsächlich nichts abbekommen, fügte er hinzu, während er sich weiter vorn überbeugte. Sie trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen, weil sie sich seinen Kopf ansehen wollte. Können wir losfahren? fragte er und richtete sich endlich auf. Sofort machte sie einen Schritt auf ihn zu, knifft dann aber die Augen zusammen, da an seiner Stirn keine Verletzung zu erkennen war. Was du suchst, befindet sich hier oben, merkte er ironisch an und deutete auf eine Stelle oberhalb seines Haaransatzes. Das will ich mir ansehen, sagte Sam und streckte die Hände nach seinem Kopf aus, doch er wehrte sie ab. Es geht mir gut, erklärte er nachdrücklich. Ich habe nicht mal Kopfschmerzen. Irgendwie habe ich mir den Schädel geschrammt, als ich im Wasser gelandet bin. Sie wollte sich die Wunde unbedingt ansehen, doch allem Anschein nach ging es ihm tatsächlich bestens. Er hatte Farbe im Gesicht und seine Augen waren klar und hellwach. Seufzend gab sie ihre Bemühungen auf. Er musste einer von diesen Männern sein, die es nicht ausstehen konnten, wenn man um ihr wohlbesorgt war. Sie ließ die Hände sinken, als er sie losließ, und merkte leise an. Es tut mir wirklich leid. Ich hätte dich wegen der Bojen warnen sollen. Dir muss überhaupt nichts leid tun, beteuerte er und dirigierte sie vor sich her aus dem Bootshaus. Ich dachte mir schon, dass diese Bojen irgendeinem Zweck dienen. Aber ich war der Meinung, dass da ein Fischernetz dran befestigt ist, über das ich mit dem Jetski hätte hinweggleiten können. Etwas anderes war mir gar nicht in den Sinn gekommen. Dass vor einer Gefahrenstelle gewarnt wird, wurde mir erst klar, als es zu spät war. Darum habe ich ja noch abgebremst. Sam verzog den Mund, gab sich aber nach wie vor die Schuld an dem Vorfall. Wie zum Teufel hat sich eigentlich ein Felsblock an diese Stelle verirren können, wunderte er sich, als sie zum Cottage gingen. Diese Seen sind durch Gletscher entstanden, und ich schätze, dass die einfach nicht alle Felsbrocken mitgeschleift haben. Hm, machte Mortimer und verfiel in Schweigen. Am Cottage machte er gerade lange genug Halt, damit sie ihre Handtasche holen konnte. Dann begaben sie sich zum Geländewagen. Minden war eine Kleinstadt. Trotzdem stießen sie am Fluss auf ein Bistro. Es herrschte großer Andrang, und sie mussten sich mit einem Platz im Lokal begnügen, obwohl Sam lieber auf der Terrasse gesessen hätte. Mortimer sagte nichts dazu, war insgeheim aber erleichtert, dass er sich nicht schon wieder der Sonne aussetzen musste. »Wie fühlst du dich?« fragte sie plötzlich, wodurch er erst bemerkte, dass sie ihn sorgenvoll musterte. Mortimer verdrehte die Augen. »Ich habe doch gesagt, es geht mir gut. Ich habe nicht mal Kopfschmerz. Davon rede ich doch gar nicht,« unterbrach sie ihn und erklärte. »Ich hatte das Gefühl, dass du froh warst, nicht auf der Terrasse sitzen zu müssen. Dabei ist mir eingefallen, was Bricker darüber gesagt hat, wie empfindlich du auf Sonnenlicht reagierst. Wir waren jetzt fast den ganzen Tag an der frischen Luft unterwegs und...« »Ach, das meinst du.« Er machte eine wegwerfende Geste. »Die meiste Zeit über haben die Bäume die Sonne von mir ferngehalten.« »Aber nicht auf dem See,« wandte sie ein. Da hatte sie allerdings recht. Auf dem See hatte es keinen schützenden Schatten gegeben, und ungefähr zu der Zeit, als ihm die Bojen aufgefallen waren, hatten sich die schädlichen Effekte der Sonne erstmals bemerkbar gemacht, und er war im Begriff gewesen, die Rückkehr zum Cottage vorzuschlagen, damit er ein paar Beutel Blut trinken konnte. Nach dem Unfall jedoch war die Sonne seine geringste Sorge gewesen. Aber nichts davon konnte er Sam sagen. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als mit den Schultern zu zucken. »Mir geht's gut.« Sie wollte zu irgendeiner Frage ansetzen, doch er kam ihr schnell zuvor, indem er ergänzte, »Was hat dich eigentlich dazu gebracht, Anwältin zu werden?« Verdutzt über den abrupten Themenwechsel zwinkerte sie ein paar Mal, lehnte sich zurück und dachte eine Weile über seine Frage nach. »Die zwölf Geschworenen.« Mortimer machte ein verwundertes Gesicht. »Das ist ein Film,« erläuterte sie. »Ja, ich weiß,« sagte er. »Oh.« Das schien sie zu überraschen. Doch dann erklärte sie, »Das Leben dieses Jungen lag in den Händen der Geschworenen, und wie Henry Fonders Charakter es schaffte, die anderen zum Umdenken zu bewegen, das hat mich einfach fasziniert. Ich wollte so sein wie er. Ich wollte für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen.« Sie lächelte verlegen. »Allerdings gibt es keine hauptberuflichen Geschworenen.« »Aber Anwalt kommt dem noch am nächsten.« Sie sah kurz weg, dann fragte sie, »Und was ist mit dir? Wieso hast du dich für deine Karriere entschieden?« »Ich wollte auch für Wahrheit und Gerechtigkeit kämpfen,« gestand er ihr lächelnd ein. Sam stutzte und legte den Kopf schräg. »Und deshalb bist du Rockmusiker geworden?« Mortimer zuckte leicht zusammen, als ihm bewusst wurde, dass er völlig das Märchen vergessen hatte, das sie dank Bricker den drei Schwestern aufgetischt hatten. »Ähm, nein, also das ist nur... Ich meine, ich wollte das, aber ich...« »Aber du bist deinem Herzen gefolgt und Musiker geworden, richtig?« folgerte sie, als er verstummte und sie hilflos anschaute. »Ja.« Er schrie seine Antwort fast hinaus, so erleichtert war er, dass sie ihm unwissentlich aus der Klemme geholfen hatte. In diesem Moment kam eine Kellnerin an den Tisch und drückte jedem von ihnen eine Speisekarte in die Hand. Mit gebannter Miene verfolgte er, wie die Frau die Spezialitäten des Tages herunterrasselte, auch wenn er kein Wort davon hörte. Dafür war er viel zu sehr damit beschäftigt, sich Vorwürfe zu machen, dass er für einen Augenblick seine Tarnung völlig vergessen hatte. Seit über hundert Jahren jagte er inzwischen Abtrünnige, da sollte ihm ein solcher Anfängerfehler nun wirklich nicht unterlaufen. Die Kellnerin war mit ihrer Auflistung fertig und verließ den Tisch, damit sie in Ruhe auswählen konnten. Mortimer starrte auf die Speisekarte und wunderte sich, was die Namen der verschiedenen Sandwiches wohl zu bedeuten hatten. Sie ergaben für ihn keinen Sinn, aber zum Glück half ihm eine kurze Beschreibung gleich unter den Namen weiter. Genau genommen erwies sich das sogar als eine Spur zu hilfreich. Denn eine Zutat war verlockender als die andere, sodass er schließlich überhaupt nicht mehr wusste, was er nehmen sollte. Letztlich reduzierte er die Auswahl auf zwei Sandwiches. Aber da er sich einfach nicht zwischen ihnen entscheiden konnte, beschloss er beide zu nehmen und legte die Speisekarte zur Seite. Sam war immer noch in die Karte vertieft, die ausgebreitet vor ihr auf dem Tisch lag. Fast schien es, als sei sie auf der Suche nach einem großen X, das die Stelle markierte, an der ein Schatz vergraben war. Während er da saß und sie beobachtete, musste er lächeln, da sie so völlig auf die Speisekarte konzentriert war. Am liebsten hätte er sie auf der Stelle geküsst. Das und noch viel mehr. Viel lieber hätte er sie auf den Tisch gelegt, so wie er es im See auf dem Felsblock gemacht hatte, bevor die Egel kamen. Er wollte sie küssen und seine Zunge über ihren Körper wandern lassen. Vom Mund über ihren Hals, über ihre Brüste hinunter zum Bauchnabel. Von dort weiter zwischen ihre Schenkel und … Haben Sie was gefunden? Mortimer zuckte leicht zusammen, als er unsanft aus seinen Fantasien gerissen wurde. Sam war auf ihrer Karte fündig geworden und die Kellnerin stand wieder am Tisch, um ihre Bestellung aufzunehmen. Leise seufzend atmete er aus und wartete, dass Sam der Frau sagte, was sie haben wollte. Dann bestellte er selbst auch und gab die Karte zurück. Kaum war die lächelnde Kellnerin gegangen, sah Mortimer wieder Sam an. Aber dummerweise tauchten vor seinem geistigen Auge all die lustvollen Bilder wieder auf, die ihm gerade eben durch den Kopf gegangen waren. Stimmt was nicht? fragte Sam. Nein, nein, alles in Ordnung, versicherte er ihr sofort. Aha. Sie lächelte ihn an. Du hast mich gerade so seltsam angesehen, da dachte ich, ich hätte irgendwas im Gesicht oder so. Nein, wirklich nicht, beteuerte Mortimer und überlegte, welches Thema er anschneiden konnte, um sich von seinen erregenden Gedanken abzulenken. Er musste über etwas Unerfreuliches reden. Und das Unerfreulichste, was ihm spontan in den Sinn kam, war das Schicksal ihrer Eltern. Decker sprach davon, dass eure Eltern bei einem Unfall umgekommen sind. Stimmt das? Ja, sagte sie mit trauriger Miene. Ein Verkehrsunfall auf dem Rückweg vom Kino. Und das an ihrem Hochzeitstag. Mortimer zog die Augenbrauen zusammen und überlegte, ob das wirklich so ein gutes Thema war. Zugegeben, er wollte diese Dinge wissen. Er wollte alles über Sam erfahren. Aber es war ein schöner, sonniger Tag. Sie saßen in einem Restaurant und worüber sie redeten, das eignete sich mehr für einen verregneten Nachmittag, an dem sie beide nach fantastischem Sex in eine Decke gehüllt, dicht aneinandergeschmiegt auf der Couch saßen. Du hast davon gesprochen, dass deine Eltern auch tot sind, entgegnete sie plötzlich und brachte ihnen von seinem Gedanken an fantastischen Sex ab. Er musste sich räuspern. Dann nickte er. Ja, genau. War es auch ein Unfall? fragte sie. Mortimer versteifte sich und fragte fast argwöhnisch. Wieso gehst du davon aus, dass es kein natürlicher Tod war? Seine Erwiderung schien sie zu überraschen. Tja, ich würde sagen, erklärte sie, du bist höchstens 28 oder 29, auf keinen Fall älter. Wenn deine Eltern nicht schon sehr alt waren, als du zur Welt gekommen bist, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie eines natürlichen Todes gestorben sind. Oh, ja, natürlich, murmelte er und verpasste sich im Geist einen Schlag auf den Hinterkopf. Sie sind bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Sam legte ihre Hand auf seine und drückte sie mitfühlend. Dann ließ sie ihn wieder los. Doch Mortimer hielt rasch ihre Finger fest. Überrascht sah sie ihn an, während er von dem völlig widersinnigen Verlangen befallen wurde, ihr die Wahrheit über seine Eltern zu sagen. Und die Wahrheit über alles andere. Aber natürlich konnte er das nicht machen. Wie alt warst du, als sie gestorben sind? fragte Sam behutsam. Mortimer war im Jahr 1898, in dem er seine Eltern verlor, 688 Jahre alt gewesen. 18, antwortete er. Das tut mir leid, sagte Sam und drückte wieder seine Hand. So alt ist Joe auch gewesen, als unsere Eltern den Unfall hatten. Genau in diesem Moment kam die Kellnerin an den Tisch, um ihnen ihre Bestellung zu bringen. Sam zog ihre Hand zurück und machte Platz, damit die Teller und Getränke serviert werden konnten. Danke, murmelte sie, als die junge Frau fertig war und wieder wegging. Dann fiel ihr Blick auf seine zwei Teller mit je einem großen Sandwich und einem Bergpommes frites. Sag mal, bist du mit Bricker verwandt? wunderte sie sich. Ihre Frage brachte ihn zum Lachen und erschüttelte den Kopf. Nein, überhaupt nicht. Allerdings kann ich dir nicht verübeln, dass du das im Moment von mir denkst. Hm? meinte sie zweifelnd. Vielleicht esse ich so viel, weil ich eigentlich einen ganz anderen Hunger stillen möchte, meinte er und grinste sie verrucht an. Als sie verstand und rot anlief, musste er abermals laut lachen. Er bereute sein Verhalten jedoch sofort, als sie sich ihrem Essen widmete und jegliche Unterhaltung einstellte. Wahrscheinlich hatte seine Anspielung sie verärgert, auch wenn er sich den Grund dafür nicht erklären konnte. So oder so ließ er sie während des Essens in Ruhe. Die nächste Zeit verbrachten sie schweigend, aber kaum schob er seinen leeren Teller zur Seite, fragte Sam wie aus heiterem Himmel, mal abgesehen von Sex and Drugs and Rock'n'Roll, was gefällt dir am besten daran, in einer Band zu spielen. Sex and Drugs and Rock'n'Roll interessieren mich gar nicht, versicherte er ihr ein wenig irritiert. Erst dann wurde ihm klar, was er da gesagt hatte. Ähm, das stimmt so nicht, weil mich Sex sehr wohl interessiert, nur der Rest nicht. Als sie daraufhin den Kopf schräg legte und ihn verwundert ansah, korrigierte er sich. Ich meine, ich mag Sex, allerdings nicht mit Groupies oder so. Und den Rest magst du nicht? Hackte sie nach. Richtig. Er nickte bekräftigend, dann stutzte er und begann den Kopf zu schütteln, als er begriff, was er da eigentlich redete. Nein, nicht richtig. Ich mag Rock'n'Roll, das ist offensichtlich, schließlich spiele ich in einer Band, aber ich, ich mag keine Drogen. Und keine Groupies. Hans, ergänzte er hastig, hielt inne und versuchte Sams Gesichtsausdruck zu deuten. Ihre Mundwinkel zuckten. Doch ob Belustigung oder Abscheu der Grund dafür war, wusste er nicht. Vielleicht war es am sinnvollsten, die Unterhaltung weiter voranzutreiben. Also redete er weiter. Und das Reisen gefällt mir an dem Job. Das entsprach sogar der Wahrheit, da es ihm Spaß machte, fremde Orte und Leute kennenzulernen. Wo seid ihr denn schon überall aufgetreten? fragte sie neugierig. Kalifornien, Kansas City, New York. Wir sind in jedem Bundesstaat gewesen. Auch in jeder kanadischen Provinz. Ihr habt in Kanada gespielt? fragte Sam überrascht. Mortimer verzog den Mund, fand jedoch einen Weg weiter, die Wahrheit zu sagen. Wir waren an vielen Orten in Kanada. Aber nicht in Toronto, erwiderte Sam überzeugt. Ich würde mich daran erinnern, wenn eine Band namens Morty and the Muppets in Toronto aufgetreten wäre. Er stöhnte auf, als er den grässlichen Namen hörte, und wandte sich erleichtert der Kellnerin zu, die gerade rechtzeitig mit der Rechnung an ihren Tisch kam. Ich glaube, für heute haben wir alles Menschenmögliche getan, um nach dem Patenkind deines Chefs zu suchen, erklärte Mortimer, als sie zum SUV zurückkehrten. Wie wäre es, wenn wir uns Matchs Vorschlag zu Herzen nehmen und irgendetwas Unterhaltsames unternehmen? Zum Beispiel? entgegnete sie neugierig. Einen Moment lang schwieg er, während sich seine Gedanken überschlugen. Tatsache war, dass er eigentlich seine Suche nach Kathy Latimer und nach dem mutmaßlichen Unsterblichen fortsetzen sollte. Aber er wollte lieber Zeit mit Sam verbringen. Es war für ihn eine völlig ungewohnte Situation. Sein Leben hatte sich viele Jahre lang ausschließlich um seinen Job als Jäger gedreht. Dieser Job hatte bestimmt, wie er zu leben, mit wem er es zu tun hatte. Im Grunde war jeder Aspekt seines Lebens dadurch bestimmt worden. Und jetzt, mit einem Mal, wurde sein Pflichtgefühl mit dem Wunsch konfrontiert, bei Sam zu sein und mit ihr etwas zu unternehmen. Einerseits verlangte seine Ehre von ihm, seine Arbeit zu erledigen. Andererseits regte sich in ihm das Argument, dass er schon seit vielen Jahren für den Rat aktiv war und er sich eine Auszeit redlich verdient hatte. Er hoffte, beiden Seiten gerecht zu werden, indem er wie an diesem Vormittag die Pflicht mit dem Vergnügen verbannt. Da die Suche nach Cathy bislang nichts ergeben hatte, war es wohl am sinnvollsten, dort nachzuforschen, wo gebissene Opfer gesichtet worden waren. In unmittelbarer Nähe gab es da nur eine Bäckerei, in einem Ort namens Halliburton. Eine der Angestellten war dort vor gut einem Monat mit deutlichen Bissspuren am Hals gesehen worden. Also, antwortete er auf Sams Frage mit dem Vorschlag, wir könnten nach Halliburton fahren und uns ansehen, was es da so gibt. Halliburton? Wiederholte sie überrascht. Der Ort ist mir auf der Straßenkarte aufgefallen. Er scheint etwas größer zu sein als Minden, und so weit ist es bis dahin nicht. Als sie zögerte, fügte er hinzu, falls Bermond anruft und Neues berichten will, hast du doch dein Handy dabei. Sie dachte an Matchs weise Worte und rang sich zu einem Lächeln durch. Dann auf nach Halliburton. Der Ort entpuppte sich als exakt das, was Sam brauchte. Als sie Seite an Seite durch das Stadtzentrum spazierten, konnte sich Sam richtig entspannen und einmal abschalten. Als Mortimer am Schaufenster eines Maklers stehen blieb und sich die angebotenen Häuser ansah, machte sie eine erstaunte Miene. Willst du hier was kaufen? Zog sie ihn auf. Wenn schon, dann er in Magnetoworn, antwortete er toternst. Und als er ihre weit aufgerissenen Augen sah, ergänzte er, Hier oben ist es schön ruhig, das gefällt mir. Und man befindet sich in angenehmer Gesellschaft. Sams Herz machte einen Satz und sie bekam rote Wangen, als sich ihre Blicke trafen. Aber dann erfassten seine Augen etwas anderes und begannen zu leuchten. Eine Bäckerei, rief er und dirigierte sie zu einem zurückversetzten Gebäude gleich neben dem Maklerbüro. Ich habe bestimmt seit hundert Jahren kein frischgebackenes Brot mehr gegessen. Seit hundert Jahren? Sam lachte angesichts dieser maßlosen Übertreibung und ließ sich von ihm in das Geschäft mitziehen. Mortimer hatte ganz offensichtlich ein Faible für Backwaren, da er fast den halben Laden aufkaufte. Er redete viel mit den Verkäuferinnen und schließlich kaufte er sechs Brote, den kompletten Bestand an Apfelstrudel und einiges mehr. Als sie nach einer Weile die Bäckerei verließen, waren sie mit etlichen Tüten bepackt. Umso erschrockener reagierte Sam, als er verkündete, »Auf dem Rückweg sollten wir noch in diesen kleinen Supermarkt gehen.« »In den Supermarkt?«, wiederholte sie ungläubig. »Wir haben nichts für unser Frühstück morgen,« betonte er. »Ich glaube, ich werde dir Rührei mit Schinken machen. Als ich das in Hansville probiert habe, war es nämlich köstlich.« Sam lachte leise und schüttelte den Kopf. Wenn sie eine Sache über Mortimer herausgefunden hatte, dann die, dass er mit Leidenschaft aß. Das bewies er auch, als sie den kleinen Supermarkt aufsuchten und er viel mehr einkaufte, als sie zum Frühstück verspeisen konnten. Er war in guter körperlicher Verfassung. Er hatte kein Gramm Fett am Leib. Also war entweder sein Stoffwechsel ihrem sehr ähnlich, oder aber er arbeitete sich alles wieder ab, sobald er auf der Bühne stand. Wenn sie überlegte, wie manche Sänger bei ihren Konzerten ständig in Bewegung waren, traf wahrscheinlich eher diese Erklärung für seinen durchtrainierten Körper zu. »Wie wär's mit Steak vom Grill zum Abendessen?«, fragte er, als er den Geländewagen neben dem Cottage abstellte. »Klingt gut«, fand Sam, stieg aus und ging zur Heckklappe, um ihm dabei zu helfen, die Einkäufe von der Ladefläche ins Haus zu schaffen. »Ich versuche noch mal, Balmond zu erreichen. Dann fange ich mit dem Essen an.« »Ich werde kochen«, erklärte Mortimer, woraufhin Sam ihn überrascht ansah, da sie sich nicht sicher war, ob sie sich verhört hatte. Als er ihren Gesichtsausdruck bemerkte, fügte er amüsiert hinzu. »Was denn? Hast du noch nie einen Mann kochen gesehen?« »Schon länger nicht mehr«, gab sie zu. Ihr Vater hatte sich zwar von Zeit zu Zeit sonntags um das Frühstück gekümmert, und er war ein wahrer Meister am Grill gewesen. Aber ihr Ex dagegen? Nein. Sie verdrängte diesen Gedanken. Garrett Mortimer war nicht Tom, und sie musste endlich aufhören, die beiden miteinander zu vergleichen. Und selbst wenn sie das tat, würde Mortimer ohnehin haushoch gewinnen. »Tja, wir leben im 21. Jahrhundert«, verkündete er, als sei ihr das womöglich noch nicht aufgefallen. »Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass Männer jetzt auch kochen.« »Und welche zuverlässige Quelle soll das sein?« gab sie lachend zurück. »Irgendeine Zeitschrift, die ich letztes Jahr in Tallahassee gelesen habe,« ließ er sie wissen. »In Tallahassee?« Sie musste noch lauter lachen. »Stimmt was nicht mit Tallahassee?« »Nein, nein, alles bestens«, beteuerte sie. »Aber so wie du das sagst, sollte man meinen, dass du noch nie irgendwas gekocht hast.« »Das ist richtig«, gestattte er ihr und hob mit einem Griff die meisten Einkaufstaschen mühelos aus dem Wagen, sodass ihr nur zwei Stück blieben. »Allerdings will ich ja auch keine Gehirnoperationen durchführen. So unglaublich schwer kann das nicht sein.« »Sagt das nicht, wenn Alex in der Nähe ist«, warnte sie ihn, nahm die verbliebenen zwei Taschen und schlug die Heckklappe zu. »Ich räume die Sachen weg.« »Ruf du in der Zwischenzeit Belmond an«, sagte er, als sie das Cottage betraten. Sam zögerte. Aber dann ging sie mit ihrem Telefon nach draußen, um den Anruf zu erledigen. Es wunderte sie nicht, als man ihr sagte, Belmond sei außer Haus. Doch diesmal nahm sie sich vor, sich nicht darüber zu ärgern. Sie hinterließ eine Nachricht, rief Mr. Babcock an und atmete erleichtert auf, als ich seine Mailbox meldete. So musste sie wenigstens nicht mit ihm persönlich reden. Sie hinterließ gerade eine Nachricht, da kam Mortimer mit den Steaks nach draußen und begann, an dem Grill auf der Veranda zu hantieren. Da sie sich darauf konzentrieren musste, was sie redete, konnte sie nicht auf Mortimer achten. Erst als sie ein lautes Zischen hörte, dem ein Fluch folgte, drehte sie sich um und sah, dass er anscheinend versuchte, seine Hand zu grillen. Sie beendete die Nachricht an ihren Chef hastiger als beabsichtigt, klappte das Telefon zu und lief zu Mortimer, der eben seine Hand zurückriss. Was machst du denn da? Nichts, beschwichtigte er sie. Ich habe nur versucht, den Grill anzuzünden. Von oben? Von wo denn sonst? Durch die Löcher, rief Sam erschrocken, als ihr klar wurde, dass er das Gas aufgedreht hatte und es von oben anzünden wollte. Da unten, siehst du die Löcher? Das sind... Da steckst du das Feuerzeug rein und entzündest das Gas. Aber nicht von oben. Aha. Er betrachtete den Grill und zuckte mit den Schultern. Ist ja nichts passiert. Nein, aber du hättest... Sam unterbrach sich und atmete tief durch. Er hätte sich schwer verletzen können und er konnte von Glück reden, dass ihm nichts zugestoßen war. Hast du noch nie gegrillt? Nein, es gibt eben für alles ein erstes Mal. Mir geht's gut, beteuerte er. Außerdem brennt das Feuer jetzt. Ich kümmere mich um alles. Wie wär's, wenn du den Wein holst? Vielleicht sollte ich doch... Nein, ich grille. Wenn du mir behilflich sein willst, dann hol den Wein. Ich habe jedem von uns ein Glas eingeschenkt. Aber nein, beharrte er und schob sie in Richtung Tür. Rein mit dir. Ich bin der Mann. Ich grille, während du in der Gegend herumstehst und einfach nur süß aussiehst. Bei diesen Worten errötete sie gleich wieder, ließ sich aber von ihm ins Cottage schicken. An der Kochnische angekommen, stellte sie fest, dass er nicht nur den Wein eingeschenkt, sondern auch den Salat zubereitet und Brot aufgeschnitten hatte. Der Tisch war mit Tellern und Besteck gedeckt. Kopfschüttelnd nahm sie die beiden Gläser an sich und beeilte sich, auf die Veranda zurückzukehren, bevor Mortimer noch den Grill in die Luft jagte. Apfelstrudel mit Wein? Mortimer sah von dem Tisch hoch, auf dem er soeben den Apfelstrudel, eine offene Flasche Wein und einen Satz Spielkarten platziert hatte und musterte Sams Gesichtsausdruck, als sie zurück ins Cottage kam. Ihre Stimme klang amüsiert und sie versuchte, ein Lächeln zu zeigen. Aber in ihrer verkrampften Haltung konnte er ablesen, dass die Telefonate nicht so gut verlaufen waren. Mit einem Mal wünschte er, sie hätte nicht darauf bestanden, nach dem Essen schon wieder Bellmond anzurufen. Doch sie nahm ihre Aufgaben nun mal ernst und seit dem Morgen hatte der Mann sich nicht mehr bei ihr gemeldet. Er hätte zumindest kurz Bescheid geben können, dass es noch immer keine neuen Erkenntnisse gab und er weiter mit der Suche beschäftigt war. Kein Glück? fragte er, anstatt auf ihre Bemerkung zu reagieren. Nein. Wut blitzte in ihren Augen auf. Dann fügte sie mit einem Kopfschütteln hinzu. Mr. Babcock war so wütend über Bellmans Verhalten, dass er jetzt ein paar Freunde anruft. Freunde? wiederholte er, während er für sie den Stuhl zurückzog. Hm, meinte Sam. Ich vermute, er meint damit den Polizeichef. Der ist mit Mr. Babcock und den Lettimers befreundet. Aha. Mortimer nickte und nahm Platz. Dann darf ich wohl annehmen, dass der unauffindbare Sergeant Bellmond sich sehr bald mit großem Ärger konfrontiert sehen wird. Könnte sein, seufzte sie. Aber falls ja, hat dieser Trottel sich das ganz allein zuzuschreiben. Trotzdem tut es mir leid, dass ich Mr. Babcock so enttäuschen musste. Du hast ihn doch nicht enttäuscht, widersprach Mortimer energisch. Du hast getan, was du konntest, und du hast sogar selbst nach ihr gesucht, obwohl davon gar keine Rede war. Und das auch noch in deinem Urlaub. Sergeant Bellmond ist das Problem. Er sollte sich regelmäßig bei dir melden und dir Bescheid geben, ob er schon etwas herausgefunden hat. Bei seinen Worten wurde sie etwas ruhiger und sah abermals auf den Tisch. Dann fragte sie erneut, Apfelstrudel und Wein? Ich hatte Appetit auf Nachttisch, und ich dachte mir, du könntest nach deinen Telefonaten etwas zu trinken gebrauchen, erklärte er. Und die Spielkarten? fragte sie. Die haben deine Schwestern mitgeschickt. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne irgendetwas spielen. Ich spiele gern Karten, bestätigte sie und hatte prompt sichtlich bessere Laune. Was wollen wir spielen? Nach kurzem Zögern schlug er vor. Poker? Was nehmen wir anstelle der Chips? wollte sie wissen. Wieder dachte Mortimer nach. Wir könnten Wahrheitspoker spielen. Was soll denn das sein? Wenn du gewinnst, muss ich eine Frage wahrheitsgemäß beantworten. Wenn du verlierst, darf ich dich etwas fragen. Sam staunte über seinen Vorschlag, nickte aber schließlich. Mortimer lächelte, nahm die Karten und begann sie zu mischen. Von dieser Pokervariante habe ich noch nie gehört, erklärte sie, während sie ihm beim Mischen zusah. Ich auch nicht, gestand er. Ich habe es eben erfunden. Ehrlich? Er zuckte mit den Schultern. Deine Schwestern hatten Strip-Poker vorgeschlagen, aber ich dachte mir, das würde dir wohl nicht gefallen. Ich muss mich für die beiden entschuldigen, stöhnte sie. Sie sind nicht gut erzogen. Haben sie nicht die gleichen Eltern wie du? fragte er grinsend. Doch, aber sie haben nie auf meine Eltern gehört, ganz im Gegensatz zu mir, gab sie zurück. Mortimer begann zu lachen und Karten zu geben. Als ihm die Sache mit dem Wahrheitspoker in den Sinn gekommen war, da hatte er nicht bedacht, dass diese Idee sehr leicht nach hinten losgehen konnte. Sam brauchte nur eine einzige falsche Frage zu stellen und schon konnte es für ihn sehr peinlich werden. Aber zum Glück hatte er sich gute Karten gegeben. Also los, stell deine Frage, murmelte sie, als sie ihre Karten hinlegte. Fast hätte er sie ein bisschen geneckt, doch sie war offensichtlich so nervös wie er, dass er sie in Verlegenheit brachte. Deine Lieblingsblume? Gladiolen, antwortete sie und lächelte ihn strahlend an. Sam war erkennbar erleichtert, dass er eine so harmlose Frage gestellt hatte. Aber als sie das nächste Blatt in der Hand hielt, wurde sie prompt wieder nervös. Und es dauerte nicht lange, da verstand Mortimer auch den Grund. Sie hatte sich selbst so verheerende Karten gegeben, dass er mit einem Dreierpärchen gewinnen konnte. Mach schon, seufzte sie, während er die Karten an sich nahm. Trotz der ersten Runde fürchtete sie ganz offensichtlich, dass er spätestens jetzt persönlicher werden würde. Welche Süßigkeiten isst du am liebsten? Sie ließ die Schultern sinken und sah ihn mit einem Anflug von Ratlosigkeit an. Es schien als Mutmaße sie, er würde mit seinen harmlosen Fragen irgendetwas anderes bezwecken. Dennoch erwiderte sie, Schokolade mit Haselnüssen. Mortimer hatte eine Glückssträhne und gewann auch das nächste Blatt, das die Frage nach ihrem Lieblingsessen nach sich zog. Kopfschüttelnd entgegnete sie, Chinesisch. Die nächste Runde gewann sie und nun saß Mortimer da und wartete nervös ab, was sie von ihm würde wissen wollen. Hast du Geschwister? fragte sie nach einer Kunstpause. Zwei Brüder. Tatsächlich? fragte sie erstaunt. Ist ja eigenartig, nicht wahr? Wieso? entgegnete er verwundert. Naja. Sie verzog den Mund. Du hast zwei Brüder, ich hab zwei Schwestern. Deine Eltern sind bei einem Wohnungsbrand umgekommen, meine sind bei einem Verkehrsunfall gestorben, bei dem der Wagen explodiert ist. Ihr Wagen ist explodiert? wiederholte Mortimer. Das hatte sie zuvor nicht erwähnt. Vermutlich, weil es sie zu sehr aufgewühlt hätte, darüber zu reden. Er zögerte kurz, aber er musste es einfach fragen. Sind sie bei dem Unfall umgekommen oder als... Sam schüttelte den Kopf und ließ die Frage unvollendet. Ihre Eltern waren in ihrem Wagen verbrannt und damit sollte das Thema für diesen Abend abgeschlossen sein. Er legte die Karten weg. An den Fernseher ist ein DVD-Player angeschlossen und in meinem Zimmer gibt es ein Regal voller DVDs. Größtenteils Komödien. Magst du Komödien? Ich liebe Komödien, erwiderte sie und ihre Laune besserte sich sichtlich. Gut, dann sehen wir uns eine Komödie an. Anverstanden. Sie stand auf. Du suchst einer aus und ich bring den Wein und den Apfelstrudel zum Couchtisch. Mortimer erhob sich ebenfalls von seinem Platz und ging in sein Schlafzimmer, wo er vier DVDs aus dem Regal zog, mit denen er zu Sam zurückkehrte. Sie hatte es sich inzwischen auf der Couch bequem gemacht, warf einen Blick auf die mitgebrachten Filme, konnte sich nicht entscheiden und wählte mit einem Abzählreim die DVD aus, die er einlegen sollte. Amüsiert über diesen hochkomplizierten Entscheidungsprozess machte er den Fernseher und den Player an, legte den Film ein und ging mit beiden Fernbedienungen in der Hand zur Couch. Sam saß am einen Ende, so dass er auf seiner Seite Platz genug hatte, ohne ihr zu nahe kommen zu müssen. Aber genau das wollte er. Er verspürte den dringenden Wunsch, sich an sie zu schmiegen, während sie sich den Film ansahen. Oder auch nicht ansahen, was er insgeheim ja hoffte. Plötzlich jedoch schlug ihm Sams Duft entgegen und er blieb wie erstarrt stehen. Mortimer? Stimmt was nicht? fragte sie, als er sich nach ein paar Sekunden noch immer nicht rührte. Nein, alles in Ordnung, brachte er mit Mühe heraus. Dann nahm er rasch auf seiner Seite der Couch Platz und rutschte so weit in die Ecke, wie er nur konnte. Der Film war seine Idee gewesen, da konnte er jetzt nicht plötzlich einen Rübzieher machen. Aber sobald die letzte Szene gelaufen war, musste er einen Vorwand finden, um das Zimmer verlassen zu können. Bis dahin blieb ihm nichts anderes übrig, als den Abstand zu ihr so groß wie möglich zu halten und nach Möglichkeit nicht ihren Duft einzuatmen. Bei dem Gedanken verdrehte er die Augen. Dann zwang er sich dazu, sich ganz auf den Film zu konzentrieren. Er konnte nur hoffen, dass der ihn ablenken würde, damit es ihm gelang, den verlockenden Duft zu ignorieren, der ihm in die Nase stieg. Es war ein sinnloses Unterfangen. Sam schien die Komödie zu gefallen und einige Male lachte sie laut, während er keine Ahnung hatte, was sich da eigentlich auf dem Bildschirm abspielte. Zu sehr schlug ihn der anregende Duft in seinen Bann, der von Sam ausging und ihn umgab. Ode Sam war eine berauschende Kreation, die ihm das Wasser so sehr im Mund zusammenlaufen ließ, dass er fürchtete, er könnte jeden Moment zu sabbern beginnen. Als der Film zu Ende war, atmete Mortimer erleichtert auf. Mit einem Satz war er von der Couch aufgesprungen und riss die DVD förmlich aus dem Player, kaum dass der Nachspann angefangen hatte. Er legte die DVD in die Hülle und drehte sich zum Sofa um, wollte etwas sagen, hielt dann aber inne. Sam gähnte von Herzen und er begann zu strahlen, weil sie ihm soeben einen Vorwand geliefert hatte. »Du bist ja hundemüde«, sagte er. »Ich schlage vor, wir machen für heute Schluss.« »Ähm«, der Vorschlag traf sie sichtlich unvorbereitet und an der Art, wie sie zögerte, konnte er erkennen, dass sie überlegte, ob sie ihm versichern sollte, dass sie noch munter war und der Abend erst angefangen hatte oder ob er tatsächlich schlafen gehen wollte. Mortimer schwieg und betete inständig, dass sie sich ohne weitere Diskussion einfach zu Bett begeben würde. Er benötigte dringend Blut und er musste sie so schnell wie möglich in ihr Bett buxieren, damit er das Haus verlassen und sich auf die Suche nach einer Quelle begeben konnte. Durch die Zeit in der Sonne und durch die Kopfverletzung hatte er seinen Vorrat an Blutkonserven aufgebraucht. Die Wunde war wesentlich ernster gewesen, als er Sam hatte glauben lassen. Er war unter Wasser mit voller Wucht auf den Felsbrocken geprallt und hatte vermutlich einen Schädelbruch davon getragen. Das war auch der Grund gewesen, wieso er sich im Schlafzimmer eingeschlossen hatte. Hätte sie ihn gleich nach dem Unfall näher betrachten können, wäre sie nicht mehr davon abzubringen gewesen, ihn ins Krankenhaus zu bringen. Er hatte alles Blut getrunken, das sich noch in der Kühlbox befunden hatte, damit der Heilungsprozess vorangetrieben wurde. Das Telefonat mit ihrem Chef hatte ihm wertvolle Minuten eingebracht, damit er ihr nicht gegenübertreten musste und sein Körper Zeit hatte, um die Blutung zu stoppen und die Verletzung zu heilen. Das war zwar gelungen, aber dafür war nun auch der gesamte Vorrat an Konserven aufgebraucht. Es wäre vermutlich alles gut gelaufen und er hätte bis zur Rückkehr nach Magnetowon am nächsten Tag durchgehalten. Doch dann musste er sich ja unbedingt die Hand am Grill verbrennen. Diese Brandwunde hatte er auch vor Sam verheimlichen können und sie war inzwischen fast verheilt, aber das alles hatte viel Blut verbraucht und er musste jetzt dringend trinken. Ich, ja, ich schätze, ich sollte mich schlafen legen, sagte Sam schließlich, ließ eine kurze Pause folgen und sah ihn einen Moment lang an. Mortimer wusste, sie hoffte darauf, dass er ihr in letzter Sekunde einen Vorwand lieferte, um noch aufzubleiben, doch er schwieg und stand nur abwartend da. Tja, sie stand auf und ging zur Tür. Das hat Spaß gemacht, meinte sie in kühlem Ton. Vielen Dank, auch fürs Essen. Dann bis morgen früh. Gute Nacht, murmelte er, während sie an ihm vorbei in den Flur ging, um sich zu ihrem Schlafzimmer zu begeben. Schweigend schaute er ihr nach, bis sie die Tür hinter sich geschlossen hatte. Erst dann atmete er mit einer Mischung aus Bedauern und Erleichterung durch. Ihm war nicht der enttäuschte Ausdruck in ihren Augen entgangen. Es war deutlich, dass sie die widersprüchlichen Signale nicht zu deuten wusste, die von ihm ausgingen. Gestern Abend war er noch der begierige, fordernde Liebhaber gewesen, dessen Pläne letztlich von einem Schwarm Blutegel durchkreuzt worden waren. Und heute Abend? Nichts. Nicht mal ein Gute-Nacht-Kuss. Doch Mortimer konnte es einfach nicht wagen, ihr zu nahe zu kommen. Sein Hunger nach Blut konnte zu leicht über sein Verlangen nach ihrem Körper triumphieren, und dann würde er sie beißen, ob er es wollte oder nicht. Mortimer war davon überzeugt, dass Sam noch nicht bereit war, sich das anzuhören, was er ihr zu sagen hatte. Lieber wollte er ein paar Tage warten, damit sie mehr Zeit hatte, um sie beide als Paar wahrzunehmen. Dafür wollte er sie umwerben, wie sie es verdient hatte. Auch wenn er genau das im Moment nicht tun konnte. Missmutig ging er zwischen Küche und Wohnbereich hin und her und zählte die Minuten. Er würde ihr eine halbe Stunde geben, bis sie eingeschlafen war. Erst dann konnte er sich auf die Suche nach Blut begeben. Sam lag lange Zeit im Bett und starrte in die Dunkelheit, während sie darauf lauschte, wie Mortimer in der Küche auf- und abging. Sie wurde aus diesem Mann einfach nicht schlau, und er machte sie mit seiner Art wahnsinnig. Am Abend zuvor wollte er am liebsten über sie herfallen. Heute Morgen bekam sie von ihm einen Kuss, und das war's dann für den Tag gewesen. Kein Gute-Nacht-Kuss, ganz zu schweigen davon, dass er keinerlei Annäherungsversuche unternommen hatte, als sie gemeinsam auf der Couch saßen. Das alles bestärkte sie in ihrer Vermutung, dass der gestrige Abend lediglich eine Ausnahmesituation gewesen war, die sich sicher nicht wiederholen würde. Diese Erkenntnis ließ sie betrübt seufzen. Sie horchte auf, als die Haustür geöffnet und wieder geschlossen wurde. Sie setzte sich auf und lauschte. Ihr erster Gedanke war, dass er womöglich im See schwimmen wollte. Doch dann wurde der Motor des SUV angelassen. Der Kies knirschte unter den Reifen, als der Wagen leise abfuhr. Sie ließ den Kopf wieder auf ihr Kissen sinken. Ganz bestimmt machte Mortimer sich auf die Suche nach dem Nachtleben, nachdem er und die anderen Männer am ersten Abend gefragt hatten. Es war kein erfreulicher Gedanke, dem nur noch unerfreulichere folgten. Sam lag da und malte sich aus, wie er irgendeine schäbige kleine Bar aufsuchte, mit den kurvenreichen Frauen tanzte und mit einer von ihnen zu seinem Geländewagen zurückkehrte, um mit ihr all die wunderbaren Dinge zu tun, mit denen er Sam verwöhnt hatte, bis die Egel zum Angriff übergegangen waren und sie mit ihren Malen übersät hatten. Stündend drehte sie sich auf die Seite und versetzte ihrem Kissen einen Faustschlag. Dann schloss sie die Augen und versuchte einzuschlafen. Doch ihre Gedanken ließen sie nicht in Ruhe. Und so lag sie immer noch wach da, als das Knirschen der Kieselsteine auf dem Zufahrtsweg die Rückkehr des Geländewagens ankündigte. Sie lauschte, wie Mortimer fast lautlos das Cottage betrat und sich in sein Zimmer zurückzog. Schließlich herrschte wieder völlige Ruhe und sie schlief irgendwann ein. Wie viele Stunden sie letztlich geschlafen hatte, wusste sie nicht, als sie am Morgen gegen neun Uhr aufwachte. Mortimer war bereits auf und im Haus aktiv. Sie hörte ihn, während sie frische Kleidung zusammensuchte. Als sie aus ihrem Zimmer kam, schlug er der Duft von frischem Kaffee und Frühstücksspeck entgegen. Sie inhalierte das köstliche Aroma und betrat im Nachthemd den Flur, wobei sie ihre Kleidung wie einen Schutzschild vor sich hielt. Am Ende des Flurs angelangt, schaute sie um die Ecke und entdeckte Mortimer, der mit dem Rücken zu ihr am Herd stand und Kartoffelecken in der Bratpfanne zubereitete. Schnell huschte sie weiter ins Badezimmer, um zu duschen. Zehn Minuten später betrat sie fertig angezogen die Küche. Ihr noch feuchtes Haar hatte sie glatt nach hinten gekämmt. Dass sie keinerlei Make-up aufgelegt hatte, war für Mortimer offenbar kein Grund, die Flucht zu ergreifen. Guten Morgen, begrüßte er sie und lächelte sie breit an. Morgen, murmelte sie und wollte an ihm vorbeigehen, als er unerwartet einen Arm um sie legte und sie kurz, aber intensiv küsste. Als er sie losließ und sich wieder dem Geschehen auf dem Herd zuwandte, musste Sam erst einmal nach Luft schnappen, während sie rätselte, was das nun wieder zu bedeuten hatte. Sie konnte sich nach wie vor keinen Reim auf diesen Mann machen. In der einen Minute war er scheinbar verrückt nach ihr, in der nächsten behandelte er sie wie einen Kumpel oder wie eine kleine Schwester. Und dann gab er ihr einen guten Morgenkuss, der vor Leidenschaft brodelte. Jetzt war sie vollends verwirrt. Während sie da stand und grübelte, verkündete er auf einmal, das Frühstück sei fertig und sie solle sich einen Teller nehmen. Kopfschüttelnd griff sie gleich zwei Teller und stellte sich neben ihn, damit er auflegen konnte. Als er fertig war, brachte sie alles zum Tisch. Erst als sie saß, sah sie sich genauer an, was er eigentlich zubereitet hatte. Der Speck war völlig verkohlt, die Eier waren noch ein wenig flüssig und die Kartoffeln hatte er von allen Seiten gründlich anbrennen lassen. Trotzdem wusste sie, es würde das köstlichste Frühstück sein, das ihr je vorgesetzt worden war, weil er sich die Mühe gemacht hatte, es für sie zuzubereiten. Lächelnd griff sie nach der Gabel und begann zu essen. Nachdem sie schweigend gefrühstückt hatten, begann Mortimer plötzlich gutgelaunt zu überlegen, was sie an diesem Tag unternehmen konnten. Eine Weile war er der Einzige, der redete, doch es schien ihm nichts auszumachen. Erst als sie sich an der Unterhaltung beteiligte und gegen Vorschläge machte, fiel ihr auf, dass er mit einem Mal entspannter wirkte. Offenbar war ihm ihr beharrliches Schweigen gar nicht zurecht gewesen. Von da an redeten sie beide wieder unbefangener miteinander, beschränkten sich aber auf unverfängliche Themen wie das Wetter, die Außenpolitik und ihre Lieblingsbücher, auf Filme, Musik und Ähnliches. Nach dem Frühstück spülten sie gemeinsam ab, als auf einmal Sams Telefon klingelte. Mortimer trocknete weiter die Teller ab, während sie nach draußen gingen. Als sie ins Cottage zurückkam, hatte er bereits alles weggeräumt und auch den Herd und den Tresen abgewischt. Die Lettimers werden heute Nachmittag gegen halb fünf landen, gab sie weiter, was ihr Chef ihr soeben mitgeteilt hatte. Mr. Bubcocks Sohn wird sie am Flughafen abholen und von da aus direkt herkommen. Dann haben wir noch den ganzen Tag für uns, meinte Mortimer und legte das Küchentuch auf die Spüle. Er lehnte sich lässig gegen den Tresen und sah in seiner Jeans und dem schwarzen T-Shirt unglaublich sexy aus. Zum Anknabbern sexy. Da ihr eigener Gedanke sie erröten ließ, drehte sie sich rasch zur Seite. Ich sollte wohl nochmal Bellmond anrufen, dann kann ich ihren Eltern berichten, was er unternimmt, um Kathy zu finden. Gute Idee, fand er. Ich gehe in der Zwischenzeit schnell duschen. Sam sah ihm nach, wie er durch den Flur ging und in seinem Zimmer entschwand, und sie musste leise seufzen. Dann aber riss sie sich zusammen und konzentrierte sich auf ihr Telefon. Sie tippte Bellmans Nummer ein und lehnte sich gegen den Küchentresen, während ihr Blick zum Mortimer wanderte, der eben wieder sein Zimmer verließ. Mit großen Augen nahm sie jedes Detail in sich auf, als er nur mit seiner Jeans bekleidet in den Flur trat. In einer Hand hielt er die Kleidung, die er nach dem Duschen anziehen wollte. Reflexartig erwiderte sie sein Lächeln, dass er ihr zuwarf, als er ins Badezimmer ging und die Tür hinter sich schloss. Aus dem Telefon drang die ganze Zeit über ein Freizeichen, doch davon nahm sie kaum Notiz. Die Wände im Cottage waren extrem dünn, so dass sie hören konnte, wie Mortimer den Reißverschluss seiner Hose aufzog. Sam bekam einen trockenen Mund, als ihr Geist, die zu den Geräuschen passenden Bilder produzierte, die ihn zeigten, wie er nackt in den warmen Regen der Dusche trat. Plötzlich wurde ihr heiß und sie fächelte sich Luft zu, bis sie merkte, dass sie dafür ihr Telefon benutzte, aus dem plötzlich eine Stimme drang. Rasch hielt sie es wieder ans Ohr und meldete sich. Sie hatte einen Auftrag zu erledigen und davon sollte sie sich nicht ablenken lassen. Sicher, der Auftrag hatte nicht direkt mit ihrer Arbeit zu tun, aber sie hatte ihrem Chef versprochen, die Polizei auf Trab zu halten, bis er hier eintraf und das selbst erledigen konnte. Also würde sie das auch tun. Mortimer genügte einen Blick in Sams wütendes Gesicht, um zu wissen, dass das Telefonat nicht gut verlaufen war. Er nahm seine Sandalen an sich, zog die Badezimmertür hinter sich zu und ging zum kleinen Küchentisch, wo er sich auf einen Stuhl setzte, um die Sandalen anzuziehen. Was hat Bellman gesagt? Ha! machte Sam wütend. Er hat sich wieder verleugnen lassen. Angeblich ist er mit Ermittlungen in einem anderen Fall beschäftigt. Ich wette, er ist im Büro und lässt mich einfach nur von der Zentrale abwimmeln. Er hob die Augenbrauen. Und mit wem hast du stattdessen angesprochen? Nur mit der Zentrale. Angeblich ist niemand im Haus, der mir etwas dazu sagen kann, wie die Untersuchungen vorankommen. Sieht so aus, als hätten Babcocks Freunde nicht viel ausrichten können. Es ist früh am Tag, betonte Mortimer. Der Anruf kann noch immer was bewirken. Hm, machte Sam skeptisch. Er stand auf, nahm Sams Hand und ging mit ihr zur Tür. Wohin willst du? fragte sie neugierig. Wir werden jetzt einen Spaziergang unternehmen, damit du deine Sorgen und deinen Ärger loswirst. Daraufhin setzte sie zu einer Erwiderung an, vermutlich zu einem Protest, dass sie wie versprochen im Cottage bleiben müsse. Doch er kam ihrem Einwand zuvor. Falls jemand anrufen sollte, du hast dein Handy in der Tasche. Und an der frischen Luft unterwegs zu sein, ist allemal besser, als in diesem winzigen Cottage auf- und abzurennen, nur weil du auf einen Rückruf wartest, der vielleicht gar nicht kommt. Verwundert sah sie auf das Telefon in ihrer Hand, das sie immer noch fest umklammert hielt und das sie völlig vergessen hatte. Sie seufzte leise und schob es in die Hosentasche. Mortimer atmete erleichtert auf, dass sie sich so schnell mit seinem Vorschlag einverstanden erklärt hatte, auch wenn er letzten Endes so oder so gewonnen hätte. Wenn es sein musste, konnte er verdammt stur sein. Und wie es schien, brauchte Sam jemanden, der sich unnachgiebig zeigte. Nach dem zu urteilen, was er von ihren Schwestern und auch von ihr selbst erfahren hatte, arbeitete sie einfach zu viel und erlaubte sich zu wenig Freizeit. Sie konnte ein wenig Spaß und Entspannung gut gebrauchen und er war genau der richtige Mann, um ihr diese Dinge zu geben. Nun, zumindest wollte er dieser Mann sein, hielt er sich vor Augen. Er war nicht gerade das, was man als eifrigen Partygänger hätte bezeichnen können. Genau genommen traf die Feststellung über das Missverhältnis zwischen Arbeit und Freizeit auf ihn in gleicher Weise zu. Aber er wollte, dass Sam sich entspannte. Er wollte etwas von dieser Last von ihren Schultern nehmen und sie glücklich erleben. Du bist letzte Nacht nochmal weggefahren? sagte Sam plötzlich, nachdem sie bereits einige Minuten den Trampelpfad entlang gestopft waren. Er sah sie an und freute sich, dass bereits etwas von ihrer Anspannung von ihr abfiel. Der Spaziergang zeigte Wirkung, wenn auch etwas verspätet. Sie hatten bereits eine beträchtliche Strecke auf dem Weg zurückgelegt, der sich über das Grundstück zog. Das Cottage war hinter ihnen zurückgefallen und außer Bäumen konnte er ringsum nichts erkennen. Diese Bäume waren der einzige Grund, weshalb er hier unterwegs war, denn das dichte Laubdach schützte ihn vor der Sonne. So konnte er gefahrlos bei Tageslicht unterwegs sein, was er als sehr angenehme Erfahrung empfand. Mortimer? fragte Sam und machte ihn darauf aufmerksam, dass er sich nicht zu ihrer Bemerkung geäußert hatte. Er zögerte, da er nicht wusste, was er erwidern sollte, aber schließlich sagte er, ich war rastlos. Ich dachte, wenn ich eine Weile durch die Gegend fahre, komme ich vielleicht zur Ruhe und kann einschlafen. Du warst lange unterwegs, wandte sie ein, was er nicht leugnen konnte. Es hatte eine Ewigkeit gedauert, ehe er die vier Spender gefunden hatte, die ihn mit genug Blut versorgten, damit er sich wieder in Sams Nähe begeben konnte. Natürlich war es nicht möglich, ihr das zu erklären. Wenn du gehört hast, wie ich zurückgekommen bin, bist du aber lange wach geblieben, überging er ihre Frage. Sam errötete. Ich konnte nicht einschlafen. Ich auch nicht, obwohl ich durch die Gegend gefahren bin, räumte er ein und fügte dann ohne nachzudenken hinzu. Ich bin es nun mal nicht gewöhnt, so früh schlafen zu gehen. Sie stutzte. So früh? Du bist doch sicher erst gegen drei Uhr zurückgekommen. Mortimer überlegte noch, wie er seinen Versprecher ausbügeln sollte, da kam Sam ihm zu Hilfe. Aber als Musiker hast du sowieso einen ganz anderen Tagesrhythmus. Nach einem Auftritt bist du bestimmt viel zu aufgedreht, um ins Bett zu gehen. Ihr macht doch garantiert bis in die frühen Morgenstunden Party, wenn ihr auf Tour seid. Sam zog eine betrübte Miene, als sie das sagte und dabei vermutlich ihren Tagesablauf mit seinem Verglich, der so völlig anders sein musste. Tatsächlich war das ja auch der Fall, wenn gleich aus einem anderen Grund als dem, den sie vermutete. Er war immer unterwegs, jagte Abtrünnige oder erledigte andere Aufträge für den Rat, während sie in Toronto jeden Tag am gleichen Ort arbeitete. Er ernährte sich vom Blut der Sterblichen und sie war selbst eine von diesen Sterblichen. Falls sie je zur Blutspende gegangen war, konnte es durchaus sein, dass er schon einmal ihr Blut getrunken hatte. Wahrscheinlich war das nicht, aber auch nicht völlig unmöglich. Das Leben hier oben muss für dich doch schrecklich langweilig sein, erklärte sie plötzlich mit einem besorgten Unterton. Langweilig? Abrupt blieb er stehen und drehte sie zu sich um. Er ließ ihren Arm los und legte die Handflächen an ihr Gesicht. Dann versicherte er ihr, Seit ich dir begegnet bin, habe ich mich nicht eine Minute gelangweilt. Überrascht setzte sie zum Reden an, doch da sie kurz zögerte, nutzte er die Gelegenheit und küßte sie. Seine Zunge glitt zwischen ihre Lippen, die einen Spalt breit geöffnet waren. Zu seiner großen Freude entzog Sam sich ihm nicht, sondern legte die Hände um seine Schultern, während er ihre Taille umfasste und sie an sich heranzog. Mortimer ließ mehr Leidenschaft in seinen Kuss einfließen, was sie mit einem heftigen Stöhnen beantwortete. Sie hielt den Unsterblichen enger umschlungen und als sie ihre Hüften an seinen rieb, konnte er nicht anders als seine Hände um ihren Po zu legen. Dann zog er sie an sich, bis ihre Füße nicht mehr den Boden berührten und trug sie den Pferd entlang zu einem ganz bestimmten Baum, der nicht weit entfernt war. Als er spürte, wie seine Hände dessen Rinde berührten, hob er Sam noch ein wenig an, damit er sie mit der Hüfte gegen den Baum drücken konnte. Sie sollte spüren, dass er nicht im Mindesten gelangweilt war. Außerdem hatte er auf diese Weise die Hände frei. In der ersten Nacht hier im Cottage hatte er bereits einen Großteil ihres Körpers erkundet und er brannte darauf, sie ihrer Kleidung zu entledigen, damit er sie nackt und bei Tageslicht bewundern konnte. Aber er wollte nichts überstürzen, damit sie nicht vor Schreck einen Rückzieher machte. Also streichelte er zunächst nur durch das T-Shirt hindurch ihre Brüste. Sam musste sofort wieder stöhnen und drückte den Rücken durch, um ihre zierlichen Knospen in seine Hände zu pressen. Als er sich ganz auf ihre Nippel konzentrierte und durch den Stoff hindurch vorsichtig an ihnen zupfte, begann sie zu keuchen und küsste ihn noch intensiver. Gleichzeitig vergrub sie die Finger in seinen Haaren, damit er nicht zurückweichen konnte. Mortimer lachte leise und genoss, wie heftig sie auf seine Berührungen reagierte. Dann schob er ein Knie zwischen ihre Beine und ein Stück weit nach oben, bis sein Oberschenkel ihre empfindsamste Stelle berührte. Das ließ sie noch ein wenig mehr die Kontrolle verlieren und er fühlte, wie ihr explodierendes Verlangen auf ihn übersprang. Lustvolle Laute drangen über ihre Lippen, während sie fordernd die Hände auf seinen Hintern legte und ihn dazu anspornte, sich zu bewegen, bis ihre Erregung die Luft um sie herum zu entzünden schien. Mortimer atmete tief ihren Duft ein. Dann unterbrach er den Kuss, um nach dem Knopf ihrer Jeans zu tasten. Hast du schon mal im Wald Sex gehabt? fragte er mit belegter Stimme. Keuchend schüttelte sie den Kopf. Würdest du gern? knurrte er, während er den Knopf öffnete. Sie wollte nicken, hielt jedoch inne, riss die Augen weit auf und schüttelte den Kopf. Diesmal in fast panischer Weise. Nicht? Seine Hand truhte auf dem Reißverschluss ihrer Shorts und er sah sie fragend an. Bär! brachte sie krächzend heraus. Was? Ein Bär! wiederholte sie atemlos. Mortimer drehte sich um, da Sam auf irgendetwas deutete, was sich hinter ihm befand. Einen Moment lang wollte er nicht glauben, was er da sah. Da stand tatsächlich ein Bär. Das elende Vieh war keine drei Meter von ihm entfernt. Wie war es ihm nur gelungen, ihnen beiden so nahe zu kommen, ohne dass er es bemerkt hatte? Mortimer! zischte sie ihm zu und machte ihn darauf aufmerksam, dass er einfach nur da stand und das Tier ansah, das nach den Blutegeln seinen nächsten Versuch vereitelte, mit Sam zu schlafen. Würde das jetzt etwa immer so weitergehen? Verdammt! murmelte er und überlegte, ob er etwas unternehmen sollte, um das Tier zu verjagen. Ein Fausthieb auf die Nase wäre sicher eine gute Taktik. Er war so stinksauer, dass er davon überzeugt war, es mit dieser Kreatur aufnehmen zu können. Doch wenn er das tat, würde er Sam gegenüber mehr über sein wahres Ich enthüllen, als er im Moment für vertretbar hielt. Nachdem der Bär sie gestört hatte, würde sie ohnehin nicht dort weitermachen wollen, wo sie unterbrochen worden waren. Und selbst wenn, würde vermutlich ein zweiter Bär vorbeischauen und sie von ihrem Vorhaben abhalten. Unter freiem Himmel hatte er einfach kein Glück. Mord, begann sie, aber er wirbelte zu ihr herum, packte sie an der Talie und warf sie sich über die Schulter. Dann rannte er in die Richtung zurück, aus der sie gekommen waren. Er konnte nur hoffen, dass Sam zu sehr auf den Bären fixiert war, um etwas von der übermenschlichen Geschwindigkeit zu bemerken, mit der Mortimer durch den Wald jagte. Du kannst nicht vor einem Bären davonlaufen, keuchte sie in Etappen zwischen zwei Schritten. Kannst du ihn sehen? hielt er dagegen. Es folgte eine Pause und er spürte, wie sich ihre Fingernägel in seinen Rücken drückten, als sie versuchte, sich aufzurichten, um zu sehen, was hinter ihnen war. Nein, gab sie zu und klang trotz ihrer unbequemen Position einigermaßen überrascht. Gut. Er fragte sich, ob er dem Tier wohl tatsächlich davongelaufen war oder ob es gar nicht erst die Verfolgung aufgenommen hatte. Seine Vermutung war, dass Letzteres zutraf. Der Bär hatte keinen besonders aggressiven Eindruck auf ihn gemacht, lediglich hungrig und vielleicht auch ein bisschen neugierig, auf was für sonderbare Gestalten er da gestoßen war. Aber wenn Mortimer ganz ehrlich war, kümmerte ihn der Grund überhaupt nicht. Der Bär hatte bereits einen sehr vielversprechenden Augenblick ruiniert. Seufzend wurde er langsamer und langsamer, bis er schließlich stehen blieb und Sam von der Schulter nahm, um sie auf dem Waldboden abzusetzen. Da sie leicht schwankte, hielt er sie fest und fragte besorgt, Geht es dir nicht gut? Sie klammerte sich an seinen Armen fest, um Halt zu finden, nickte aber. Doch, doch, alles in Ordnung, beteuerte sie ein wenig außer Atem. Dann fügte sie ironisch hinzu. Ich lebe noch und ich habe noch sämtliche Arme und Beine. Angesichts der Tatsache, dass sie ihren Humor wiedergefunden hatte, musste er lächeln, stützte sie aber trotzdem noch einen Moment lang, ehe er sie in Richtung Cottage dirigierte. Sie hatten erst ein paar Schritte zurückgelegt, da stöhnte sie leise. Was ist los? fragte Mortimer. Nichts, behauptete sie zuerst, erklärte dann jedoch, ich glaube, die Natur hat etwas gegen mich. Vielleicht sollten wir derartige Versuche zukünftig nicht mehr unter freiem Himmel unternehmen. Da kann ich dir nur zustimmen, unterstrich er, begann zu lachen und nahm Sam in die Arme, ehe er mit ihr zusammen weiterging. Nach ein paar Schritten blieb er stehen und sagte mit rauer Stimme, in dem Fall möchte ich wirklich zurück ins Cottage. Sam stutzte, als sie den Schutz der Bäume verließen und beim großen Cottage der Lettimers ankamen. Auf der Flucht vor dem Bären musste Mortimer irgendwann falsch abgebogen sein. Sie seufzte leise, als sie sah, dass ein Polizeiwagen vor der Tür stand und die Haustür geöffnet war. Wie es schien, mussten sie die Rückkehr in ihr Gäste-Cottage verschieben. Ich sehe wohl besser mal nach, was da los ist, sagte sie widerstrebend. Eigentlich wollte sie sich jetzt nicht mit Belmond befassen, aber sie wusste, es ging nicht anders. Er stimmte Mortimer ihr zu. Dann drückte er sanft ihre Hand und lächelte sie an. Ist schon okay. Uns bleibt immer noch Zeit. Als sie das hörte, entspannte sie sich ein wenig und ging mit ihm zum Haus. Das flüchtige Lächeln, das dabei ihre Mundwinkel umspielte, verschwand jedoch gleich wieder, als sie das Cottage betraten und Belmond auf einem Hocker in der Küche sitzen sahen, wo er schallend über etwas lachte, was ein anderer Polizist ihm erzählte. Wie es schien, hatte Mr. Babcocks Anruf bei seinen Freunden rein gar nichts bewirkt. Oder aber die Folgen dieses Anrufs waren bislang nicht bis zu Belmond vorgedrungen. Auf jeden Fall sah die Situation nicht nach polizeilicher Ermittlungsarbeit aus. Oh. Sergeant Belmond wurde abrupt ernst und stand auf, als Sam mit Mortimer auf ihn zukam. Mit grimmiger Miene nickte er zum Gruß und erklärte, Ich bin zu Ihrem Cottage gefahren, um Sie über den neuesten Stand der Dinge zu unterrichten, aber Sie waren nicht da. Wir haben einen Spaziergang unternommen, entgegnete sie ruhig. Sie hätten die Nummer anrufen sollen, die ich Ihnen gegeben habe, Sergeant. Ich habe mein Handy mitgenommen. Hm. Machte Belmond. Ich habe eine Vermisstenmeldung für ganz Kanada herausgegeben. Sam nickte und wartete, dass er ihr verriet, was er sonst noch unternommen hatte, und wartete und wartete. Als er nach bestimmt einer halben Minute unverändert schweigend dastand, fragte sie ungläubig, Und das ist alles? Belmond versteifte sich, da er sich prompt angegriffen fühlte und fauchte sie an. Was bitte erwarten Sie eigentlich, was ich tun soll? Wir haben den Tatort untersucht. Die gefundenen Fingerabdrücke werden momentan verglichen. Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu, Da fällt mir ein, haben Sie beide hier eigentlich viel angefasst? Nur den Schlüsselbund, erwiderte sie. Haben Sie mit den Nachbarn der Lettemas gesprochen? Warum sollte ich? gab er überrascht zurück. Sie können gar nichts gesehen haben. Hier sind alle anwesend dicht von Bäumen umstanden, damit man seine Ruhe vor den anderen hat. Es würde gar nichts bringen, sie zu befragen. Mag sein, aber Sie könnten es ja wenigstens versuchen, fuhr sie ihn an und merkte erst in diesem Augenblick, dass sie vor Wut zu schreien begonnen hatte. Das dauert höchstens ein paar Minuten und vielleicht hat ja jemand einen Fremden in der Gegend beobachtet oder ein fremdes Fahrzeug, das zu keinem der Kottisches gehört. Bellman schnaubte gereizt. Na schön, wie Sie meinen, dann werde ich eben mit den verdammten Nachbarn reden, auch wenn ich Ihnen jetzt schon sagen kann, dass das reine Zeitverschwendung sein wird. Auf dem Weg zur Tür blieb er plötzlich stehen, machte Kehrt und drückte Sam einen einzelnen Schlüssel in die Hand. Dieser Beppcock hat davon geredet, dass die Lettemas heute herkommen werden. Dann können Sie ihnen ja nachher die Schlüssel zurückgeben und schließen sie ab, wenn Sie das Haus verlassen. Er drehte sich um und ging ohne ein weiteres Wort nach draußen. Der andere Polizist blieb noch lange genug stehen, um entschuldigend mit den Schultern zu zucken. Schließlich eilte er hinter seinem vorgesetzten Heer aus dem Haus. Was für ein aufgeblasener Widerling, schimpfte Sam, nachdem die Tür ins Schloss gefallen war. Da kann ich dir nur zustimmen, meinte Mortimer fast beiläufig und als sie sich zu ihm umdrehte, bemerkte sie sein Lächeln. Was ist daran so lustig? brummte sie erstaunt. Der Mann bringt mich zur Raserei. Ich weiß, und wenn du so richtig sauer bist, kannst du anderen auf eine bewundernswerte Weise Furcht einflößen, erklärte er und kam dabei näher. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Mann vor Schreck bleich wurde, nachdem du ihn zusammengestaucht hast. Ich habe ihn nicht zusammengestaucht, widersprach Sam, während er die Hände um ihre Taille schob. Dann begann sie zu grübeln. Oder etwa Dach? Mortimer nickte amüsiert. Er hatte es auch nicht anders verdient. Schließlich ist er ja auch ein aufgeblasener Widerling. Sam musste lachen, als Mortimer sich vorbeugte, um an ihrem Ohr zu knabbern. Ihr Blick war jedoch auf die Tür gerichtet und ihre Gedanken kreisten um den nutzlosen Sergeant Belmont. Sam, flüsterte Mortimer ihr ins Ohr, Hm? fragte sie, während sie die Hände geistesabwesend um seine Taille schob. Mit seiner freien Hand hob er ihren Kopf an, damit er mit dem Mund über den Ehren streichen konnte. Dann knabberte er behutsam an ihrer Unterlippe und sagte, Wir sind jetzt nicht mehr im Freien. Sie sah ihn an und riss die Augen auf, als er begann, ihr T-Shirt aus den Shorts zu ziehen. Oh, hauchte sie, kaum dass seine Finger über ihren Bauch glitten. Nein, wehrte sie hastig ab. Das geht nicht. Nicht hier drinnen. Doch, das geht, wisperte er und drehte sie so, dass er sie vor sich auf den Tresen heben konnte. Hier gibt es keine Egel und keine Bären und Mutter Natur hat nichts in der Hand, um uns noch einmal zu stören. Er schob ihr T-Shirt weiter hoch, bis ihre Brüste vom Stoff befreit waren. Dann beugte er sich vor und ließ seine Zunge von ihrem Bauchnabel bis zu einem Nippel wandern, den er sofort mit seinen Lippen umschloss. Wir sollten wirklich nicht hier damit anfangen, wandte sie stöhnend ein und vergrub die Finger in seinem Haar, um ihn näher an sich zu ziehen. Die Lettemers kommen heute her. Aber erst später am Tag, murmelte er und öffnete den Knopf und den Reißverschluss ihrer Shorts. Erst in vielen Stunden. Wir haben also genug Zeit. Und wenn Belmond nochmal zurückkommt, fragte sie und schnappte nach Luft, da er eine Hand in ihre Shorts schob. Dann werde ich ihn umbringen, meinte Mortimer und brachte Sam überraschend zum Lachen. Offenbar brachte ihr Einwand ihn jedoch dazu, seinen Plan etwas der Lager anzupassen, da er sie von dem Tresen hob und in die Küche trug. Jetzt sind wir vor Entdeckung sicher, sagte er, als er mit ihr zu Boden sank. Sam wusste, dass sie keineswegs sicherer waren als noch Augenblicke zuvor, aber jetzt fühlte sie sich zumindest ein bisschen wohler. Als Mortimer sich langsam auf sie legte, begann sie, seine Küsse zu erwidern. In dem Moment, dass Sam eine Reaktion zeigte, wusste er, sie würde nicht länger nach Ausflüchten suchen. Er streifte ihr das T-Shirt über den Kopf und zog sein eigenes ebenfalls aus, damit sie beide als Kissen benutzen konnten. Obwohl sie noch ihre Shorts und er seine Jeans trug, schob er sich zwischen ihre Schenkel und rieb sich an ihr. Seine Zunge erkundete ihren Mund, die Hände wanderten über ihre nackte Haut. Sam war nie zuvor auf einem Küchenboden geliebt worden, doch sie musste schnell feststellen, dass sie da nicht viel versäumt hatte. Die Fliesen drückten kalt und hart gegen ihren Rücken und ihre Schulterblätter und als Mortimer an ihren Shorts zog und sie die Kälte auch an ihrem Po spürte, entschied sie, dass sie nicht unten liegen wollte und dass sie lange genug die passive Rolle gespielt hatte. Zu seiner völligen Überraschung schob sie ihr Bein weg und drückte gleichzeitig gegen seine Brust, dass er nicht anders konnte, als zur Seite zu rollen, bis er auf dem Rücken gelandet war. Ehe er etwas dagegen unternehmen konnte, setzte sie sich auf ihn und lächelte, als sie seine verdutzte Miene sah. Hab dich, flüsterte sie und beugte sich vor, um ihm einen Kuss zu geben. Dann öffnete sie den Knopf an seiner Jeans und erstarrte mitten in der Bewegung, als sie hörte, wie die Haustür geöffnet und einen Moment später ins Schloss geworfen wurde. Sie richtete sich auf und sofort stockte ihr der Atem, als sie die junge Frau sah, die vom Foyer in den weitläufigen Wohnbereich kam. »Cathy«, Mortimer zwinkerte verblüfft, als er hörte, dass Sam den Namen hervorstieß, als habe sie ein Ungeheuer gesehen. Dann duckte sie sich hastig und angelte nach ihrem T-Shirt. Ein Schmerzenslaut kam über Mortimers Lippen, als sie dabei ihr Knie in seinen Schritt rammte. »Tut mir leid«, zischte sie ihm zu, ohne auch nur in seine Richtung zu sehen, da sie genug damit zu tun hatte, in aller Eile ihr Oberteil anzuziehen. »Hallo? Ist da jemand?« Mortimer fluchte stumm und knöpfte die Jeans zu, während Sam sich hastig durch die Haare fuhr, um sie ein wenig in Ordnung zu bringen. Sie sprang auf und rief, »Cathy, hallo!« Das Lächeln, das sie dabei aufsetzte, wirkte nach Mortimers Meinung erschrocken und ziemlich künstlich, aber die andere Frau schien davon nichts zu merken. »Ich kenne Sie doch. Wer sind Sie? Eine von Daddys Angestellten?« »Ich arbeite für den Anwalt ihres Vaters, Clarence Babcock«, erklärte Sam förmlich. »Wir sind uns ein paar Mal begegnet, als sie mit ihren Eltern in der Kanzlei waren.« Die angeblich Vermisste musste ein Stück näher gekommen sein. Zumindest klang ihre Stimme lauter, fand Mortimer, während er sein T-Shirt an sich nahm und es überstreifte. Sam ging unterdessen um den Tresen herum, wohl um zu verhindern, dass Kathy ihn auf dem Fußboden entdecken konnte. »Ich wurde hergeschickt, weil sie spurlos verschwunden waren,« fuhr Sam fort und entfernte sich weiter von Mortimer. »Ihre Eltern sind krank vor Sorge, und während wir hier stehen, befinden sie sich deswegen auf dem Rückflug von Europa.« Er stopfte das T-Shirt in seine Jeans und fuhr sich durchs Haar, dann kniete er sich hin und spähte vorsichtig über den Tresen. »Ach, das ist mal wieder typisch, dass die gleich in Panik geraten,« sagte Kathy Lettema aufgebracht und machte eine wegwerfende Handbewegung, während sie sich auf das Sofa fallen ließ. Mortimer entging nicht, dass sie eine vollbusige Blondine war, die seiner Jessica Rabbit, ähm, die jener Lebensgefährtin verblüffend ähnlich sah, von der er so lange geträumt hatte. »Nicht nur Ihre Eltern sind in Sorge,« erklärte Sam. »Mr. Babcock ebenfalls, und die Polizei hat eine Vermisstenmeldung herausgegeben.« »Das war gar nicht nötig, ich war bloß bei einer Freundin,« gab die junge Frau zurück und klang lediglich verärgert, obwohl sie vor Verlegenheit eigentlich im Erdboden hätte versinken sollen, weil sie alle Welt in helle Aufregung versetzt hatte. Sam war von diesem Verhalten gar nicht angetan und konterte aufgebracht. »Die Tür stand offen, und damit meine ich nicht bloß, dass sie nicht abgeschlossen war, sondern dass sie sperrangelweit offen stand. Ein Sandwich-Lack auf dem Küchentresen, daneben stand ein Glas Cola, nichts davon hatten sie angerührt. Ihre Handtasche und der Schlüsselbund lagen im Flur. Der Wagen stand draußen, jeder hätte ihn mitnehmen können. Alles sah danach aus, dass ihnen etwas zugestoßen war. »Aha!« meinte Kathy wutschnaubend. »Dann habe ich also vergessen, die Tür zuzumachen!« Mortimer sah, wie Sam einen Moment lang die Augen zusammenkniff, um ihr Temperament zu zügeln. Sie machte das erstaunlich gut, denn als sie anschließend weiterredete, klang sie wieder völlig ruhig und fast gelassen. »Was ist passiert?« »Ich wollte ein Sandwich essen. Da rief Matti von nebenan an, weil ihre Cousins aus den Staaten zu Besuch gekommen sind. Die beiden sind Zwillinge und sehen total hinreißend aus,« erklärte sie und zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Also bin ich raus, hab mir ein Jetski geschnappt und bin rübergefahren. Dabei habe ich wohl vergessen, die Tür zuzumachen.« Mortimer nickte. Also hatte er doch richtig gelegen, als er sich im Bootshaus darüber gewundert hatte, dass nur drei Jetskis vorhanden waren. »Verstehe,« entgegnete Sam frostig. »Und wie lange ist das her?« »Keine Ahnung. Drei Tage vielleicht? Oder vier?« Hesse seufzte sehnsüchtig. »Die beiden wissen wirklich, wie man Party macht. Und genau das ist die letzten Tage gelaufen. Bis plötzlich dieser Arsch von der Polizei aufgekreuzt ist. Dieser Bellmond. Er hat mir so lange davon erzählt, wie besorgt alle um mich sind, dass Mattis Dad am Ende zu mir gesagt hat, dass ich besser nach Hause gehe und allen Bescheid sage, dass es mir gut geht. »So ein Idiot,« fügte sie verärgert hinzu. Dann warf sie Sam einen hoffnungsvollen Blick zu und fragte, »Sind Sie allein? Sind Sie die ganze Truppe, die Onkel Clarence hergeschickt hat, um dieses Theater zu veranstalten? Dann kann ich doch jetzt eigentlich zu Matti zurück und ihrem Dad sagen, dass ich allen erzählt habe, wo ich bin, oder?« Wieder sah Mortimer zu Sam, der es nicht gefiel, als »die ganze Truppe« bezeichnet zu werden. Sie hatte auch ganz offensichtlich nicht viel für die Haltung der jungen Frau übrig. Ihm selbst erging es nicht anders. Aber es sah ganz so aus, als würde Sam ihr gleich gehörig den Kopf waschen. Auch wenn das noch so gerechtfertigt war, lief sie damit jedoch Gefahr, sich um ihren Job zu bringen. Sam konnte er nicht kontrollieren und ihm wollte nichts einfallen, was er Kathy Latimer tun oder sagen lassen konnte, um ein Donnerwetter zu verhindern. Also tat er das Einzige, was ihm in den Sinn kam. Er stand auf und kam lässig um den Tresen herumgeschlendert, womit er beide Frauen ablenkte. Sam geriet ins Stocken und biss sich auf die Lippe, was er mit Erleichterung aufnahm. Kathy dagegen machte große Augen. Dann stand sie auf und kam mit geübtem Hüftschwung auf ihn zu. »Hallo, schöner Mann!« Sogar ihr Verhalten entsprach dem von Jessica Rabbit, wie er erstaunt feststellen musste, als sie sich ihm näherte. Und das »Hallo, schöner Mann« war durchaus etwas, was die Frau von Roger Rabbit auch hätte sagen können. Aber so kurvenreich sie auch war und so sehr sie auch seiner Traumvorstellung von einer Lebensgefährtin entsprach, ließ sie ihn dennoch völlig kalt. Er konnte sogar spüren, wie seine Erektion an Härte verlor. Nein, er bevorzugte tatsächlich Olivia Öhl. Nicht, dass Sam wie Olivia Öhl war, korrigierte er sich rasch. Sie war wunderschön und intelligent und sie hatte reizende Augen. Außerdem war er davon überzeugt, dass sie noch anmutiger sein würde, wenn er sie erst einmal gewandelt hatte. Ihre hartnäckige Mittelurentzündung würde dann auch der Vergangenheit angehören. Als ihm bewusst wurde, was er da eigentlich gedacht hatte, sah er zu Sam und lächelte sie an. Er hatte entschieden, dass sie seine Lebensgefährtin sein sollte, auch wenn sie so tollpatschig war. Eine bessere Frau an seiner Seite konnte er sich nicht vorstellen. Kathy Latimer lenkte seine Aufmerksamkeit wieder auf sich, als sie einen Finger über seine Brust wandern ließ. Mortimer bekam ihre Hand gerade noch zu fassen, als die Fingerspitze den Knopf seiner Jeans erreichte. Besten Dank, Schätzchen, aber ich stehe auf erwachsene Frauen. Aus dem verführerischen Blick wurde eine finstere Miene. Kathy war es nicht gewöhnt, zurückgewiesen zu werden. Bei ihrer Figur und der Art, sich zu bewegen, wunderte sich Mortimer nicht über diese Einstellung. Nur wenige Männer würden ein eindeutiges Angebot von ihr ablehnen, davon war er überzeugt. Aber auch wenn ein anderer Mann an seiner Stelle gewesen wäre und zugegriffen hätte, so war doch davon auszugehen, dass er sie früher oder später wieder hätte fallen lassen. Zumindest dann, wenn dieser Mann so dachte wie Mortimer. Für ihn war etwas, das praktisch jeder haben konnte und wahrscheinlich auch schon gehabt hatte, völlig ohne Reiz. Er ging um die junge Frau herum, fasste Sams Arm und dirigierte sie in Richtung Haustür, während er über die Schulter zu Kathy sagte, rufen Sie lieber Ihre Eltern an und sagen Sie ihnen, dass Ihnen nichts passiert ist und dass Sie nur zu egoistisch und zu gedankenlos sind. Auch wenn Sie es nicht verdient haben, scheinen Ihre Eltern Sie zu lieben. Ohne sich um Kathys empörtes Schnauben zu kümmern, zog er die Tür hinter ihnen zu und ging mit Sam zu dem Weg, der zu ihrem Cottage führte. Mit steifen Bewegungen folgte sie ihm und obwohl sie auffallend schweigsam war, versuchte er nicht, sie zum Reden zu bringen. Sie rang noch immer mit ihrer Wut und allen möglichen anderen Gefühlen, wenn er sich nicht in ihrem Gesichtsausdruck täuschte. Belustigung, Verbitterung und Entschlossenheit waren nur ein paar der Regungen, die er erkennen konnte. Im Cottage angekommen, packten sie schweigend ihre Sachen, schlossen das Haus ab und gingen zum Wagen. Nachdem alles im Kofferraum verstaut war, stand Sam da und musterte den Hausschlüssel. Mortimer nahm ihn ja aus der Hand und lief zum Hauptgebäude. Onkel Clarence, endlich! Ich versuche schon seit einer Ewigkeit, dich zu erreichen, hörte er Kathy rufen, als er die Tür öffnete. Er ging leise ins Wohnzimmer und sah, dass sie telefonierte. Sofort schlich er sich in ihren Geist ein und stieß auf die Boshaftigkeit, die alles andere überdeckte. Sie wusste nicht, wer er war, daher hatte sie keine Ahnung, wie sie sich für ihre Zurückweisung an ihm rächen sollte, aber ihr war klar, dass er auf irgendeine Weise mit Sam in Verbindung stand. Sie wollte Sam bei ihrem Onkel Clarence schlecht machen und darauf bestehen, dass er sie auf der Stelle für ihre angeblichen Unverschämtheiten feuerte. So schön Kathy Lettima äußerlich war, so gehässig war das, was in ihr steckte. Kurzerhand veränderte er ihre Erinnerung, gab eine Schussreue dazu und zog sich wieder aus ihren Gedanken zurück. Danach wartete er lange genug, um sich davon zu überzeugen, dass sein Eingriff auch funktioniert hatte, legte den Schlüssel auf den Beistelltisch und verließ das Cottage. »Was war los?« fragte Sam besorgt, als er endlich zu ihr und dem Geländewagen zurückkehrte. »Gar nichts«, antwortete er gelassen. »Sie hat mit deinem Boss telefoniert. Darum habe ich den Hausschlüssel auf den Tisch gelegt und bin gleich wieder gegangen.« »Tja, das war's dann mit meiner Karriere«, murmelte sie und stieg in den Wagen ein. Mortimer schloss ihre Tür, ging um den Wagen herum, stieg auf der Fahrerseite ein und ließ den Motor an. »Ich bin mir sicher, dass dein Job nicht in Gefahr ist. Soweit ich hören konnte, hat sie nicht schlecht über dich geredet.« »Du warst ja auch eine ganze Weile im Haus«, bemerkte sie. Er warf ihr einen bohrenden Blick zu. Doch sie sah aus dem Fenster, sodass er ihren Gesichtsausdruck nicht sehen konnte. Allerdings wurde er das Gefühl nicht los, dass er aus ihrer Stimme einen Anflug von Eifersucht herausgehört hatte. Nein. Das musste er sich eingebildet haben. Sam war intelligent genug, um über Eifersucht erhaben zu sein. »Ich habe einen Moment gewartet, weil ich ihr den Schlüssel geben wollte. Aber das Telefonat schien sich noch eine Weile hinzuziehen, also habe ich ihn auf den Tisch gelegt.« »Hm«, machte sie und sah weiter zur Seite, während er die Zufahrt entlang fuhr. Plötzlich sagte sie, »Sie sieht gut aus, nicht wahr?« Wieder schaute er sie an und wäre fast von der Fahrbahn abgekommen, da er nicht auf den Weg achtete. Sie war tatsächlich eifersüchtig. Sie hatte gar keine Ahnung, was für ein außergewöhnlicher Mensch sie selbst war, wenn sie auf diese eingebildete Blondine eifersüchtig reagierte. Als er ein Stück voraus eine Lücke zwischen den Bäumen entdeckte, die die Straße säumten, machte er einen Schlenker und lenkte den Wagen auf die Wiese, die sich dahinter erstreckte. »Hä, wo willst du denn hin?« fragte sie verdutzt, als er den Motor abstellte und die Handbremse anzog. Seine Reaktion bestand darin, sich auf seinem Platz zur Seite zu drehen, sich über den Schaltknüppel zu beugen und sie zu küssen. Das tat er so lange, bis sie reagierte. Dann küßte er sie weiter, wobei er diesmal seine Finger bei sich behielt. Irgendwann löste er schließlich wieder seine Lippen von ihren. Sie waren beide außer Atem, als er sich zurücklehnte und sie aufmerksam ansah. Während er ihr eindringlich in die Augen schaute, erklärte er, »Sie hat eine gute Figur und sie ist hübsch. Aber sie ist die Gehässigkeit in Person und so falsch wie eine Schlange. Ich mag Frauen, die schlank und dunkelhaarig sind. Frauen, die so sind wie du.« Einen Moment lang ließ er seine Worte wirken, dann fügte er hinzu, »Und falls es dir nicht aufgefallen ist, als sie mich berührt hat, war meine Erektion dahin, die du mir in der Küche durch unseren kleinen Ringkampf auf dem Fußboden beschert hattest.« Sam sah ihn lange Zeit sprachlos an. Auf einmal warf sie sich ihm an den Hals. Sie küsste ihn, schlang die Arme um seine Schultern und drückte ihre Brust gegen seine. Als er begriff, dass sie auf der Gangschaltung liegen musste, was zweifellos sehr unbequem war, zog er sie zu sich, damit sie rittlings auf seinem Schoß saß. Als plötzlich die Hupe ertönte, wurde ihm klar, dass Sam mit dem Po gegen das Lenkrad drückte. Er packte sie an den Hüften und zog sie an sich, damit der Lärm ein Ende nahm. Als ihm gefiel, drückte er sie noch mehr an sich und küßte sie weiter voll unbändiger Leidenschaft. Bei alledem erkannte er, dass er den Verstand verloren haben musste, weil er aus den letzten Malen nichts darüber gelernt hatte, solche Augenblicke besser abzupassen. Es war helllichter Tag und sie saßen am Straßenrand in einem Geländewagen. Dass die Lektionen mit den Egeln, dem Bär und Kathy Latimer tatsächlich nichts gefruchtet hatten, wurde ihm im nächsten Moment bewusst, als jemand gegen das Seitenfenster klopfte. Als sie beide nach draußen sahen und Bellmond erkannten, ließ sich Sam kurzerhand von Mortemars Schoß rollen und landete mit einem Aufstöhnen auf dem Beifahrersitz. Mortimer konnte ihre Reaktion nur zu gut verstehen, weil sie ausgerechnet von diesem Mann ertappt worden waren. »Dachte ich mir doch, dass Sie beide das sind«, meinte er sarkastisch, als Mortimer das Fenster geöffnet hatte. »Dies ist eine öffentliche Straße und wir sehen hier den öffentlichen Austausch von Zärtlichkeiten nicht so gern.« Er verzog den Mund zu einem spöttischen Grinsen. »Wenn Sie beide sich gar nicht zurückhalten können, dann sollten Sie sich ein Hotelzimmer nehmen.« Mortimer warf dem Mann einen finsteren Blick zu, da der die Situation zu genießen schien. Belmond grinste nur weiter. Dann fügte er überheblich hinzu. »Wie ich hörte, ist Kathy wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt. Offenbar war sie bei Freunden, ganz so, wie ich es gesagt hatte. Also ist die ganze Aufregung umsonst gewesen.« Er war kurz davor, die Kontrolle über den Mann zu übernehmen, um ihn dazu zu bringen, sich in die Hose zu pinkeln oder etwas ähnlich Peinliches zu tun. Da sagte Sam mit honigsüßer Stimme. »Richtig. War das nicht eine gute Idee, auf meinen Vorschlag zu hören und bei den Nachbarn nachzufragen? Nur schade, dass das nicht Ihre Idee war und dass Sie das nicht sofort gemacht haben, um sich eine Menge Arbeit und allen anderen große Sorgen zu ersparen.« Ein bewunderndes Lächeln umspielte Mortemars Lippen. Belmond fand das nicht annähernd so lustig und lief vor Wut rot an. »Jetzt verschwinden Sie von hier, bevor ich Sie wegen unzüchtigen Verhaltens anzeige.« »Wir haben uns nur geküsst, Sergeant«, konterte Sam energisch. »In Malaysia ist das zwar verboten, aber nicht bei uns in Kanada. Wissen Sie, ich habe Jura studiert, darum kenne ich mich damit aus.« »Verschwinden Sie bloß!« knurrte Belmond und ging zurück zu seinem Streifenwagen. Sam atmete schnaubend aus und sah dem Mann nach, bis Mortemar sich vorbeugte und nach ihrer Hand griff. »Diese Runde geht an Miss Willen«, erklärte er lächelnd. Sie schüttelte unglaublich den Kopf. »Ich glaube, das Universum will uns was sagen. Wir beide sollen einfach nicht...« Mortemar brachte sie zum Schweigen, indem er einen Finger auf ihre Lippen legte. »Das ist pure Spekulation, Miss Willen. Vor Gericht zählen nur die Fakten.« »Ach ja? Und was sagen die Fakten?« »Die Fakten besagen, dass wir in benachbarten Cottages untergekommen sind, also sind wir füreinander bestimmt.« Nach einer kurzen Pause schlug er vor. »Lass uns nach Hause fahren, okay?« »Nach Hause?« wiederholte sie, während er den Wagen zurücksetzte. »Unser Cottage ist für mich sowas wie eine zweite Heimat. Aber Deckers Cottage ist nicht dein Zuhause.« »Es ist für mich mehr ein Zuhause, als die Hotels, in denen ich sonst übernachte,« erwiderte er. Sam ließ sich seine Worte durch den Kopf gehen. »Ich schätze, du bist mit der Band viel unterwegs.« Es missfiel ihm, sie zu belügen. Dennoch konnte er ihr auch nicht die Wahrheit sagen. Stattdessen antwortete er ausweichend, »Ja, ich verbringe viel Zeit unterwegs.« »Ich wette, ihr habt jede Menge Groupies.« Mortimer sah sie an, aber sie wirkte weder wütend noch eifersüchtig, sondern nur neugierig. Er räusperte sich und sagte, »Ich kümmere mich nicht um Groupies.« »Und wenn du's genau wissen willst, ich war schon lange nicht mehr mit einer Frau zusammen.« »Ehrlich?« Sie machte keinen Hehl aus ihrer Verwunderung. Er ehrlich. »Ich dachte, Groupies sind mit ein Grund, warum Männer eine Band gründen.« »Ich bin nicht das, was man sich üblicherweise unter einem Bandmitglied vorstellt.« »Ja, das wird mir so langsam auch klar,« räumte Sam ein. Lächelnd griff er nach ihrer Hand. Es fühlte sich gut und richtig an, sie festzuhalten. So, als würde Sam zu ihm gehören. Das bestätigte, was er längst für sich entschieden hatte. Wer auch immer dafür verantwortlich war, dass unsterbliche bestimmte Menschen nicht lesen konnten, dem unterlief offenbar kein Fehler, wenn er festlegte, wer wessen Lebensgefährte sein sollte. Auf jeden Fall hatte der für ihn die perfekte Frau ausgewählt. Jetzt musste er nur noch Sam davon überzeugen. »Wir fahren in die Stadt, um Bier und ein paar andere Kleinigkeiten zu holen. Kommst du mit?« Sam sah von dem Buch auf, in dem sie geblättert hatte, um so zu tun, als würde sie lesen. Als Joe sich zu ihr auf die Decke gesellte, auf der sie in der Sonne saß, lächelte sie ihre Schwester an. »Nein, danke. Ich möchte lieber weiter dieses Buch lesen.« »Ja, sicher,« schnaubte Joe. »Dabei hätte ich schwören können, dass du hier sitzt, um aufzupassen, ob sich Mortimer nebenan blicken lässt.« Schuldbewusst lief Sam rot an, leugnete es jedoch nicht. Natürlich hatte sie das benachbarte Cottage nicht aus den Augen gelassen, aber in den letzten drei Tagen seit ihrer Rückkehr hatte sie Mortimer kaum zu Gesicht bekommen. Seine Freunde nahmen all seine Zeit in Anspruch, und sobald es dunkel wurde, machten sich die drei auf den Weg nach irgendwo hin und kehrten immer erst kurz vor dem Morgengrauen zurück. Dann schlief er mindestens bis zum Mittag und kam für kurze Zeit zu ihr herüber, bis Bricker und Decker am Nachmittag aufstanden. Dann zog er sich mit der Entschuldigung zurück, er habe zu arbeiten, und kaum war die Sonne untergegangen, fuhren die drei wieder weg. Sie vermutete, dass sie irgendwo in der Stadt einen Proberaum gemietet hatten, um ihre neuen Songs zu üben oder sich in irgendeiner Weise auf ihre Tournee vorzubereiten. Sicher war sie sich allerdings nicht, da Mortimer sich in dem Punkt sehr wortkarg gab. Am liebsten hätte sie ihn ganz aus dem Gedächtnis gestrichen, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass er ihretwegen auf einige Stunden Schlaf verzichtete. Seit der Rückkehr aus Minden hatte er am Tag höchstens fünf oder sechs Stunden geschlafen. Dummerweise waren sie beide in dieser gemeinsamen Zeit nie allein, da Alex und Joe ständig um sie herumschwirrten und sie zu irgendwelchen Ausflügen zu überreden versuchten oder einfach nur dabei saßen, wenn sie beide eigentlich für sich sein wollten. Mehr als ein paar verstohlene Küsse waren ihnen nicht möglich gewesen. Lass dich nicht von ihr ärgern, sagte Alex und setzte sich zu ihr auf die Decke. Uns ist aufgefallen, dass Mortimer offenbar immer nur am Nachmittag ein paar Stunden Zeit für dich hat, wenn Bricker und Decker noch schlafen. Darum haben wir beschlossen, dir eine Verschnaufpause zu gönnen und euch beide heute allein zu lassen. Wirklich? fragte Sam erfreut. Eher wirklich, versicherte Alex ihr. Ich will nur nicht hoffen, dass wir das anschließend bereuen werden, wenn er dir doch das Herz bricht. Ansonsten werde ich ihn fesseln und ihn am Spieß rösten. Er wird mir nicht das Herz brechen, beteuerte Sam. Schätzchen, du bist schon so gut wie verliebt in diesen Mann. Das Herz kann er dir nur dann nicht brechen, wenn das Ganze damit endet, dass ihr beide vor dem Traualtar steht. Ich bin überhaupt nicht, begann Sam entrüstet, verstummte aber, da sie wusste, dass sie diese Lüge nicht über die Lippen bringen konnte. In Wahrheit fürchtete sie sehr wohl, dass sie sich bereits mehr oder weniger in Mortimer verliebt hatte. Auf jeden Fall war er danach, mit ihm zu schlafen. Und sie sehnte sich nach seiner Gegenwart, wenn er nicht bei ihr war. Sie wünschte, sie könnte jede Minute des Tages mit ihm verbringen, und sie musste unablässig an ihn denken. Sogar wenn sie schlief. Seit der Rückkehr nach Magnetowon tauchte er in jedem ihrer Träume auf. Und das waren durchweg sehr, sehr erregende Träume. War das Liebe? Ich glaube, Sam hat recht, erklärte Joe plötzlich. Sie ist nicht so gut wie in ihn verliebt, sondern sie ist total in ihn verliebt. Es hat sie wirklich schwer erwischt. Sam gab ihrer jüngeren Schwester einen Stoß. Hör auf, mich zu nerven. Wenn ihr gehen wollt, dann geht auch. Ja, ja, wir sind schon weg, versicherte Alex ihr und stand gleichzeitig mit Joe auf. Und wir kommen erst wieder, wenn die Sonne untergegangen ist. Das ist schließlich die Zeit, wenn unsere Vampir-Nachbarn aus dem Haus kommen. Vampir-Nachbarn? Wiederholte Sam verwundert. Die drei schlafen den ganzen Tag und sind nur in der Nacht unterwegs. Was sollen sie sonst sein, wenn sie keine Vampire sind, zog Alex sie auf. Ihr war klar, dass Alex das lediglich sagte, weil sie wusste, wie sehr sich Sam vor Fledermäusen und dergleichen fürchtete und konnte nur den Kopf schütteln. Viel Spaß, ihr zwei! Dir auch, rief Joe und grinste sie breit an, während sie Alex zu deren Wagen folgte. Sam sah den beiden nach und schaute dann wieder zum Cottage nebenan. Nichts rührte sich, woraufhin sie sich wieder in ihr Buch vertiefte. Schließlich schlug sie es zu und legte es weg. Gerade überlegte sie, ob sie ins Haus gehen sollte, um sich etwas zu trinken zu holen. Da hörte sie einen Zweig knacken. Sie drehte den Kopf herum und entdeckte Bricker, der über den Rasen zu ihr kam. »Hi«, sagte er, als er ihre Decke erreicht hatte. »Hi«, erwiderte sie und hob die Hand, um ihre Augen vor der Sonne abzuschirmen, während sie ihn ansah. »Decker und ich schleichen uns davon, um mal allein zu arbeiten«, verkündete er. »Ihr schleicht euch davon?« Er nickte. »Wenn wir das nicht machen, solange Mortimer schläft, dann besteht er darauf, uns zu begleiten.« Als sie eine fragende Miene zog, erklärte er, »Mortimer hat ein Problem. Wenn es um Verantwortung geht, will er immer alles selbst erledigen, und sich von niemandem etwas abnehmen lassen.« »Ja, das stimmt«, gab sie lachend zurück. »Tja, normalerweise ist das auch eine gute Sache, aber...« Er zuckte mit den Schultern. »Im Augenblick hat er hier Wichtigeres zu tun.« »Tatsächlich?« fragte sie interessiert. »Ja, ganz sicher sogar«, beteuerte Bricker. »Viel Wichtigeres. Lebensverändernd Wichtiges. Sam rätselte, was er damit wohl meinte, während er fortfuhr. Deshalb schleichen wir uns aus dem Haus. Ich wollte es dir nur sagen, damit du ihm erklären kannst, wo wir sind, wenn er aufwacht und uns nicht finden kann.« »Verstehe«, murmelte sie und legte den Kopf schräg. »Raucht ihr ihn denn nicht bei der Arbeit?« »Ach was«, meinte Bricker beiläufig. »Wir kommen auch ohne ihn zurecht.« »Aber er ist euer Liedsänger«, wandte sie ein. »Wie könnt ihr ohne ihn üben?« »Ach, das meinst du«, murmelte er, zuckte jedoch gleich darauf mit den Schultern. »Er kennt die Texte inzwischen sehr gut. Decker und ich, wir müssen noch üben.« »Aha«, machte Sam ein wenig skeptisch. »Jedenfalls kannst du gern rüberkommen und bei uns auf ihn warten, bis er aufwacht«, schlug er vor und fügte hinzu, »Decker hat das gesagt. Du kannst auch gern in Mortemars Zimmer gehen und ihn aufwecken, um ihm die gute Nachricht zu überbringen, dass er heute einen freien Abend hat. Sein Zimmer ist das, das am weitesten von der Treppe entfernt ist.« Sam schutzte die Lippen und musterte ihn. Dann meinte sie kopfschüttelnd, »Schon witzig.« »Was ist witzig?« fragte Bricker. »Du siehst gar nicht so aus wie in meiner Vorstellung«, sagte sie. und scherzte, »Ich dachte immer, Amor müsse viel größer sein.« Bricker lachte nur, machte kehrt und ging zwischen den Bäumen hindurch zurück auf das benachbarte Grundstück. Als er das Cottage erreichte, kam Decker nach draußen und gemeinsam begaben sie sich zu den Wagen. Zu ihrer Verwunderung nahm Bricker den SUV und Decker stieg in seinen Pick-up. Während Sam noch rätselte, warum sie mit beiden Wagen losfuhren, wurden die Motoren angelassen und die Fahrzeuge entfernten sich. Erst als sie außer Sichtweite waren, erhob sich Sam von ihrer Decke, sammelte langsam und fast widerstrebend ihre Sachen zusammen und brachte sie ins Haus. Dort räumte sie alles weg, bürstete ihre Haare und spielte kurz mit dem Gedanken, sich umzuziehen und vielleicht zu duschen, entschied sich dann aber dagegen. Geduscht hatte sie nach dem Aufstehen und ihre Kleidung war auch in Ordnung. Sie versuchte nur, den Gang ins benachbarte Cottage hinaus zu zögern, weil sie ganz plötzlich nervös war. Mit einem Kopfschütteln brachte sie sich dazu, das Haus zu verlassen und zielstrebig nach nebenan zu gehen. An der Haustür blieb sie instinktiv stehen und genauso instinktiv hob sie die Hand, um anzuklopfen, aber dann hielt sie sich noch in letzter Sekunde davon ab und machte die Tür auf. In der Türöffnung blieb sie stehen und versuchte zu entscheiden, ob sie wirklich in der Lage sein würde, Mortimer zu wecken. Da entdeckte sie ihn plötzlich am Fuß der Treppe. »Sam«, rief er und blieb wie erstarrt stehen. In seiner Hand drückte er etwas zusammen, das wie ein kleiner Plastikbeutel mit irgendwas Rötlichem darin aussah. Dann kam er die Treppe herauf. »Was machst du denn hier?« Rekka meinte, »Ich könnte ruhig rüberkommen und hier auf dich warten, bis du aufwachst,« antwortete sie ein wenig verlegen, als er an ihr vorbei in die Küche ging. »Ach, wirklich?« Mortimer warf den Beutel in den Abfalleimer und drehte sich zu ihr um. »Wo ist er?« »Er ist mit Deckard zur Arbeit gefahren. Das soll ich dir ausrichten. Und ich soll dir auch sagen, dass du heute frei hast.« »Die beiden sind weggefahren?« wunderte er sich. »So früh am Tag?« Sam war nicht überrascht, dass er so irritiert reinschaute. Immerhin waren die beiden anderen Männer üblicherweise diejenigen, die erst zum Vorschein kamen, wenn die Sonne unterging. »Rickard hat gesagt, wenn sie sich nicht davon schleichen, solange du noch schläfst, dann bestehst du darauf, sie zu begleiten.« Und er meinte, »du hättest hier irgendwas Wichtigeres zu erledigen.« Wie hat er das formuliert? Warte. Ach ja. Er sprach von lebensverändernd wichtigen Dingen. Deshalb haben sie beschlossen, ohne dich zu arbeiten.« Der verwunderte Gesichtsausdruck wich einem Lächeln. »Da hat er sogar recht.« »Und was hast du hier so Wichtiges zu erledigen?« fragte sie aus purer Neugier. Mortimer richtete seinen Blick auf sie und wurde ernst. Anstatt zu antworten, fragte er, »Wo sind deine Schwestern?« »Die sind in die Stadt gefahren. Sie meinten, sie würden wohl erst am Abend wieder zurück sein.« Sie brachte es fertig, das zu sagen, ohne bei dem Gedanken an das, was sie sonst noch verkündet hatten, rot zu werden. Als Mortimer das hörte, fiel auch die restliche Anspannung von ihm ab. »Das ist sehr rücksichtsvoll von Ihnen. Haben Decker und Bricker vorher mit Ihnen darüber geredet?« »Was?« gab sie überrascht zurück. »Nein.« »Jedenfalls weiß ich davon nichts.« »Hm.« Mortimer schüttelte seine Bedenken ab und legte eine Hand um Sams Talie, um sie an sich zu ziehen. »Du bist ein hübscher, erster Anblick, gleich nach dem Aufwachen.« »Danke«, flüsterte sie, als er einen Finger unter ihr Kinn schob und ihren Kopf leicht anhob, damit er ihren Mundwinkel küssen konnte. »Hast du heute irgendwas Bestimmtes vor?« fragte er leise und ließ seine Küsse über ihre Wange bis hin zum Ohr wandern. »Nein«, hauchte sie, während er an ihrem Ohrläppchen knabberte. »Es gibt da etwas, das ich gern machen würde«, brummte er und zog sie enger an sich. Sam seufzte und öffnete den Mund, um seine Küsse zu erwidern. Sie legte die Arme um seinen Hals, aber ihr Blick wanderte zur Haustür, da sie fürchtete, die Männer könnten doch wieder zurückkommen oder irgendjemand könnte anklopfen. Ihre bisherige Bilanz wies ja nun mal einen erschreckenden Rekord an Fehlschlägen auf, der jeden skeptisch machen musste. Mortimer schien zu bemerken, wie abgelenkt sie war, lehnte sich etwas zurück und sagte, »Ich glaube, mein Zimmer lässt sich abschließen.« Erst nachdem Sam geschluckt hatte, antwortete sie im Flüsterton, »Vielleicht sollten wir besser in dein Zimmer gehen.« Ein flüchtiges, erleichtertes Lächeln umspielte seine Mundwinkel. Dann nahm er ihre Hände und zog sie mit sich zu der Treppe, die er vor ein paar Minuten heraufgekommen war. Sam folgte ihm nach unten und durch den Fitnessraum zu einer Tür, die wohl zu seinem Zimmer führte. Als er sie hineinlotste, sah sie sich neugierig um, betrachtete die hellbeeschen Wände und das dunkelblaue Bettzeug und das Bett selbst. »Na bitte.« Als er einen Blick zur Tür warf, drehte sich Mortimer gerade wieder zu ihr um. Er hatte gerade abgeschlossen. »Jetzt kann niemand hereinplatzen,« erklärte er und grinste zufrieden. »Gut,« murmelte sie und brachte ein Lächeln zustande, während seine Augen sie magisch anzogen. Ihr fiel auf, dass die mehr silbern als grün leuchteten, und sie konnte den Blick einfach nicht von ihnen abwenden. »Ich will dich.« Diese Worte kamen als verführerisches Knurren über seine Lippen, während er Sam an sich zog. Sie vergaß seine silbernen Augen und tauchte in die Wärme ein, die sein Körper ausstrahlte. Als Mortimer sich ganz an sie schmiegte, schien jede Faser ihres Körpers sofort zum Leben zu erwachen, und ein Kribbeln durchfuhr sie von Kopf bis Fuß. Instinktiv hob sie den Kopf, schloss die Augen und seufzte genüsslich, als sie seine Lippen wieder auf ihren spürte. Aber es war nur eine ganz sanfte Berührung. Eher eine zarte Liebkosung. Keine Explosion der Leidenschaft, wie es bei den vorangegangenen Küssen der Fall gewesen war. »Ich möchte es langsam angehen«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Ich möchte es genießen.« »Oh«, hauchte Sam und legte den Kopf schräg, damit er sich ganz ihrem Ohrläppchen widmen konnte. Seine Hände wanderten unter ihr T-Shirt und strichen so sanft über ihren Bauch, dass sie sich auf die Lippe beißen musste, als ihre Bauchmuskeln zu zucken begannen. Dann schob er ihr Top weiter nach oben, bis ihre Brüste nicht mehr von Stoff bedeckt waren. Er zog ihr das Oberteil aus und warf es auf den Boden. Obwohl er sie schon völlig nackt zu sehen bekommen hatte, musste sie sich in diesem Moment dann noch zwingen, nicht die Arme schützend vor ihrem Busen zu verschränken, während sein Blick genüsslich über ihre Haut strich. »Ich finde dich wunderschön«, wisperte er und das Unbehagen fiel von ihr ab. Einfach vollkommen. Und dann küsste er sie erneut, ließ die Zungenspitze um ihren Mund kreisen und knabberte zart an ihrem Kinn. »Ich möchte dich ganz sehen.« Unwillkürlich musste Sam schlucken, aber sie protestierte nicht, als sie den Knopf und den Reißverschluss ihrer Shorts öffnete, die ihren Halt verloren, nach unten rutschten und sich um ihre Knöcher legten, und trotz seiner bewundernden Blicke war sie sich nicht so ganz sicher, ob ihr das gefiel. Diese Sorge war jedoch schnell vergessen und sie schnappte erschrocken nach Luft, als er plötzlich vor ihr in die Hocke ging. Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück, stieß dabei aber gegen das Sideboard, das einen weiteren Rückzug unmöglich machte. Verwirrt sah sie nach unten und rätselte, was Mortimer wohl vorhatte. Er gab ihr ein Zeichen, erst den einen, dann den anderen Fuß zu heben, damit er ihr die Shorts ausziehen konnte. Danach richtete er sich aber nicht wieder auf, wie sie erwartet hatte, sondern blieb in der Hocke. Schließlich kniete er sich hin, legte die Hände auf ihre Hüften und küsste sie auf den Bauch. Sam benetzte ihre Lippen und musste kichern, als seine Zunge kurz in ihren Bauchnabel eintauchte. Sie verstummte gleich wieder, da er mit der Zunge bis zum Gummizug ihres weißen Spitzenhüßchens vordrang. Wunderschön, hauchte er, sodass sie seinen Atem auf der Haut spüren konnte und spürte, wie sie errötete. Dessous waren ihre große Schwäche. Nach außen hin musste sie in der Kanzlei seriös gekleidet sein, aber ihre Unterwäsche aus Seide und Spitze war ihre persönliche Art, gegen diesen Zwang zu rebellieren. Es war ihr kleines, ganz persönliches Geheimnis. Ihre Gedanken lösten sich in nichts auf, als Mortemars Zunge an der Spitzenkante ihres Höschens entlang wanderte und sie hielt gebannt den Atem an, da er auf einmal die Finger unter den Saum schob und das Kleidungsstück langsam über ihre Hüften nach unten gleiten ließ. Das Lipp rutschte bis hinunter zu ihren Knöcheln und diesmal nahm er sich nicht erst die Zeit, den Anblick ihrer nackten Haut zu genießen, sondern half ihr, den Hauch aus Spitze abzustreifen und irgendwo auf dem Fußboden landen zu lassen. Erst dann wandte er sich ihr zu, um sie bewundernd zu betrachten. Jetzt hatte Sam noch mehr Mühe, nicht die Hände schützend vor sich zu halten. Seine Hand fuhr leicht über ihre Wade und er beugte sich vor, um ihre Kniekehle zu küssen, wobei er immer wieder seine Zunge einsetzte. Sam schnappte nach Luft und musste sich am Sideboard festklammern, da sie fürchtete, ihre Beine könnten jeden Moment unter ihr wegknicken. Mortimer ließ seinen Mund einer unsichtbaren Spur an der Innenseite ihrer Schenkel folgen. Als er plötzlich innehielt und mit der Kniekehle ihres anderen Beins weitermachte, konnte sie nur noch zitternd atmen. Diesmal machte er nicht auf halber Höhe Schluss, sondern schob die Hände zwischen ihre Beine, um sie behutsam auseinanderzudrücken, damit sie sich ihm öffnete, während er mit Küssen bis zu ihrer empfindlichsten Stelle vordrang. Sie stieß einen kurzen Schrei aus und warf den Kopf in den Nacken. Eine Hand nahm sie vom Sideboard und tastete blind links nach Mortimer, um die Finger in seinen Haaren zu vergraben. Während er mit seiner Zunge ihre Lust steigerte, hielt sie seinen Kopf fest. Als auf einmal ihre Beine tatsächlich keine Kraft mehr hatten, um sie zu tragen und sie vom Sideboard zu rutschen drohte, schob Mortimer sie mühelos wieder nach oben und legte dabei ihre Beine über seine Schultern, so dass er noch intensiver fortsetzen konnte, was er begonnen hatte. Und was er da begonnen hatte, das ließ sie nichts anderes mehr wahrnehmen als ihr Verlangen und ihre Lust. So etwas hatte sie nie zuvor erlebt. Es fühlte sich nicht bloß gut an, es waren regelrechte Wogen der Ekstase, die über sie hinweg spülten. Da waren die Empfindungen der ersten Berührung, denen nicht einfach die nächsten Empfindungen folgten. Stattdessen addierten sich die Wellen und steigerten ihre Lust in einem endlosen Kreislauf. Es war überwältigend und als Sam schon glaubte, das nicht länger aushalten zu können, dann nahm Mortimer die Hand von ihrem Bein und brachte anstelle seiner Zunge seine Finger ins Spiel. Hätte sich außer ihnen noch jemand im Haus aufgehalten, dann wäre es ihm nicht möglich gewesen, diesen Lustschrei zu überhören, den Sam ausstieß, als Mortimer einen Finger in sie hineingleiten ließ. Und es hätte Sam nicht mal gewundert, wenn man sie sogar am gegenüberliegenden Seeufer gehört hätte. Ihr Körper zuckte und bebte, als eine nie zuvor gekannte Lust in ihrem Inneren explodierte. Sie empfand es fast als Erleichterung, als ich Schwärze um sie legte und ihr das Bewusstsein raubte. Als sie irgendwann wieder erwachte, lagen sie und Mortimer ineinander verschlungen auf dem Teppichboden im Schlafzimmer. Sie wusste, sie war ohnmächtig geworden, aber es kam ihr so vor, als sei er ebenfalls bewusstlos geworden. Unsicher nagte sie an ihrer Unterlippe, befreite sich aus dem Gewirr aus Armen und Beinen und sah Mortimer besorgt an, während sie überlegte, was wohl passiert war. Sie konnte doch sicher nicht die Schenkel so fest um seinen Hals geschlungen haben, dass ihm die Luft weggeblieben war. Andererseits war das die einzige Erklärung, die einen Sinn ergab. Oh Gott, dachte sie entsetzt. Was, wenn sie ihn unabsichtlich erstickt hatte? Tod durch Sex, schoss es ihr durch den Kopf. Hastig beugte sie sich vor und legte ein Ohr an seine Brust, um nach seinem Herzschlag zu suchen. Sie vernahm den ersten kraftvollen Herzschlag im gleichen Moment, als er seine Hand auf ihr Haar legte. Abrupt setzte sie sich auf und sah, dass er das Bewusstsein zurückerlangt hatte. Tut mir leid, sagte sie kläglich. Da er daraufhin eine verständnislose Miene aufsetzte, begann sie zu stammeln. Ich habe das nicht absichtlich gemacht. Ich wollte dich nicht ersticken. Ich hatte bloß keine Kontrolle mehr über mich. Trotzdem hätte ich nicht so fest zudrücken dürfen. Sie schüttelte bestürzt den Kopf, fügte dann aber zu ihrer Verteidigung hinzu. Ich wusste nichts davon. Ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich schwöre dir, ich wollte dich nicht. Sie brach ab, da sie mit seiner Zunge im Mund nicht weiterreden konnte. Jedenfalls nicht ohne Gefahr zu laufen, diese Zunge zu beißen. Und erst recht nicht, nachdem sie beinahe den Mann getötet hätte, der ihr solche Lust bereitet hatte. Also beschloss sie zu schweigen und zu genießen. Mortimer küsste Du hast mich nicht erstickt. Doch, das kann nicht anders sein, behaute sie. Nein, wirklich nicht. Mit dem Daumen strich er über ihrem Mund Winkel. Aber du warst bewusstlos, betonte sie verwundert. Es war eben zu mitreißend, meinte er achselzuckend. Sam verzog das Gesicht. Ich war die Einzige, die mitgerissen werden konnte. Du hast mir nur dieses Vergnügen bereitet. Tja, dann muss ich wohl was Schlechtes gegessen haben, sagte er und stand auf. Sein Gesicht konnte sie nicht sehen, aber seine Stimme klang völlig unbesorgt. Sie stutzte und war überzeugt, dass er den Zwischenfall nur herunterspielte, damit sie kein schlechtes Gewissen bekam. Beim nächsten Mal würde sie besser aufpassen, schließlich wollte sie ganz bestimmt nicht irgendwann vor Gericht stehen und erklären müssen, wie sie versehentlich ihren Liebhaber beim Sex erstickt hatte. Vorausgesetzt, er würde so etwas überhaupt noch einmal mit ihr machen, wenn er doch wusste, dass sie ihm dabei die Luft abdrückte. Vielleicht würde er niemals wieder... Sams Gedankengang wurde jäh unterbrochen, als Mortimer sie plötzlich hochhob. Sie legte die Arme um seinen Hals und musterte sein Gesicht, das eine gesunde Farbe aufwies. Überhaupt schien es ihm wieder bestens zu gehen. Ihr ging es ebenfalls wieder gut, auch wenn sie ihren Beinen noch nicht traute. Danke, flüsterte sie, meinte damit aber nicht, dass sie jetzt von ihm getragen wurde. Nie zuvor in ihrem ganzen Leben hatte sie eine solche Lust erfahren wie mit ihm. Das war auf jeden Fall ein Dankeschön wert. Genau genommen war es weitaus mehr als nur das wert, überlegte sie, also gab sie ihm einen Kuss, bevor er sie auf das Bett legen konnte. Mortimer drückte sie fester an sich und erwiderte den Kuss. Die Berührung ihrer Zungen war alles, was Sam benötigte, um wieder erregt zu werden, und es dauerte nicht lange, bis sie unter seinen Küssen stöhnte. Er ließ ihre Beine los und legte die Hand an ihren Rücken, sodass sie von seinen Armen umschlossen war, als ihre Füße den ihr Halt gab. Ihre Hände strichen eine Weile über seinen Rücken, dann nahm sie sie nach vorn, legte sie auf seine Brust und drückte ihn weg. Als er den Kuss unterbrach und sie ansah, lächelte Sam ihn an und flüsterte, jetzt bin ich an der Reihe. Sie setzte sich auf die Bettkante und ließ dabei ihre Hände über seinen Körper wandern, bis sie den Knopf seiner Jeans erreichten. Sie machte den Knopf auf und zog den Reißverschluss nach unten. Dann sah sie ihm tief in die Augen, während sie seine Hüften von der Jeans und seinen Boxershorts befreite. Mortimer beobachtete das Ganze fasziniert, was sie kurz lächeln ließ, ehe sie ihren Blick auf das richtete, was sie tat. Sam zog ihn auf die gleiche Weise aus, wie er es mit ihr gemacht hatte, und so half sie ihm auch genauso aus seiner restlichen Kleidung. Dann ließ sie federleichte Küsse auf seinen Oberschenkeln folgen, mit denen sie ihn genauso lustvoll quälte. Allerdings musste sie dabei feststellen, dass sie bei jeder Berührung seiner Haut so reagierte, als würde sie gleichzeitig seine Lippen auf ihrem Körper spüren. Wenn er sich unter ihren Küssen wand, tat sie unwillkürlich genau das Gleiche, und als sie sich schließlich seiner Erektion widmete und ihre Lippen um sie schloss, fühlte sie sich fast genauso erregt, wie es ihm gehen musste. Als er aufstöhnte, kam der gleiche erstickte laut auch aus ihrer Kehle, und sie spürte, dass ihre eigene Lust sich wie schon zuvor ins Unermessliche steigerte, obwohl eigentlich Mortimer derjenige sein sollte, dem diese Liebkosungen galten. Sie war so irritiert über ihre Empfindungen, dass sie unwillkürlich innehielt. Als sie weitermachte, musste sie zu ihrem Erstaunen feststellen, dass es ihr abermals so vorkam, als würde sie gleichzeitig von ihm verwöhnt entging nicht, wie sie vor Verwunderung die Augen aufriss. Sofort wusste er, dass sie fühlte, was er fühlte, und dass es sie verwirrte. Das war eine weitere Eigenart bei Lebensgefährten. Wenn sie sich liebten, war es wirklich eine gemeinsame Erfahrung, da jeder nicht nur die eigene Lust, sondern auch die des Partners fühlte, was sich immer weiter steigerte, bis beide gleichzeitig fast explosionsartig den Höhepunkt erreichten. Es war ihm aufgefallen, als er sie auf dem Sideboard sitzend verwöhnt hatte, und er hatte es genossen, zu wissen, welche Lust er ihr bereitet hatte. Es hatte ihn weiter angespornt, das zu tun, was ihr am besten gefiel, um sie beide zum Höhepunkt zu bringen, der dann Sam und auch ihn hatte ohnmächtig werden lassen. Auch das stellte dann verloren sie anschließend für kurze Zeit das Bewusstsein. Es dauerte Jahrzehnte, bis Körper und Geist der beiden so aufeinander eingestellt waren, dass sie sich gegen die überwältigenden Lustgefühle behaupten konnten. Natürlich wusste Sam nichts von diesen Dingen, und er konnte ihr noch nichts erklären. So sehr es ihm auch widerstrebte, sie von ihrem Vorhaben abzubringen, musste er es doch tun. Wenn er sie gewähren ließ, würde sie zu viele Fragen stellen, auf die er ihrem Augenblick keine Antwort geben konnte. Also fasste er sie an den Oberarmen und zog sie von der Bettkante hoch. Oh, aber ich wollte doch, protestierte sie und versuchte sich wieder zu setzen. Ein anderes Mal, versprach er ihr mit belegter Stimme und zog sie weiter nach oben, bis sie vor ihm stand. Nachdem du er konnte es gerade noch verhindern, gewandelt worden bist, zu sagen. Insgeheim verfluchte er sich, dass er sich überhaupt dazu hatte hinreißen lassen, diesen Satz anzufangen. Nachdem ich was? fragte sie verwundert. Mortimer küsste sie daraufhin voll inniger Leidenschaft, um sie ihre Frage gleich wieder vergessen zu lassen. Sein Mund war entschlossen und fordernd und mit den Händen strich er über jeden Zentimeter Haut, den er erreichen konnte. Er streichelte ihren Rücken, ihre Arme und den Bauch und wanderte schließlich zu ihren Brüsten, um sie zu umfassen und sanft zu drücken, während seine Daumen mit ihren Nippeln spielten. Im nächsten Moment verspürte er am eigenen Leib, welche Wonne er ihr damit bereitete. konnte. Ihre Beine ragten über die Bettkante hinaus, ihre Füße berührten den Boden. Sam klammerte sich keuchend an seinen Schultern fest und küsste ihn wild. Sie spreizte ihre Beine, um ihn eindringen zu lassen. Doch er trieb sie beide fast in den Wahnsinn, indem er sich zunächst nur an ihr rieb, bis die sich gegenseitig hochschaukelnde Lust einen Punkt erreichte, an dem es für ihn kein Halten mehr gab. Als Sam die Fingernägel in seine Schultern bohrte und ein wimmerndes Bitte über ihre Lippen kam, gab er ihnen beiden, wonach sie sich sehnten und drang tief in sie ein. Das Gefühl war unbeschreiblich. Ekstase überrollte ihn, zarrte an seiner Selbstbeherrschung und trieb ihn weiter an, bis sie beide aufschrien, als der Höhepunkt ihnen die Erlösung brachte. Dieser Augenblick schien kein Ende zu nehmen. Dann legte sich die Dunkelheit über ihn und raubte ihm das Bewusstsein. Im letzten wachen Moment dachte er noch daran, sich auf die Seite zu rollen, damit er Sam nicht mit seinem Gewicht er drückte. Danach nahm er nichts mehr um sich herum war. Mortimer wachte nur allmählich auf und tastete nach Sam, musste aber feststellen, dass die andere Hälfte des Bettes leer war. Sofort war er hellwach und sah zur Tür, die nicht mehr abgeschlossen war. Mit einem Satz war er aus dem Bett, da die Sorge um Sam ihn antrieb. Es war nicht seine Absicht gewesen, aber als sie sich das letzte Mal geliebt hatten, da hatte er sie im Eifer des Gefechtes gebissen. Jetzt war er zwangsläufig voller Sorge, weil er nicht wusste, wie es ihr ging. Vermutlich war sie nur auf der Suche nach dem Badezimmer, sagte er sich, während er seine Jeans anzog. Aber da war auch noch die Gefahr, dass sie plötzlich Hunger verspürte und einen Blick in den Kühlschrank warf, der mit Blutbeuteln vollgepackt war. Das würde ein Problem werden. Doch seine Hauptsorge galt der Frage, wie sie sich fühlte. Ihm selbst ging es fantastisch, aber sie? Nachdem es ihnen endlich möglich gewesen war, ihrer Leidenschaft freien Lauf zu lassen, hatten sie beide von dieser Gelegenheit regen Gebrauch gemacht. In den letzten rund zwölf Stunden war er etliche Male aufgewacht und hatte Sam an seiner Seite zur Ekstase gebracht. Nur einmal hatten sie sich die Mühe gemacht, im Haus nach etwas Essbarem zu suchen, um sich zwischendurch zu stärken. Doch von dem, was sie aus dem Kühlschrank im ersten Stock geholt hatten, war der größte Teil unangetastet geblieben, da er sich nicht davon hatte abhalten können, sie zu küssen. Sofort hatte ihr Interesse wieder dem jeweils anderen gegolten, nicht jedoch dem Essen. Begonnen hatte es gleich auf dem Küchentresen, und fast wäre er zu spät auf den Gedanken gekommen, Sam zurück in sein Zimmer zu bringen, damit sie nicht Gefahr liefen, nackt und bewusstlos auf dem Küchenboden gefunden zu werden. Dabei hatte Mortimer sich ausgesprochen dumm angestellt. Zwar konnte er seinen Hunger nach gewöhnlicher Nahrung verdrängen und sich stattdessen lieber um Sam kümmern, aber das galt war er Sam begegnet, wie sie am Kopf der Treppe stand, und das war bei weitem nicht genug gewesen. Als sie sich das letzte Mal geliebt hatten, war er offenbar nicht bei Sinnen gewesen, da er sie dabei in den Hals gebissen hatte. Schlimmer war noch, dass er dabei sowohl die Lust auf Sam als auch seinen Blutdurst gleichzeitig gestillt und deswegen zu viel von ihr getrunken hatte, ehe ihm bewusst Sein letzter Gedanke vor der Bewusstlosigkeit hatte der Sorge um Sam gegolten, der er möglicherweise so viel Blut abgenommen hatte, dass es ihrer Gesundheit schaden konnte. Diese Sorge veranlasste ihn dazu, aus dem Zimmer in den ersten Stock zu stürmen, wo sie aber ebenfalls nicht zu entdecken war, ganz im Gegensatz zu Bricker und Decker. Die beiden saßen am Tisch und tranken jeder eine Blutkonserve, während Mortimer durch die verglaste Front sehen konnte, dass der Morgen dämmerte. Sam ist gegangen, kurz nachdem wir nach Hause gekommen sind, ließ Decker ihn wissen, nachdem er den leeren Beutel von den Zähnen gezogen hatte. Sie hat sich durch die Tür im unteren Stockwerk nach draußen geschlichen, ergänzte Bricker und grinste ihn an. Wir haben sie gehört, aber so getan, als ob wir nichts mitbekommen. Oh. Mortimer fuhr sich durchs Haar und sah zum Tresen, wo noch das Essen lag, das er und Sam vor einer Weile dort vergessen hatten. Dann machte er kehrt und ging nach unten zum Kühlschrank, wo das Blut lagerte. Während er einen Beutel herausnahm und an seine Zähne drückte, rätselte er weiter, wie es Sam nur ging. Es geht dir gut, sagte Decker und machte ihn damit darauf aufmerksam, dass die beiden Männer ihm nach unten gefolgt waren und dass Decker wieder seine Gedanken las. Sie wirkte etwas schlapp und blass, als sie über den Rasen ging und vermutlich wird sie den ganzen Tag schlafen, damit sich ihr Körper regeneriert, aber sie trägt keine bleibenden Schäden davon. Mortimer verspürte große Erleichterung, als er das hörte. Da er nichts erwidern konnte, solange er seinen Blut trank, nickte er Decker nur zu. Ich habe ihr den Gedanken in den Kopf gesetzt, dass sie von Mücken gestochen worden ist, fügte Decker hinzu, während Mortimer die letzten Tropfen trank und den Beutel wegnehmen konnte. Danke, sagte er und machte die Kühlschranktür erneut auf. Und warf Bricker ein. Und was, knurrte Mortimer ungehalten. Wann wirst du's ihr sagen? Mortimer verzog gereizt das Gesicht. Lieber Gott, er hatte sich gerade erst seine Gefühle für diese Frau eingestanden und da gingen die beiden ihm schon mit der Frage auf die Nerven, wann er es ihr sagen würde. Nächsten Samstag oder Sonntag. Du willst also bis zum letzten Moment warten, wie? fragte Decker und beugte sich vor, um ich kann es dir nicht verübeln, wenn du so lange wie möglich deinen Spaß mit ihr haben willst. Immerhin kann es ja sein, dass du sie aufgeben musst. Es gefiel Mortimer nicht, dass Decker genau jene Sache laut aussprach, vor der er sich am meisten fürchtete. Aber wandte der Mann dann ein, du solltest einkalkulieren, dass sie Zeit zum Nachdenken benötigt, ehe sie ihre Entscheidung trifft. Mortimer drückte den zweiten Blutbeutel gegen seine Zähne und schwieg. Decker ließ ihn über diesen Punkt nachdenken, während er selbst einen Beutel trank. Auch Bricker griff noch einmal zu und so tranken die drei schweigend ihr Blut. Kaum war Deckers Konserve leer, riss er sie von seinen Zähnen und sagte, eher ein paar Tage Bedenkzeit zu geben ist doch vernünftig, oder findest du nicht. Kann schon sein, räumte Mortimer widerstrebend ein. Aber hier oben gibt es nicht viel, womit sie sich sonst beschäftigen könnte. Ich kann es ihr sagen, bevor sie am Sonntag abfahren. Und nachdem wir unseren Abtrünnigen geschnappt haben, kann ich nach Toronto fahren. Er verstummte, als Deckert begann den Kopf zu schütteln. Mürrisch trat er von einem Fuß auf den anderen und fragte Nicht? Nein, erklärte Deckert entschieden. Das ist zu gefährlich. Sie könnte mit jemandem darüber reden. Sam muss sich entscheiden, bevor sie mit ihren Schwestern von hier abreist. Nur dann haben wir noch die Gelegenheit, die Erinnerungen der drei zu löschen, wenn sie nicht deine Lebensgefährtin sein will. Bei diesen Worten zuckte er unwillkürlich zusammen, doch er wusste auch, dass Deckert recht hatte. Die Sicherheit ihrer Art stand an oberster Stelle. Wenn er ihr Zeit geben wollte, um über alles nachzudenken, sollte er es ihr bald sagen. Also gut, heute Abend weihe ich sie ein, beschloss er, nahm noch einen Blutbeutel und zog sich in sein Zimmer zurück, damit er in Ruhe darüber nachdenken konnte, wie er das wohl am besten anstellte. Du strahlst ja, sagte Joe grinsend und rief dann, sie strahlt doch nicht wahr, Alex? Ach, halt den Mund, Joe, murmelte Sam, als sie spürte, wie ihre Wangen vor Verlegenheit zu glühen begannen, während sie vor dem Kühlschrank stand und sich ansah, was der zu bieten hatte. Es war bereits spät, fast acht Uhr war es inzwischen und dabei war sie im Morgengrauen neben Mortimer aufgewacht und hatte sich sofort auf den Weg in ihr Cottage gemacht. Sam konnte nicht fassen, dass sie so lange geschlafen hatte, auch wenn das eigentlich gar kein Wunder war. Mortimer und sie hatten sich in der vergangene Nacht so oft geliebt, dass sie längst den Überblick verloren hatte. Ihr Körper war so etwas nicht gewöhnt und hatte offenbar entschieden, dass er eine Flüssigkeit entzogen worden. Oh ja, sie strahlt tatsächlich, stimmte Alex ihr zu, als sie in die Küche kam. Ich glaub's ja nicht, dass du den ganzen Tag gepennt hast. Wann bist du nach Hause gekommen? Um sechs Uhr heute Morgen, antwortete Joe an ihrer Stelle und erklärte, ich bin aufgewacht, als du dich an meinem Zimmer vorbeigeschlichen hast. Vor Verlegenheit wurde Sam noch röter im Gesicht, erwiderte aber nichts, sondern nahm wortlos den Orangensaft aus dem Kühlschrank und koste sich ein Glas ein. Na, das muss ja was Tolles gewesen sein, meinte Alex fast neidisch und holte ein Blech mit Kuchen aus dem Backofen. Einmal hast du so laut geschrien, dass wir dich bis hier drüben hören konnten. Was? Sam drehte sich erschrocken um und sah Joe an, die zu. Und dann seid ihr nicht rüber gekommen, um nachzusehen? fragte sie mit einer Mischung aus Verlegenheit und Verärgerung darüber, dass ihre Geschwister sie einfach ihrem Schicksal überlassen hatten. Naja, wir haben darüber geredet, ob wir das tun sollten, aber dann haben wir uns gesagt, dass du so wenigstens glücklich stirbst, meinte Alex ironisch, stellte das Blech auf den Herd und wandte sich wieder Sam zu. Kind, ich wusste gar nicht, dass du so kräftige Lungen hast, du kannst dir richtig brüllen. Sam stöhnte leise auf und widmete sich wieder ihrem Orangensaft, den sie in einem Zug austrank, da sie diesen Durst unbedingt stillen wollte. Ich dachte, die Mückenstiche wären längst verheilt, sagte Joe plötzlich und kam näher. Die sehen frisch aus. Sam zuckte mit den Schultern und schenkte sich noch ein Glas Saft ein. Die müssen mich letzte Nacht erwischt haben. Wann denn bitte? Ich dachte, ihr wart die ganze Zeit im Haus. Oh, sag bloß, ihr habt es doch wieder unter freiem Himmel getrieben. Ich dachte, das wolltet ihr nicht mehr versuchen. Sams Gesicht glühte noch heftiger, da sie von einer peinlichen Situation in die nächste geriet. Schwestern hatten sich anschließend als sehr verständnisvoll und mitfühlend erwiesen, nachdem sie damit fertig gewesen waren, sich vor Lachen am Boden zu wälzen. Das muss auf dem Weg hierher passiert sein, murmelte sie, obwohl sie die Einstiche schon im Spiegel gesehen hatte, als sie sich in Deckers Badezimmer umzog. Sie hatte Mortimer nicht wecken wollen, darum war sie durch den Fitnessraum nach draußen geschlichen. Die beiden anderen Männer waren in dem Moment ins Cottage zurückgekommen, als sie aufbrechen wollte, woraufhin sie das Haus durch die Schiebetüren im Untergeschoss verlassen hatte, um von den beiden nicht bemerkt zu werden. Dass sie nicht auf dem Weg zurück zu ihrem eigenen Cottage gestochen worden sein konnte, war damit klar. Es musste gestern auf dem Hinweg passiert sein. Plötzlich stutzte sie und füllte. Alex hatte gebacken und der Backofen heizte das Cottage auf. Für wen soll das alles sein? fragte sie und betrachtete hungrig die Kuchen auf dem Backblech. Für uns und für Grant, antwortete Alex. Ich dachte mir, ich kann damit auch heute anfangen, nicht erst morgen. Auf diese Weise ist sicher, dass Grant seinen Kuchen bekommt und wir müssen ihn nicht wie letztes Jahr mit einem Zettel auf die Veranda stellen. Ich schwöre euch, der Mann ist so gut wie nie zu Hause. Sam nickte zustimmend. Er bekam jedes Jahr einen Kuchen, zusammen mit dem Scheck für alles, was er für sie erledigt hatte. Begonnen mit dieser Tradition hatte ihre Mutter schon bei Grants Vorgänger Mr. Warner. Alex hatte sie nach dem Tod ihrer Eltern fortgesetzt und bis heute weiter geführt. Den zweiten hat Alex für uns gebacken, freute sich Joe. Mir blieb ja gar nichts anderes übrig, hielt Alex dagegen. Letztes Jahr habt ihr die halbe Kruste abgemacht. Grant muss gedacht haben, dass die Mäuse daran gewesen waren. Sam lächelte, als sie sich erinnerte. Kann ich ein Stück haben? Nein, sagte Alex. Du wirst nicht zum Frühstück Kuchen essen. Es ist acht Uhr abends, wandte Sam kläglich ein. Das kannst du nicht als Frühstück bezeichnen. Das kann ich sehr wohl, wenn du gerade erst aufgewacht bist, beharrte sie und fügte hinzu, wir werden ihn morgen nach dem Mittagessen anschneiden. Koch dir ein Ei oder was weiß ich. Und? fragte Joe, die ihr zum Kühlschrank folgte. Willst du uns nicht erzählen, wie es war? Nein, gab Sam prompt zurück und durchdöberte den Kühlschrank. Ihr Blick fiel auf ein Stück Frühstücksfleisch und eine Packung Käse und sie beschloss sich ein Sandwich zu machen. Na wenigstens wissen wir, dass ihr diesmal nicht von Fledermäusen und anderen wilden Tieren gestört worden seid, zog Josie auf, dann kam sie näher und musterte die Einstichstellen genauer. Diese Stiche sehen diesmal noch mehr nach einem Vampir Biss aus als beim letzten Mal. Da waren sie zu eng zusammen. Aber jetzt haben sie den richtigen Abstand für die Fangzähne eines Vampirs. Igitt, hör bloß auf damit, rief Sam angeekelt. Im nächsten Augenblick jedoch erinnerte sie sich an ein Stechen an ihrem Hals, als Mortimer seinen Kopf dort hatte liegen gehabt, während sie sich geliebt hatten. Da war der Schmerz von einer Woge der Lust überspült worden, weil Mortimer sie zum nächsten Höhepunkt gebracht hatte. Beim Gedanken an diese ungeheure Ekstase bekam sie wieder weiche Knie und musste sich am Tresen festhalten. Sie musste wirklich dringend etwas essen. Stell dir vor, Mortimer wäre ein Vampir, redete Joe weiter. Ich wette, dann hättest du plötzlich gar nichts mehr gegen Vampire einzuwenden. Nach einer kurzen Pause schaute Sam sie wütend an. Das ist nicht lustig. Komm nicht auf die Idee darüber Witze zu reißen. Witze worüber? Sam drehte sich um und sah, dass Mortimer in der Tür stand. Nichts hätte sie davon abhalten können, ihn anzulächeln, als er erklärte Joe lachend, als er zu Sam ging, einen Arm um sie legte und ihr einen Begrüßungskuss gab. Sam steht nicht auf Vampire. Ich glaube, wenn du einer wärst, würde sie dich in die Wüste schicken. Was? Mortimer versteifte sich spürbar und als er Sam fragend ansah, konnte sie ihn nur ironisch anlächeln. Vermutlich hat sie recht. Schon gut, dass du kein Vampir bist, Timmer sie weiter ratlos anstarrte, ergänzte sie, hör einfach nicht auf Joe. Ja, genau, hör nicht auf sie, warf Alex ein. Sie macht nur Spaß. Unsere Sam hat eine Fledermaus Phobie, musst du wissen. Fledermäuse, wiederholte er ratlos. Ja, und deshalb steht sie auch nicht auf Vampire und den anderen Unsinn. Du weißt doch, Vampire verwandeln sich in Fledermäuse und so. Richtig, Fledermäuse und so, wiederholte er und wirkte mit einem Mal erleichtert. Apropos Fledermäuse, Joe und ich haben überlegt, ob wir zur Fledermausnacht in die Stadt fahren, verkündete Alex. Was ist denn eine Fledermausnacht, wollte er wissen. Na, da werden große Netze gespannt und dann fangen sie Fledermäuse ein. Die darf sich jeder ansehen und sie erzählen, was darüber welche Art das ist und was sie so macht. Danach lassen sie die Tiere wieder frei. Ihr beide solltet mitkommen, das ist total cool, versicherte Joe ihm. Meine Schwester mag nämlich Käfer, Fledermäuse und den ganzen Kram, erläuterte Sam. Sie rastet sofort aus, wenn du versuchst, eine Spinne oder irgendwelche anderen ekligen Krabbeltiere totzuschlagen. Sie mag die alle. Oh, Mortimer lächelte flüchtig. Wir sollten uns übrigens auf den Weg machen, drängte Alex. Es ist fast dunkel. Genau, stimmte Joe ihr zu und lächelte Sam und Mortimer schelmisch an. Ihr wollt natürlich hier bleiben und euch weiter vergnügen. Ich schätze, wir lassen euch am besten in Ruhe. Besten Dank, erwiderte Sam ironisch. Aber lasst ja die Finger vom Kuchen, warnte Alex sie, nahm ihre Handtasche und ging zur Tür. Bis später. Bis später, rief auch Joe, während sie ihrer Schwester zur Tür folgte. Sie warf einen zweideutigen Blick über die Schulter und fügte hinzu, tut nichts, was ich nicht tun würde. Da es so gut wie nichts gibt, was Joe nicht tun würde, werde ich zur Warnung dreimal hupen, wenn wir zurück sind, ergänzte Alex noch, dann hatten die beiden das Haus verlassen. Lachend löste sich Sam aus seiner Umarmung, schlenderte zum Fenster und sah ihren Schwestern nach, wie die zum Wagen gingen und los fuhren. Sie spürte, dass Mortimer zu ihr kam. Sie fühlte seine Wärme in ihrem Rücken, aber erst als der Wagen außer Sicht weite war, drehte sie sich zu ihm um. Sofort stellte sie sich auf die Zehenspitzen, legte eine Hand um seinen Hinterkopf, um ihn zu sich zu ziehen, damit sie Nach erkennen. Da sie sich damit nicht begnügen wollte, beendete sie den Kuss, nahm Mortemers Hand und zog ihn mit sich in den Wohnbereich. Sie drückte ihn auf die Couch, setzte sich rittlings auf ihn und küsste ihn erneut, während sie sein kurzärmeliges Hemd aufknöpfte. Zu ihrem großen Erstaunen fasste er ihre Hände und drückte sie zur Seite, dann schob er sie von sich weg, sodass sie den Kuss abermals unterbrechen musste. Was ist los? wunderte sie sich. Als sie sich das letzte Mal gesehen hatten, da konnte er die Finger nicht von ihr lassen. Und jetzt auf einmal das? Sie waren beide unersättlich gewesen und nun schien er nicht mehr an ihr interessiert zu sein. Irgendetwas musste vorgefallen sein. Nach deutlichem Zögern sagte er, was diese Vampir-Sache angeht, sie lachte ungläubig, dass sie ihn etwas so albernes beschäftigen sollte. Doch dann kam ihr ein Gedanke. Was ist damit? Wolltest du daraus ein Rollenspiel machen? Du spielst den großen, unheimlichen Vampir, der über mich herfällt? Die Vorstellung ließ sie lächeln und als sie ihre Hand zwischen ihnen nach unten gleiten ließ, konnte sie seine einsetzende Erektion ertasten. Also war es ihm nicht ganz so gleichgültig, wie er tat. Sam lachte und beugte sich vor, um einen weiteren Anlauf zu unternehmen, während sie ihn durch seine Jeans hindurch streichelte. Sie spürte, wie er unter dem Stoff zuckte. Danach erwiderte er den Kuss nicht, sondern drehte den Kopf zur Seite. Sam, wir müssen reden, sagte er völlig ernst, als sie sich aufrichtete und ihn ratlos ansah. Sie mussten reden? Das klang beunruhigend. So begannen Unterhaltungen, die kein gutes Ende nahmen. Unterhaltungen wie Ihre Eltern sind bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen oder Dein Hund Fluffy ist an einem Knochen erstickt oder Ich werde mit dir Schluss machen. Ihre Eltern waren bereits tot. Einen Hund hatte sie nicht, damit blieb nur Oh Gott, ging es ihr durch den Kopf. Soll es zwischen ihnen schon vorbei sein? Sam, ich mag dich. Nein, es ist mehr als mögen. Erleichtert atmete sie aus und entspannte sich. Dann beugte sie sich vor und küsste ihn auf den Mundwinkel. Ich mag dich auch. Nein, sagte er ernst. Ich meine, ich mag dich wirklich. Die bis in alle Ewigkeit Art von Mögen. Sie lehnte sich zurück und versuchte zu verstehen, worauf er hinaus wollte. Die bis in alle Ewigkeit Art, hatte er gesagt. Was meinte meinte er damit? Sie standen ganz am Anfang ihrer Beziehung. Da war es noch viel zu früh, um ernsthaft darüber nachzudenken, was einmal sein würde. Sie mochte ihn, sogar mehr als alles andere, aber ... Du bist meine Lebensgefährtin. Verständnislos sah sie ihn an. Seine Lebensgefährtin? Davon hat er bislang nicht gesprochen. Warum fing er jetzt damit an? Was wollte er damit bezwecken? Es hörte sich an, als wollte er eine feste Bindung eingehen, doch so ganz sicher war sie sich nicht und zunächst wusste sie nicht, wie sie darauf reagieren sollte. Zugegeben, sie hätte nicht mal etwas dagegen sich enger an ihn zu binden, aber sie wusste auch, dass jeder sie warnen würde, weil es eine völlig übereilte Entscheidung wäre. Und abgesehen davon gab es doch gar keinen Grund, irgendetwas zu überstürzen. Sie wusste, es war viel vernünftiger, die Dinge langsam angehen zu lassen. Sie ließ ihn los, blieb trotzdem auf seinem Schoß sitzen und räusperte sich, ehe sie erwiderte, Ich mag dich auch, Mortimer, aber wir müssen nichts überstürzen. Wir können eine Weile zusammen sein und dann sehen wir, ob mehr daraus wird. Das klappt nicht, gab er leise zurück und verzog den Mund. Ich brauche eine Antwort von dir, bevor du an diesem Wochenende wieder abreißt. Sam öffnete erstaunt den Mund. Das war nun wirklich überstürzt. Wieso? Meine Arbeit nimmt mich sehr in Anspruch und im Moment möchte ich nicht von dir getrennt sein. Möglicherweise möchte ich das niemals. Bei seinen Worten schmolz sie dahin. Das war so süß. Sie wollte auch nicht wieder von ihm getrennt sein, aber sie hatte einen Job in der Kanzlei und er hatte seine Band. Ein Grund mehr ist langsam angehen zu lassen, Mortimer, betonte sie. Wir müssen erst das werden wir, versicherte er hastig. Darauf hoffe ich, gab sie zu. Aber das Wie müssen wir erst einmal auf die Reihe kriegen. Ich habe lange studiert, um Anwältin zu werden. Ich werde nicht meinen Job hinschmeißen, nur um wie ein Groupie deiner Band zu folgen. Es gibt keine Band. Es dauerte eine Weile, bis sie verstanden hatte, was da gerade über seine Lippen Es gibt keine Band. Keiner von uns spielt in einer Band. Es gibt weder Morty and the Muppets noch the Rippers. Sam rutschte von seinem Schoß und setzte sich neben ihn auf die Couch. Das war also doch eine von diesen Unterhaltungen, die kein gutes Ende nahmen. Du hast mich belogen? Nein, Bricker hat euch belogen. Ich habe ihn bloß nicht korrigiert, stellte er klar. Das kommt aufs gleiche raus, konterte sie gereizt. Aber es gab einen guten Grund dafür. Ich konnte dir die Wahrheit nicht sagen, weil du sie mir nicht geglaubt hättest. Welche Wahrheit? Mortimer zögerte. Du weißt, wie Joe am ersten Abend geraten hat, was wir von Beruf sind und wie du gesagt hast, wir hätten irgendwas mit der Polizei zu tun. Er wartete, naja, eigentlich hast du da ziemlich richtig gelegen. Sam hob die Brauen. Du bist ein Cop aus L.A.? In gewisser Weise, sagte er verhalten, wir sind Vollstrecker. Vollstrecker? Wiederholte sie ratlos. Für den Rat, ergänzte er. Welchen Rat? Unseren Rat, der uns regiert. Dann arbeitest du für die Regierung? fragte sie erstaunt, schüttelte dann jedoch den Kopf, als ihr einfiel, dass Bricker und Mortimer aus den Staaten kamen, Decker dagegen aus Kanada. Für welche Regierung? Die amerikanische oder die kanadische? Unser Rat regiert unsere Leute in den Staaten und in Kanada, erklärte er. Jetzt wurde Sam allmählich wütend. Er wollte ihr ganz eindeutig schon wieder einen Bären aufbinden. So etwas gibt es nicht. Doch, doch, beteuerte er. Das gibt es. Um Himmels Willen, nun sag's ihr doch einfach. Beide drehten sich um und sah an Bricker ins Haus kommen. Der stellte sich ans Ende der Couch, stemmte die Hände in die Hüften und betrachtete Mortimer mit finsterer Miene. Wenn du noch länger um den heißen Brei herumredest, wird sie glauben, dass du nicht ganz dicht bist, meinte Bricker zu ihm und wandte sich dann an Sam. Tut mir leid, dass ich gelogen habe, aber keine von euch dreien hätte mir geglaubt, wenn ich gesagt hätte, dass wir abtrünnige Vampire jagen. Abtrünnige Vampire? krächzte Sam und stand von der Couch auf, um erst mal Abstand zwischen Wir machen keine Scherze, unterbrach Mortimer sie und erhob sich ebenfalls. Sam, diesmal sagt er die Wahrheit. Ja, klar, ganz sicher, natürlich macht ihr zwei Jagd auf abtrünnige Vampire, schnaubte sie wütend. Mortimer zuckte bei ihrem Tonfall zusammen, nickte aber. Ja, das stimmt. Ungläubig sah sie ihn an. Ich soll dir abkaufen, dass Vampire tatsächlich existieren? Und dass ihr was macht? Sie verfolgt, mit einem Pflock zur Strecke bringt? Dass er ihnen den Kopf abschlagt, damit sie niemandem mehr zur Last fallen? Also bitte, auf den Arm nehmen kann ich mich auch allein. Sie wollte aus dem Zimmer stürmen, aber Bricker stand ihr im Weg. Er hatte den Mund aufgemacht und sie konnte zusehen, wie seine Eckzähne auf einmal hervortraten und länger wurden. Sehst du? sagte er ein wenig lispelnd. Dann fuhr er die Zähne wieder ein und ließ sie abermals zum Vorschein kommen. Mit einem Achselzucken erklärte er, Vampire. Sam starrte ihn an. Das musste irgendein Trick sein. Falsche Zähne, die per Fernsteuerung ausgefahren wurden. Zumindest war es ein gut gemachter Trick. Oh, entgegnete sie schließlich. Ihr Jungs macht das richtig das muss ich zugeben. Aber wenn ihr jetzt mit eurer kleinen Vorführung fertig seid, möchte ich, dass ihr geht. Verschwinde, Bricker, knurrte Mortimer ihn an und wartete, bis der andere Mann gegangen war. Dann drehte er sich zu Sam um und kam einen Schritt näher. Es ist kein Scherz, Sam. Fass mich ja nicht an, fauchte sie und wich vor ihm zurück. Zwar herrschte in ihrem Kopf ein völliges Durcheinander, weil die unterschiedlichsten Gefühle auf sie einstürmten, doch die Wut überwog eindeutig alles andere. Natürlich ist es ein Scherz. Was soll das Ganze? Ist es deine Art, mit mir Schluss zu machen? Tust du so, als wärst du verrückt, damit ich dir die Arbeit abnehme? Ich möchte nicht mit dir Schluss machen. Auf jeden Fall willst du mich nicht bei dir haben, sonst würdest du dir nicht so einen Schwachsinn ausdenken. Außerdem musst du das Ganze von langer Hand geplant haben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es hier in der Gegend irgendwo einen Laden gibt, der solche ausfahrbaren Zähne verkauft, wie Bricker sie vorgeführt hat. Was hattet ihr euch vorgenommen? dass ihr herkommt, um eine Frau ins Bett zu kriegen, mit der ihr dann diese Nummer abzieht? Wäre euch jede Frau dafür recht gewesen? War ich zufällig gerade die passende für euren Gag? Nein, ich... Die Mühe hättest du dir sparen können, fiel sie ihm ins Wort und zahlte ihm den Schmerz zurück, den er ihr zugefügt hatte. Du solltest für mich sowieso nur eine Affäre sein. Du weißt schon, man wird von dem einen Pferd abgeworfen und steigt einfach aufs Nächste. Meinst du ernsthaft, ich hätte mich auf was Ernstes mit einem Typen eingelassen, der in einer Band spielt? Was hast du dir gedacht? Dass ich davon geträumt habe, dir von einem Auftritt zum anderen zu folgen und dem Publikum zu stehen, um zwischendurch mein T-Shirt hochzuziehen und dir meine Titten zu zeigen? Sam. Er versuchte, ihre Hände zu fassen, doch sie wich abermals vor ihm zurück. Finger weg und versuch jetzt nicht, den netten Karl zu spielen. Du hattest letzte Nacht deinen Spaß, heute wolltest du mit mir Schluss machen und das ist dir ja auch gelungen. Jetzt kannst du zu deinen Kumpels zurückkehren und dich darüber amüsieren, wie leicht du mich rumgekriegt hast und wie sehr ich mich aufgeregt habe, als du mich abserviert hast. Die werden bestimmt eine Menge zu lachen haben, so wie sie sich sicher über die Aktion mit den Egeln krumm gelacht haben dürften. Ich weiß, dass meine Schwestern das zum Tod lachen fanden, fügte sie Sam flehte er sie an. Auf der Stelle, knurrte sie. Sie war zu wütend, um sich noch irgendetwas von dem anzuhören, was er sagen wollte. Sie war wütend und verletzt und am liebsten hätte sie irgendwas kaputt geschlagen oder sie hätte heulen wollen. So oder so sollte er aber aus ihrem Haus verschwinden, bevor sie das eine oder das andere tat. Zu ihrer großen Erleichterung versuchte er nicht länger auf sie einzureden, sondern atmete seufzend aus und machte kehrt. Vom Fenster aus sah Sam ihm nach, bis er im benachbarten Cottage verschwunden war. Dann wandte sie sich um und ließ ihren Blick durch das Zimmer schweifen. Sie musste sich mit irgendetwas beschäftigen, um sich abzulenken, dachte sie, und griff nach einem Buch, das auf dem Tisch lag. Sie holte aus und schleuderte es mit Wucht gegen die Wand, wo es den Bilderrahmen mit dem vor vielen Jahren aufgenommenen Familienfoto traf. Der Rahmen rutschte vom Haken und landete auf dem Boden, wo die Glasscheibe in unzählige Schaben zersplitterte. In dem Moment kam Sam die Trennen. Sie wandte sich von den vorwurfsvollen Blicken ihrer Familie ab und setzte sich im Schneidersitz auf Sofa, nahm eines der Kissen und drückte es gegen ihre Brust, um das Gesicht darin versinken zu lassen, während sie laut zu schluchzen begann. Es kam ihr vor, als sei ihr das Herz gebrochen worden, und sie fürchtete, dass das nicht nur so ein Gefühl war. Du bist einfach gegangen? fragte Bricker ungläubig. Was hätte ich denn sonst tun sollen, knurrte Mortimer, während er in der Küche auf- und abging. Sie war so verletzt und so wütend, dass sie mir nicht zugehört hätte. Bricker sah kurz zu Decker. Dann sagte er, du hättest weiter mit ihr reden müssen, um sie davon zu überzeugen, dass es kein Witz ist. Du hättest sie zu deiner Lebensgefährtin erklären müssen. Der jüngere Mann glaubte immer noch, dass man im wusste Mortimer, dass man für manche Dinge eben nicht kämpfen konnte und dass es dann besser war, den Rückzug anzutreten und den anderen in Ruhe zu lassen. Frustriert schüttelte er den Kopf. Mein Gott, Bricker, du kannst manchmal so jung sein. Ja, und manchmal bist du so alt und starr sie... Er hat recht, Bricker, in diesem Fall bringt es nichts, sie zum Zuhören zu zwingen, unterbrach Decker ihn. Was? Der junge Mann drehte sich erstaunt um. Was soll er denn sonst machen? Sie wird... Weder ihm noch irgendwem sonst zu hören, solange wir sie nicht dazu bringen können, uns ihre Aufmerksamkeit zu schenken, führte Decker den Satz zu Ende und ergänzte, so wie ich das sehe, ist sie im Augenblick fest davon überzeugt, dass man mit ihr gespielt hat. Sie ist zu hat. Ricker grübelte darüber nach und wandte sich schließlich an Mortimer. Ich könnte versuchen, für dich ein gutes Wort einzulegen. Sein Zorn auf den Mann ließ ein wenig nach, trotzdem schüttelte er den Kopf. Im Moment hält sie uns beide für Drecksäcke. Dann kann ich einspringen, schlug Decker vor. Mortimer schloss die Augen. Er hatte wirklich gute Freunde. Danke, erwiderte er und versuchte zugleich, sich keinen Hoffnungen hinzugeben. Decker würde es vielleicht auch nicht gelingen, Sam zum Zuhören zu bewegen. Wahrscheinlich hielt sie ihn auch für einen Drecksack. Und wann willst du? Jetzt, erklärte Decker und verließ das Cottage. Mortimer ging bis zur Tür und sah dem anderen Unsterblichen nach, als er hinüber zum Nachbar Grundstück ging. Ihm war bewusst, dass seine Zukunft in den Händen dieses Mannes lag. Sam hatte inzwischen aufgehört zu weinen und hob den Kopf, als es an der Tür klopfte. Sie saß noch immer zusammengekauert auf dem Sofa und hielt das Kissen an sich gedrückt. Doch als sie erkannte, dass es Decker war, der draußen vor der Fliegengittertür stand, kochte die Wut wieder in ihr hoch. Offenbar hatten die drei von nebenan ihren kleinen Scherz noch nicht bis zum Ende durchgespielt. Was willst du? fauchte sie den Mann an. Reden? Er kam herein, ohne auf ihre Aufforderung zu warten und blieb stehen, um sie anzusehen. Trotzig hob sie das Kinn, da sie wusste, dass er ihr die vergossenen Tränen ansehen konnte. Nach sekundenlangem Schweigen hatte sie plötzlich das Gefühl, dass sich etwas in ihrem Verstand prägte. Das war ihr in den letzten Wochen schon ein paar Mal aufgefallen, und zwar immer dann, wenn sich Mortimer und seine Freunde in ihrer Nähe aufhielten. Nur war es da jeweils von viel kürzerer Dauer gewesen. Außerdem hatten die Männer sich schnell wieder davon abgelenkt. Jetzt gab es allerdings nichts, was sie davon hätte ablenken können, und es hielt viel länger an. Sam begann mit Sorge zu überlegen, ob in ihrem Kopf womöglich ein Gehirntumor heranwuchs. Du hast keinen Gehirntumor, sagte Decker urplötzlich, und dann fügte er hinzu, es ist wirklich nur in deinem Interesse, wenn du mir jetzt gut zuhörst. Sam sah ihn verwundert an. Woher weiß er, dass ich an einen Tumor gedacht habe, überlegte sie kurz, verdrängte da ihr die Wortwahl seiner zweiten Bemerkung bewusst wurde. Was er gesagt hatte, klang fast bedrohlich. Erst wurde sie von Mortimer und Bricker gedemütigt und nun kam ihr Decker auch noch so. Na großartig, dachte sie und fragte mürrisch, und wenn ich dir nicht zuhören will? Was ich dann machen werde, wird dir nicht gefallen. Ist das eine Drohung, Decker? Er zuckte mit den Schultern. Wenn du mir nicht zuhören willst, werde ich gezwungen sein, deine Erinnerung an die letzten Tage zu löschen. Für dich ist das dann so, als wärst du Mortimer nie begegnet. Seine Worte ließen sie ungläubig auflachen. Ja, sicher. Weißt du, das klingt sogar richtig verlockend. Nur zu. Natürlich glaubst du nicht, dass ich dazu in der Lage bin. da sie das Kissen zur Seite legte und aufstand. Sie hatte weder das eine noch das andere beabsichtigt und trotzdem tat sie es. Während sie zu verstehen versuchte, was mit ihr geschah, schaltete Decker das Radio an, das auf dem Tresen neben dem Herd stand. Leise Musik wehte durch das Zimmer. Lust auf einen Tanz? fragte er. Ich Sam brach mitten im Satz ab, als sich ihr Körper wie aus eigenem Antrieb durch den Raum bewegte. Es war so, als sei ihr Gehirn von außen übergangen worden, um sie fernzusteuern. Sie versuchte stehen zu bleiben, aber ihre Füße taten nicht, was ihr Kopf wollte. Bei Decker angekommen hielt sie an und ihre Arme hoben sich. Eine Hand legte sie auf seine Schulter, der andere ergriff seine du das an, fragte sie mit zitternder Stimme, während er mit ihr durch die Küche schwebte. Was machst du mit mir? Ich kontrolliere dich, antwortete er wie selbstverständlich. Dich tanzen zu lassen erschien mir die angenehmere Alternative. Ich hätte dich auch alles andere machen lassen können, aber es musste etwas sein, das dich davon überzeugt, dass du das nicht aus eigenem Willen machst. Sterbliche sind nämlich sehr gut darin, sich Dinge einzureden. Sterbliche? Wiederholte Sam verständnislos. Nichts von alledem ergab einen Sinn. Ihr Verstand wollte unter keinen Umständen akzeptieren, dass sie von ihm kontrolliert wurde, auch wenn das wohl der Fall sein musste. Ein wenig benommen stellte sie fest, dass sie ganz sicher nicht aus eigenem Willen handelte. Ja, Sterbliche. Du bist ich nicht. Er ließ sie eine Pirouette drehen, dann kehrte sie zurück in seine Arme. Dort wollte sie unter keinen Umständen hin, doch ihren Körper schien nicht zu interessieren, was sie wollte oder nicht. Du bist nicht sterblich? fragte sie verwundert. Das weiß ich ganz sicher, beteuerte er und hörte auf zu tanzen, hielt Sam aber an sich gedrückt. Plötzlich öffnete er den Mund und ließ seine Fangzähne herausfahren, so wie Bricker es kurz zuvor auch gemacht hatte. Er ließ sie eine halbe Minute diese zusätzlichen Zähne betrachten, dann fuhr er die Zähne wieder ein und fragte, muss ich dich jetzt erst noch beißen oder glaubst du mir auch so? Sam sah ihm in die Augen, doch sie brachte keinen Ton heraus. Sie konnte nicht mal einen klaren Gedanken fassen. Decker schaute sie abwartend an. Dann also lieber ein Biss. Nein, keuchte sie und versuchte sich aus seiner Umarmung zu befreien. Wie zuvor schickte ihr Gehirn die entsprechenden Befehle an die jeweiligen Muskelgruppen, aber ihr Körper weigerte sich auch nur den kleinen Finger zu rühren. Ihr Herz schlug ruhig und gleichmäßig, obwohl sie in Panik war und ihr Herz hätte rasen müssen. Da war wieder dieses eigenartige Gefühl in ihrem Kopf. Und dann sagte Decker, ich kontrolliere das Schlagen deines Herzens und sorge dafür, dass du ruhig bleibst. Mortimer würde es mir nie verzeihen, wenn du meinetwegen einen Herzschlag bekommst und tot umfällst. Du kannst meine Gedanken lesen, spiel sie ihm angewidert entgegen. Oh ja, bestätigte aus Abscheu wurde entsetzen, als ihr durch den Kopf ging, dass er womöglich jeden ihrer lüsternen Gedanken gelesen hatte. Nein, antwortete Decker ernst, wenn er das könnte, wärst du nicht seine Lebensgefährtin. Seine Lebensgefährtin? murmelte sie. Mortimer hatte sie auch so bezeichnet. Decker zögerte einen Moment, dann ließ er sie los und trat einen Schritt nach hinten. Gleichzeitig hob er seine Kontrolle über sie auf, sodass ihr Körper wieder ihr selbst gehorchte. Sam erkannte es daran, dass sie zu Buden sank, da ihre Beine nicht mehr bereit waren, sie zu tragen. Hastig kam Decker zu ihr und stützte sie. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, erklärte er förmlich, während er ihr zu einem Stuhl am Esstisch half. Du warst zu verletzt und zu diesen Streich gespielt. Deshalb hättest du keinem von uns freiwillig zugehört. Ich musste etwas unternehmen, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich glaube, du dürftest jetzt bereit sein, dir anzuhören, was Mortimer dir sagen will. Er wartete ihre Erwiderung nicht ab, sondern machte auf dem Absatz kehrt und verließ das Cottage. Sam schaute ihm nach, ohne zu wissen, was sie sagen oder denken sollte. Sie wird dir jetzt zuhören. Mortimer zuckte zusammen, als Deckers Stimme wie aus dem Nichts ertönte. Meinst du? fragte er skeptisch. Ich konnte sie beruhigen und sie davon überzeugen, dass ihr zwei nicht gelogen habt. Du kannst ihr jetzt alles erklären. Sie wird dir zuhören, versicherte er ihm. Ob sie allerdings auch bereit ist, deine Lebensgefährtin zu werden? Er zuckte unsicher mit den Schultern. Das liegt allein an ihr. Mortimer nickte und ging zur Tür. Garrett! Misstrauisch warf er einen Blick über die Schulter. Deckers sprach ihn sonst nie mit seinem Vornamen an, und dass er es jetzt tat, konnte nichts Gutes bedeuten. Sie wird dir glauben, was du ihr jetzt erzählst. Ob sie allerdings deine Lebensgefährtin sein will, er ließ den Satz unvollendet, aber Mortimer wusste auch so, was der andere Unstabliche damit sagen wollte. Wenn es ihm nicht gelang, Sam davon zu überzeugen, seine Lebensgefährtin zu werden, dann musste ihre Erinnerung an die letzten Tage vollständig getilgt werden, und das galt auch für ihre Schwestern. Sie würden sich danach nicht einmal daran erinnern, dass sie den Männern begegnet waren. Der Gedanke machte Mortimer Angst, doch er wusste, es musste geschehen, um seine Art zu schützen. Das war stets die oberste Sorge. Ein Unsterblicher mit gebrochenem Herzen war ein geringer Preis dafür, dass nicht seine ganze Art verfolgt und ausgelöscht wurde. Er nickte knapp, dann wandte er sich ab und verließ den Raum. Irgendwie musste er Sam davon überzeugen, dass sie bei ihm blieb und seine Lebensgefährtin wurde. Ansonsten würde er sie für immer verlieren, da er wusste, dass er nicht in der Lage sein würde, sich wieder in ihre Nähe zu begeben, wenn ihr erst einmal die Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit genommen worden war. Das Risiko war zu groß, dass diese gelöschten Erinnerungen an die Oberfläche er könnte seine Erfolgsaussichten positiver einschätzen, als das im Augenblick der Fall war. Mortimer entdeckte Sam in dem Moment, als er auf die Veranda kam und auf die Tür zuging. Sie saß am Tisch, den Kopf vorn über gebeugt und wirkte niedergeschlagen. Unwillkürlich fragte er sich, was Decker wohl zu ihr gesagt hatte. Oder was er getan hatte, überlegte er besorgt. Decker hatte ihn wissen lassen, sie sei jetzt bereit, ihm zuzuhören. Folglich konnte er nicht viel enthüllt haben. Was wiederum hieß, er musste etwas mit ihr gemacht haben, dass sie von ihrer Meinung abgebracht hatte, sie würden ihr nur einen miesen Streich spielen. Er fasste nach dem Türgriff, hielt jedoch inne und entschloss sich erst anzuklopfen. Sam verkrampfte sich sichtlich, dann setzte sie im mürrischer Tonfall erschreckte ihn. Trotzdem öffnete er die Tür und trat ein. Decker sagte, du willst jetzt mit mir reden, murmelte er und ging um den Tisch herum, damit er ihr gegenüber Platz nehmen konnte. Reden? Ich glaube, du erwartest von mir eher, dass ich dir zuhöre, nicht wahr? Gab sie zurück, sah ihn eine Weile schweigend an und sagte dann, zeig mir deine Zähne. Es war keine Bitte, wie ihm sofort klar war, und dass sie so fordernd klang, machte ihm nichts aus. Sie war wütend auf ihn. Welcher Sterblicher an ihrer Stelle wäre das nicht gewesen? Bis zu diesem Moment hatte sie Vampire für Monster aus irgendwelchen Mythologien gehalten. Außerdem war ihre letzte Unterhaltung gründlich schief gegangen und er hatte das zu verantworten. Diese Art von Gespräch war nie einfach. Aber so ungeschickt wie er musste man sich dabei nun wirklich nicht anstellen. Dennoch zögerte er, ihr seine Zähne zu zeigen. Sie hatte Angst vor Fledermäusen oder Vampiren oder vor beidem und er wollte nicht mit ansehen müssen, wie sie sich angewidert von ihm abwandte. Bitte. Diesmal war ihr Tonfall nicht so fordernd, sondern eher versöhnlich, was in ihm eine gewisse Hoffnung aufkommen ließ. Wenn er ihr nichts mehr bedeutet hätte, wäre es ihr doch sicher egal gewesen, wie sie mit ihm redete. Von dieser Überzeugung angespornt, öffnete er den Mund und ließ seine Reißzähne zum Vorschein kommen. Dann zog er sie rasch wieder ein und schloss den Mund, um den Speichel zu schlucken, der sich in seiner Kehle gesammelt hatte. Tut es weh, wenn sie rauskommen? fragte sie und klang dabei vor allem neugierig. Nein. Merkst du es? Mortimer dachte über ihre Frage nach, weil er sich darüber noch nie Gedanken gemacht hatte. Schließlich antwortete er, eigentlich nicht. Es ist mehr so, als würde man das Knie beugen. Man weiß, dass es passiert, aber man fühlt es nicht wirklich. Sam nickte nachdenklich und ließ ihren Blick von seinem Mund zu den Augen wandern. Dekker hat gesagt, du willst mir alles erklären. Nachdem er eine Weile überlegt hatte, wo er anfangen sollte, sagte er, also, ich bin ein Unsterblicher. Du meinst, du bist ein Vampir, nicht wahr? hielt sie ironisch dagegen. Er verzog das Gesicht. Manche nennen uns so. Aber das gefällt dir nicht. Er schüttelte den Kopf. Vampire sind Ungeheuer, die über nichts ahnende Bäume, ähm, Leute herfallen und von ihnen trinken. Und das machst du nicht? Nein, erwiderte er sofort. Ich nehme Blut aus Plastikbeuteln zu mir, das uns von einer Blutbank geliefert wird. Du beißt einen Blutbeutel? fragte sie mit einer eigenartigen Mischung aus Abscheu und Enttäuschung. Ich beiße nicht den Beutel, sondern ich drücke ihn gegen meine Zähne. Er wünschte, er hätte einen Blutbeutel mitgebracht, um es ihr vorzuführen. So konnte er nur seine Fangzähne ausfahren und mit einer Geste andeuten, wie er mit der Konserve hantieren würde. Aha. Sie lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und wirkte mit einem Mal viel entspannter. Wie es schien, war ein Vampir, der Blut aus Plastikbeuteln trank, gar nicht so erschreckend. Mortimer spielte kurz mit dem Gedanken, ihr einzugestehen, dass seine Art in Notsituationen auch schon mal einen Menschen biss, um dessen Blut zu trinken, und dass er erst vor wenigen Tagen in Minden genau das gemacht hatte. Aber dieses Geständnis verschob er lieber auf einen späteren Zeitpunkt. Einen viel späteren Zeitpunkt. Er stutzte. Dann wurde ihm bewusst, dass er eine Menge zu erklären hatte. Ich bin auch nicht tot, gab er geduldig zurück. Dracula ist eine fiktive Figur, auch wenn sie auf einem von uns basiert und uns in gewisser Weise ähnlich ist. Wenn du nicht tot bist, wieso bist du dann ein … Sam deutete auf seinen Mund. »Nanos«, sagte er. Sam hob die Augenbrauen. »Nanos? Du meinst Nanos im wissenschaftlichen Sinn? Dann ist dein Vampirismus wissenschaftlicher Art?« »Ganz richtig«, bestätigte er erfreut. »Du musst wissen, unsere Wissenschaftler hatten einen Weg gefunden, Nanotechnologie und Mikrobiologie miteinander zu verbinden und Nanos zu erschaffen, die in den Blutkreislauf injiziert wurden, um dort zu leben und sich zu reproduzieren. Ihre Aufgabe war es, Verletzungen zu beheben und Infektionen und Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen. Nach getaner Arbeit sollten sie sich auflösen und als Wasser aus dem Körper ausgeschieden werden.« Froh darüber, dass sie ihm aufmerksam zuhörte, fuhr er fort. »Wenn man das recht bedenkt, war es schon eine bahnbrechende Entwicklung.« »Ja«, stimmte sie zu. »Das heißt, man hat dir diese Nanos injiziert, weil du krank warst, richtig?« »Nein. Ich wurde als Unsterblicher geboren. Meine Eltern waren beide Unsterbliche, und sie gaben das mit ihrem Blut an mich weiter.« »Aber das würde ja heißen, dass es diese Technologie schon vor ...« »Wie lange?« »Dass es sie vor über dreißig Jahren gab?«, fragte Sam ungläubig. Mortimer zögerte, da er wusste, sie würde große Schwierigkeiten haben, das zu akzeptieren, was er als nächstes sagen würde. »Es waren keine Ärzte unserer Zeit, die diese Nanos entwickelt haben, Sam.« »Bist du ein Alien?«, rief sie erschrocken und presste sich gegen die Rückenlehne ihres Stuhls. »Habe ich etwa mit einem Alien geschlafen?« »Nein, nein«, versicherte er ihr und griff nach ihrer Hand, da sie von ihrem Stuhl aufsprang. Sam hielt inne und sah ihn unschlüssig an, setzte sich aber nicht wieder hin. »Ich bin kein Alien«, versicherte er ihr und atmete erleichtert aus, als sie auf den Stuhl zurücksank. »Ich komme aus Atlantis.« Da sie mit seiner Erklärung erkennbar nichts anfangen konnte, holte er tief Luft und setzte zu einer historischen Exkursion an. »Also gut«, sagte sie einige Minuten später. »Du willst mir also erzählen, dass es vor langer Zeit Atlantis wirklich gegeben hat und dass die Leute dort technologisch unglaublich weit fortgeschritten waren? Und einer der Wissenschaftler hatte einen Geistesblitz und er fand die Nanos, die die Zellen im menschlichen Körper reparieren und regenerieren.« Sie machte eine kurze Pause, und als er nickte, fügte sie hinzu. »Aber die Leute von Atlantis sind Menschen, nicht wahr?« Wieder nickte Mortimer. »Genau genommen leisten die Nanos mehr als bloß das Reparieren und Regenerieren von Zellen. Sie sorgen dafür, dass ihr Wirt sich immer in körperlicher Bestform befindet. Und sogar noch besser als bloß Bestform, denn wir sind stärker und schneller als Sterbliche.« Sam erinnerte sich daran, wie er mit ihr über der Schulter durch den Wald gerannt war, um dem Bären zu entkommen. »Eure Wissenschaftler«, fasste sie weiter zusammen, um sich zu vergewissern, dass sie alles verstanden hatte, »haben diese Nanos an einigen von euren Leuten getestet, bevor sie erkannten, dass im menschlichen Körper unentwegt Zellen repariert werden müssen. Also gab es für die Nanos keinen Grund, sich aufzulösen, und seitdem sorgen sie dafür, dass sich deine Leute in Bestform befinden.« Nach einer kurzen Pause fragte sie, »Für wie lange?« »Was für wie lange?« »Wie lange hält das an?« »Wie lange wirst du so kräftig und gesund sein?« »Bist du alt bist und irgendwann im Schlaf an Altersschwäche stirbst?« »Ähm«, Mortimer schürzte die Lippen. »Nun, im eigentlichen Sinne werden wir nicht alt.« »Ihr altert nicht?«, wiederholte sie leise. »Der Alterungsprozess wird von den Nanos als Schaden an den Zellen wahrgenommen und repariert. Deshalb bleibt der Körper jung und gesund.« »Und für wie lange?«, beharrte sie, während sie ihn kopfschüttelnd musterte. »Nun, das kommt ganz auf den Einzelnen an. Nanos schützen uns nicht vor Unfällen. Wenn einer von uns enthauptet wird oder in einem Feuer verbrennt, dann, dann ist er tot.« »Okay, aber wenn weder das eine noch das andere passiert, wie lange bleibt ihr gesund und jung?«, hakte sie nach. »Die Antwort darauf weiß keiner von uns«, gab er zu. »Keiner?«, wiederholte sie und verzog missbelegend die Mundwinkel. »Wie alt ist denn der Älteste von euch Unsterblichen?« »Der Älteste?« Ihre konkreten Fragen bereiteten ihm Unbehagen und erwich ihren Blick aus. »Ich glaube, der Älteste Unsterbliche, den ich kenne, ist unser Boss Lucian.« »Und wie alt ist er?« »So genau weiß ich es nicht. Er wurde in Atlantis geboren, aber das exakte Jahr ist mir nicht bekannt. Er...« »Er wurde dort geboren?«, unterbrach Sam ihn. »Und Atlantis ist wann untergegangen? Vor Jahrtausenden.« »So in etwa«, murmelte Mortimer. »Und er sieht so jung aus wie du?«, fragte sie entsetzt. »Ja, richtig. Wir alle sehen aus, als wären wir fünfundzwanzig oder dreißig.« Sam lehnte sich wieder zurück und versuchte zu begreifen, was sie soeben erfahren hatte. Nach einer Weile sah sie ihn an, da ihr eine Frage durch den Kopf gegangen war. »Wie alt bist du?« »Ich«, erwiderte er und fühlte sich äußerst unbehaglich. »Ja, du. Du bist nicht auch ein paar tausend Jahre alt, oder doch?« »Nein, nein«, versicherte er ihr hastig. Und als sie sich schon wieder beruhigen wollte, sagte er, »Ich bin erst zwölfhundert geboren.« Hier stockte der Atem. Dann stammelte sie. »Das heißt, du, du bist über achthundert Jahre alt?« »Das kommt hin«, räumte er leise ein. »Aber das, ich, du könntest mit meiner Großmutter was gehabt haben und sogar mit meiner Urgroßmutter.« »Das ist sehr unwahrscheinlich«, beteuerte er achselzuckend. »Ich habe schon vor Jahrhunderten jedes Interesse an Frauen verloren.« »Ich weiß nicht, ob ich dir das nach letzter Nacht glauben soll«, konterte sie. »Aber wenn das Desinteresse war, möchte ich nicht erleben, wie deine Art sich aufführt, wenn sie interessiert ist. Vermutlich wäre ich dann inzwischen an Erschöpfung gestorben.« »Oh, ich wollte damit sagen, dass ich nicht an anderen Frauen interessiert war. An dir bin ich sehr wohl interessiert«, erklärte er und ergänzte. »Schließlich bist du meine Lebensgefährtin.« Als sie ihn daraufhin verständnislos ansah, berichtete er ihr. »Bei den meisten Frauen kann ich dir Gedanken lesen und sie kontrollieren. Aber das nimmt dem Ganzen den Spaß. Du musst nicht erst überlegen, was ihnen gefällt. Du siehst einfach in ihrem Geist nach. Du musst auch nicht reden, weil es viel leichter ist, ihre Gedanken zu lesen. Und was den Sex angeht«, er hielt inne, verzog den Mund und sagte, »Naja, um ehrlich zu sein, geht es schneller, als wenn man sich einen runterholt. Denn ob man will oder nicht, man lässt die Frau genau das tun, was man will. So wie die Nahrungsaufnahme ist Sex eine so intime Sache, dass unser Verstand sofort die Kontrolle über das Geschehen übernimmt.« Ergriff nach ihrer Hand und sah ihr in die Augen. »Aber mit dir ist es ganz anders, weil ich dieses Problem bei dir nicht habe. Ich kann dich nicht lesen und ich kann dich nicht kontrollieren.« Sam seufzte. Er klang so ehrlich und am liebsten hätte sie die Arme um seinen Hals geschlungen, um ihn an sich zu drücken. Doch sie hatte noch so viele Fragen, die er ihr beantworten musste, dass sie ihren Wunsch nicht in die Tat umsetzte, sondern ihre Hand zurückzog. Alles habe ich aber noch nicht begriffen, sagte sie. Zum Beispiel die Frage, was das alles mit den Zähnen und dem Blut zu tun hat.« »Oh«, Mortimer verzog den Mund. »Also, die Nanos benötigen Blut, um sich von der Stelle zu bewegen und Reparaturen durchzuführen. Aber sie verbrauchen dabei mehr Blut, als der Körper ihnen geben kann. Deshalb sind wir gezwungen, anderswo Blut zu beschaffen,« erläuterte er. »Dieses Problem hätten wir nicht, wenn die Nanos nach getaner Arbeit deaktiviert werden würden. Dummerweise hatten die Wissenschaftler dabei außer Acht gelassen, dass der Körper unablässig repariert werden muss.« »Und in Bestform bleibt,« fügte sie lächelnd hinzu. »Ja, natürlich. Sonnenlicht schadet der Haut. Und das gilt auch für viele andere Umwelteinflüsse. Und auch für das, was wir essen und trinken. Allein schon die verstrichene Zeit fügt dem Körper Schäden zu. Während wir hier sitzen und reden, altern die Zellen. Sie zerfallen und sterben. Im menschlichen Körper gibt es ständig irgendetwas zu reparieren.« »Und deshalb schalten sich die Nanos niemals ab,« bekräftigte Sam nochmal. »Richtig,« bestätigte er. »Und die Fangzähne?« Nachdem die Nanos erschaffen und injiziert worden waren, bekamen die Betroffenen täglich Bluttransfusionen, damit die Nanos bei ihrer Suche nach Blut nicht die Organe des Wirtes angriffen. Aber als Atlantis unterging, waren die Überlebenden in einer Welt gestrandet, die nicht annähernd so fortschrittlich war wie ihre eigene. Es gab keine Ärzte, keine Blutbanken, keine Spender. Sam nickte und versuchte sich vorzustellen, wie schrecklich das gewesen sein musste. So in etwa, als würde es sie ins finstere Mittelalter verschlagen, allerdings mit einer Krankheit, die dringend einer fortschrittlichen Behandlung bedurfte. Nein, so etwas konnte sie sich einfach nicht vorstellen. »Und was haben sie gemacht?« Einige von ihnen kamen auf schmerzhafte Weise ums Leben, als sich die Nanos gegen ihren Körper richteten und auf der Suche nach Blut ihre Organe zerfraßen. Andere … »Was war mit den anderen?«, hakte sie nach, als er zögerte. Instinktiv wusste sie, ihr würde nicht gefallen, was er als nächstes zu sagen hatte. Einige wurden zu schlachtern, die Menschen ermordeten und ihren Blut in Schüsseln auffingen, um es zu trinken, weil sie sonst nicht hätten überleben können. Auf diese Phase in unserer Vergangenheit blicken wir nicht mit Stolz zurück, gab er betrübt zu, fuhr dann jedoch schnell fort. Aber bei anderen entwickelten sich die Nanos weiter. Sie waren so programmiert, dass sie ihren Wirt am Leben erhalten sollten. Also leiteten sie Veränderungen am Körper ein, um das Überleben zu sichern. Schließlich hatten sich für uns alle sämtliche Lebensbedingungen radikal verändert. Unter anderem stellte sich heraus, dass Sonnenlicht für unsere Art schädlich ist. Folglich begannen wir, die Sonne möglichst ganz zu meiden und nur noch nachts nach draußen zu gehen, um nicht mehr Blut trinken zu müssen als unbedingt nötig. Als Folge davon verbesserten die Nanos unsere Nachtsicht ganz erheblich. Nach einer kurzen Pause ergänzte er, und sie ließen auch die Reißzähne wachsen, um mit ihrer Hilfe Blut saugen zu können. Sam schloss die Augen. Er hatte gesagt, dass sie keine Menschen bissen, sondern ihr Blut von einer Blutbank bezogen. Das mochte ja so sein, aber die erste Blutbank war irgendwann um 1930 herum eingerichtet worden. Bis dahin hatten sie alle auf eine andere Weise an ihr Blut gelangen müssen, indem sie Menschen bissen. Dracula existierte also tatsächlich. Nur war er nicht durch einen Fluch entstanden, sondern durch einen wissenschaftlichen Irrtum, und er war nicht untot, sondern besaß immer noch seine Seele. Jesus, fuhr es ihr plötzlich durch den Kopf. Der Mann, den ich liebe, ist 800 Jahre alt. Was? Sie liebte ihn? Ja, aber natürlich. Das war mal wieder typisch für sie. Da verliebte sie sich in den süßen Liedsänger einer nicht allzu erfolgreichen Band, und der entpuppte sich als Vampir. Nur, dass der gar kein Liedsänger war und auch seine Band gar nicht existierte. Dann jagst du also tatsächlich für diesen Rat der Vampire, Abtrünnige? Wollte sie wissen. Nun, der Rat ist einfach nur der Rat, nicht der Rat der Vampire, korrigierte er sie und verzog schmerzhaft das Gesicht. Ist auch egal, meinte sie und machte eine wegwerfende Geste. Und du suchst hier in der Gegend nach einem von diesen Abtrünnigen? Richtig. Und was hat dieser Vampir getan, um als abtrünnig bezeichnet zu werden? Er hat hier in der Umgebung Menschen gebissen, gestand Mortimer widerstrebend. Du hast doch gesagt, dass ihr niemanden mehr beißt, sondern Blutkonserven trinkt, hielt sie ihm vor. Ja, und das stimmt auch, beteuerte Mortimer. Deshalb ist er ein Abtrünniger. Sterbliche zu beißen verstößt gegen unsere Gesetze. Deshalb sind wir hier. Wir wollen ihn zu fassen bekommen, damit wir ihn dem Rat übergeben können, der dann über ihn urteilen wird. Leise seufzend lehnte sich Sam zurück. Sie konnte wohl nicht Mortimers Volk für das verdammen, was ein einzelner Tat, der unbedingt aus der Reihe tanzen musste. Bei den Sterblichen gab es schließlich auch genügend Leute, die gegen Gesetze verstießen. Diese Einsicht brachte sie auf einen Gedanken. Dann habt ihr auch eure eigenen Gesetze? Oh ja, wir können uns nicht an euren Gesetzen orientieren. Sterbliche können uns Sterbliche nicht dazu zwingen, deren Gesetze zu achten. Dafür fällt es uns viel zu leicht, in den Geist eines Sterblichen einzudringen und ihnen glauben zu machen, dass wir gar nichts getan haben oder dass wir nicht mal am Ort des Geschehens gewesen sind. Sam nickte bedächtig. Für Sterbliche wäre es ein regelrechter Albtraum, Unsterbliche für ein Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen. Also war es nötig, dass sie ihre eigenen Gesetze und entsprechende Gesetzeshüter hatten. Und was besagen eure Gesetze? fragte sie interessiert. Wir dürfen keine Sterblichen beißen, und wir dürfen nur einmal in unserem Leben einen Sterblichen wandeln. Sie wartete, dass er weiterredete. Doch als das nicht geschah, fragte sie verdutzt. Das ist alles? Mehr Gesetze habt ihr nicht? Ihr habt ja tausende Zeit, um euch ein Gesetzeswerk zu überlegen, und das kommt dann dabei heraus? Sie schnaubte entrüstet. Lieber Himmel, sogar Moses hatte immerhin zehn Gebote. Naja, ein paar mehr Gesetze gibt es schon noch, konterte er. Wir sollen nicht die Aufmerksamkeit auf unsere Existenz lenken. Sterbliche sollen nicht erfahren, dass es uns gibt. Tja, das Gesetz hast du dann ja wohl gebrochen, meinte sie. Das ist etwas anderes. Du bist meine Lebensgefährtin. Lebensgefährtin, wiederholte sie und schnalzte ungeduldig mit der Zunge. Das ist jetzt das dritte Mal, dass du diesen Begriff benutzt, und Decker hat auch davon gesprochen. Hat es irgendwas Bestimmtes zu bedeuten? Nach kurzem Zögern erklärte er, die Lebensgefährtin ist die eine Person, die ein Unsterblicher weder lesen noch kontrollieren kann. Das ist das erste Anzeichen. Das erste Anzeichen? Dann gibt es mehr in der Art? Mortimer nickte. Wenn ein Unsterblicher zum ersten Mal seiner Lebensgefährtin begegnet, bekommt er Probleme damit, seine Gedanken vor anderen Unsterblichen abzuschirmen. Sam machte eine erstaunte Miene. Du musst deine Gedanken vor ihnen abschirmen? Wenn wir das nicht tun, können wir die Gedanken von Unsterblichen genauso lesen wie die von Sterblichen. Wir lernen sehr früh, wie man sich abschirmt. Es ist nicht weiter schwierig, aber man muss sich konzentrieren. Und genau um diese Konzentration ist es geschehen, sobald man seiner Lebensgefährtin begegnet. Dann können andere Unsterbliche einen nach Herzenslust lesen, gestand Mortimer und verzog den Mund. Dann fügte er rasch hinzu. Ein weiteres Symptom ist der wiedererwachte Appetit. Auf Essen und auf Sex. Du musst wissen, dass die meisten Unsterblichen nach etwa hundert Jahren jegliches Interesse an normaler Nahrung verlieren. Von da an essen sie nur noch bei besonderen Anlässen, bei Feiern und so weiter. Aber in erster Linie ernähren sie sich von Blut. Da der Mann wie ein wilder alles Essen in sich hineingeschaufelt hatte, seit sie sich begegnet waren, fragte Sam nur, und nach hundert Jahren verliert man auch das Interesse an Sex? Das ist bei jedem anders, erwiderte er achselzuckend. Bei mir war das der Fall vor, ich würde sagen, vor zwei oder dreihundert Jahren. Dann hat das Interesse daran also länger angehalten als das an normaler Nahrung, stellte sie ironisch fest. Mortimer grinste sie an. C'est la vie. Seine Antwort kam so überraschend, dass Sam auflachen musste. Schließlich fragte sie, und jetzt? Jetzt, sagte er behutsam, musst du dich entscheiden, ob du meine Lebensgefährtin sein möchtest. Ich dachte, das bin ich bereits. Du hast doch gesagt, dass bei dir alle Symptome vorhanden sind. Das ist richtig, und du bist auch meine Lebensgefährtin, aber das bedeutet nicht, dass du deswegen auch damit einverstanden sein musst, erläuterte er. Du könntest dich auch gegen ein Leben an meiner Seite entscheiden. Und wenn ich mich dagegen entscheide? Der bloße Gedanke ließ ihn erblassen. Trotzdem antwortete er. Dann wird deine Erinnerung an mich gelöscht, und du wirst weiter dein Leben so leben, als seien wir uns nie begegnet. Diese Vorstellung gefiel ihr ganz und gar nicht. Und wenn ich mich für dich entscheide? Dann musst du dir in einem zweiten Schritt überlegen, ob du gewandelt werden möchtest. Gewandelt? Sie legte die Stirn in Falten. Heißt das, ich werde… Unsterblich, führte Mortimer ihren Satz für sie zu Ende. Unsterblich, flüsterte sie. Das bedeutete wohl auch, dass sie eine Transfusion mit diesem Nanoblut bekommen würde. Doch in erster Linie kreisten ihre Gedanken um die Folgen dieser Wandlung, wie er es nannte. Dann würde sie unsterblich sein. Ewig jung zu bleiben war keine schlechte Sache, und stärker und schneller zu sein hörte sich irgendwie cool an, nur das mit den Blutbeuteln klang einfach nur eklig. Sie würde sich damit vielleicht noch anfreunden können, wenn das bedeutete, bei Mortimer zu sein, aber… Wo ist der Haken? fragte sie plötzlich. Der Haken? Ja, der Haken, wiederholte sie. Es gibt immer irgendeine negative Seite. Du bietest mir ewige Jugend an deiner Seite, einem gutaussehenden, intelligenten Mann. Blut aus Plastikbeuteln zu trinken hört sich nicht gerade berauschend an, aber es muss doch noch andere Nachteile geben. Naja, du solltest dich so wenig wie möglich der Sonne aussetzen. Du bist in der Sonne gewesen, als wir einkaufen waren, und genauso auf dem See auf den Jetskis, und du… Wir können Sonnenlicht aushalten, aber dann müssen wir mehr Blut trinken. Oh. Sie dachte kurz nach. Und was ist mit Knoblauch und all den anderen Sachen? Knoblauch ist köstlich, erwiderte er. Wenn du willst, kannst du Knoblauch essen. Und du kannst auch Kirchen besuchen. Das sind alles nur Mythen, die mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Aber… forschte sie nach. Es gibt doch noch irgendeinen großen Nachteil. Mortimer seufzte und nickte verhalten. Aber wir werden nicht älter. Wenn du länger als zehn Jahre mit den immer gleichen Menschen zu tun hast, wirf das Fragen auf, weil du nicht älter wirst. Die meisten von uns ziehen alle zehn Jahre um. Und diejenigen, die mit Menschen zu tun haben, wechseln in den gleichen Intervallen den Job. Das ist also der Haken, murmelte Sam. Und der war nicht von schlechten Eltern. Sie legte sich für ihre Karriere krumm, und jetzt würde sie die in zehn Jahren aufgeben müssen. Das war aber noch gar nicht das Schlimmste. Nach einer kurzen Pause ergänzte Mortimer nämlich. Und in zehn Jahren wirst du dich auch von deinen Schwestern trennen müssen. Sam starrte aus dem Fenster, den Blick auf Deckers Cottage gerichtet, während sie nach Mortimer Ausschau hielt. Ob die Männer wach waren, wusste sie nicht, da sie bislang keinen von ihnen gesehen hatte. Dass Mortimer einen Bogen um sie machte, verwunderte sie nicht, wollte er ihr doch die Gelegenheit geben, in Ruhe ihre Entscheidung zu treffen. Es war genau das, was er ihr auch angekündigt hatte, als er sich nach seinen ausführlichen Erklärungen zu den Vor- und Nachteilen der angebotenen Unsterblichkeit zurückgezogen hatte. Sam war klar, dass sie die Chance haben sollte, ungestört über alles nachzudenken. Dennoch fehlte ihr seine Nähe. Ein frustrierter Seufzer kam ihr über die Lippen, und sie verließ ihren Platz am Fenster. Nach wenigen Schritten kehrte sie dann aber schon wieder zurück und nahm wieder die gleiche Position ein. So wie an jedem Abend, seit er ihr die Wahrheit über sich erzählt hatte. Alex und Joe hatten nach dem Abendessen das Cottage verlassen, weil sie annahmen, sie und Mortimer würden die gemeinsame Zeit nutzen. Sam ließ die zwei in dem Glauben, weil sie Zeit und Ruhe benötigte, um allein über ihre Zukunft nachzudenken. Und auch über die Zukunft ihrer Schwestern. Ganz egal, wie sie sich entschied, irgendeiner von den Menschen, die sie liebte, würde der Leidtragende sein. Konnte sie sich für Mortimer entscheiden, wenn sie wusste, sie würde in spätestens zehn Jahren aus dem Leben ihrer Schwestern verschwinden müssen? Oder entschied sie sich für Alex und Joe und gab damit alle Erinnerungen an Mortimer auf? Allein bei dem Gedanken daran verkrampfte sich jeder Muskel in ihrem Leib. Es war kaum vorstellbar, dass sie vor zwei Wochen noch nicht mal von Mortimers Existenz gewusst hatte. Und inzwischen hatte er in ihrem Herzen einen so großen Platz erobert, dass sie nicht glaubte, ohne ihn leben zu können. Sie dachte ständig an ihn. Andauernd ging ihr durch den Kopf, was er gesagt und getan hatte, während sie das benachbarte Cottage nicht aus den Augen ließ. Wenn sie doch wenigstens einen Blick auf ihn erhaschen könnte, wie er zu seinem Geländewagen ging, um sich auf die nächtliche Jagd nach dem Abtrünnigen zu begeben. Dann würde sie auch ihren Platz am Fenster verlassen. Nur um gleich darauf im Zimmer auf- und abzugehen und sich den Kopf zu zermartern, bis sie sich irgendwann ins Bett legte. Dort würden ihre Gedanken weiter nur um ihn kreisen, während sie darauf wartete, dass sie den Wagen zurückkommen hörte. Dann würde sie sich hinsetzen und aus dem Fenster sehen, um Mortimer zu beobachten, wie er die wenigen Schritte zum Cottage zurücklegte. Erst danach würde sie einschlafen können, wobei er sie aber auch noch in ihren Träumen verfolgte. Obwohl sie so lange aufblieb, wachte sie spätestens gegen elf Uhr auf und schleppte sich müde und erschlagen durch den Tag, während die Gedanken durch ihren Kopf rasten, auf der Suche nach einem Hinweis, welche Richtung sie einschlagen sollten. Sie kniff die Augen zusammen und beobachtete die Tür, die in die Küche führte. War dahinter der Glasscheibe eine Bewegung zu sehen gewesen? Ein Moment lang gestattete sie ihrem Herzen die Hoffnung, Mortimer könnte zu ihr rüberkommen, um ihr einen kurzen Besuch abzustatten, bevor sich die Männer auf die Jagd begaben. Doch eigentlich wusste sie ganz genau, dass das nicht geschehen würde. Da Mortimer ihr gesagt hatte, sie solle ihm ihre Entscheidung mitteilen, kurz bevor sie sich auf den Rückweg in die Stadt machen würden. Sam wusste noch immer nicht, was sie tun sollte. Aufgebracht wandte sie sich vom Fenster ab und ließ den Blick durch das Cottage schweifen, ob sie irgendetwas entdeckte, womit sie sich ablenken konnte. Aber da gab es nichts. Alex und Joe waren bei den Andersons, die zu einer ihrer üblichen Partys am Samstagabend eingeladen hatten, und da es der letzte Samstag ihres Urlaubs war, hatten ihre Schwestern beschlossen, hinzugehen. Zwar hatten sie versucht, Sam zum Mitkommen zu überreden, doch das war nur der Formhalber geschehen, denn eigentlich glaubten sie, ihre Schwester verbringe den Abend mit Mortimer. Wenn sie die Wahrheit gewusst hätten. Sam wünschte, sie könnte ihnen die Wahrheit sagen, ihnen alles erklären. Alex und Joe hätten sie sicher verstanden, und sie hätten ihr Geheimnis bewahrt. Dann wäre sie nicht gezwungen gewesen, sich zwischen ihnen und Mortimer zu entscheiden. Aber er hatte ihr gesagt, sie dürfe das nicht tun. Je mehr Sterbliche von dem Geheimnis wussten, umso größer war das Risiko, dass etwas über die Unsterblichen bekannt wurde. Und dann bestand die Gefahr, dass man seine Art verfolgte und abschlachtete, weil man sie für mörderische Blutsauger hielt. Seufzend zwang Sam sich zur Ruhe, damit sie logisch über ihre Situation nachdenken konnte. Vieles sprach dafür, sich für Mortimer zu entscheiden. Sie würde immer jung bleiben, nie wieder krank werden. Die Sache mit dem Blut war zwar nicht so ganz ihr Fall, weil sie allein schon die Vorstellung als eklig empfand. Daran würde sie sich allerdings gewöhnen können. Das war so, als würde man Lebertran oder etwas Ähnliches schlucken. Außerdem hatte Mortimer ihr versichert, dass man von dem Blut gar nichts schmeckte, wenn man es direkt aus dem Beutel saugte. Zugegeben, ihr gefiel der Gedanke nicht besonders, bis in alle Ewigkeit diesen dürren Körper mit sich herumschleppen zu müssen. Und eine Brustvergrößerung kam mit Blick auf diese Nanos wohl auch nicht in Frage. Aber… Sam schnaubte frustriert. Nichts von diesen Dingen war ihr wirklich wichtig. Sie hatte niemals davon geträumt, ewig zu leben. Und sie war auch nie von der Furcht geplagt gewesen, eines Tages ihre Jugendlichkeit zu verlieren. Wenn sie sich jetzt Gedanken darüber machte, dann nur aus dem Grund, damit sie über die wirklich wichtigen Dinge nicht nachdenken musste. Der maßgebliche Punkt waren die Menschen, die von ihrer Entscheidung betroffen sein würden. Die Menschen, die sie liebte. Entschied sie sich für ihn, dann verlor sie nicht nur ihre Schwestern, sondern auch ihre Karriere, für die sie sich so eingesetzt hatte. Entschied sie sich aber für ihre Schwestern und ihren Job, verlor sie Mortimer. Ganz gleich, welchen Entschluss sie fasste. Irgendwer würde immer auf der Strecke bleiben. Sie und ihre Schwestern hatten sonst niemanden mehr. Es gab noch eine Tante und einen Onkel, doch zu ihnen hatten sie kein enges Verhältnis, weshalb an allen Feiertagen nur sie drei zusammenkamen. Weihnachten, die Geburtstage, Thanksgiving, Ostern. Stets saßen nur sie drei beisammen. Außerdem telefonierten sie regelmäßig untereinander und … Wie konnte Sam sich aus dieser Gleichung herausnehmen und die beiden sich selbst überlassen? Aber wie konnte sie andererseits Mortimer aufgeben? Sie würde allerdings gar nicht so sehr leiden müssen, hielt sie sich vor Augen. Er hatte erklärt, sie würden ihre Erinnerung an die Zeit mit ihm löschen, sodass sie nicht mal mehr etwas von der Begegnung mit ihm wissen würde. Mortimer dagegen würde sich immer an sie erinnern können. Und er hatte ihr auch gesagt, dass eine Lebensgefährtin etwas sehr Seltenes und Kostbares war. Meistens begegnete ein Unsterblicher in seinem ganzen Dasein nur ein einziges Mal einer Lebensgefährtin, auch wenn er von seltenen Fällen berichten konnte, in denen ein Unsterblicher nach dem Tod der ersten Lebensgefährtin ein zweites Mal Glück gehabt hatte. Sie war die erste potenzielle Lebensgefährtin, der er in den 800 Jahren seiner Existenz begegnet war. Vielleicht würde er noch einmal Jahrhunderte warten müssen, bis er eine andere Frau kennenlernte, die ihren Platz einnehmen konnte. Vielleicht würde es ja auch nie wieder geschehen. Sam liebte Mortimer zu sehr, um ihn einem so ungewissen Schicksal zu überlassen. Auch wenn sie selbst keine Erinnerung an ihn haben würde, wollte sie ihm und sich selbst so etwas nicht antun. Womöglich würde sie sich ja auch kein zweites Mal verlieben. Die Vorstellung, ihn aufgeben zu müssen, war einfach unerträglich. Aber das Gleiche galt auch für den Gedanken, sich von ihren Schwestern zu trennen. Sie fuhr sich frustriert durchs Haar und wusste nicht, was sie tun sollte. Sie wollte weder auf Mortimer noch auf ihre Schwestern verzichten. Diese Zwickmühle machte ihr so sehr zu schaffen, dass sie den Gedanken hasste, nicht zu altern. Wenn sie einfach weiter alterte, dann konnte sie doch Mortimer haben, ohne auf ihre Schwestern verzichten zu müssen. Sam hielt inne, da diese Überlegung gar nicht so abwegig war. Mortimer hatte davon gesprochen, sie müsse zunächst entscheiden, ob sie seine Lebensgefährtin sein wollte. Und danach, ob sie gewandelt werden wollte, um eine von ihnen zu werden. Das hieß doch, dass sie diese Wandlung nicht durchmachen musste, nur um bei ihm bleiben zu können. Und das bedeutete, sie musste ihre Schwestern nicht im Stich lassen. Natürlich brachte diese Variante ganz andere Probleme mit sich, weil sie altern würde, Mortimer dagegen nicht. Aber sie musste nicht nach zehn Jahren ihre Schwestern verlassen. Sie konnte bei ihnen bleiben und miterleben, wie die beiden ihre eigenen Familien gründeten. Und vielleicht konnte er sie ja später immer noch wandeln. Mortimer selbst musste dennoch in rund zehn Jahren aus dem Leben ihrer Schwestern verschwinden. Wenn er seine Schläfen grau färbte und sich etwas anders kleidete, ließen sich unter Umständen noch mal bis zu zehn Jahre gewinnen, bevor er den Kontakt zu ihnen abbrechen musste. Und mit etwas Glück trugen die Fortschritte auf dem Gebiet der Kosmetik dazu bei, sein jugendliches Aussehen über einen viel längeren Zeitraum zu erklären. So würde es vielleicht möglich werden, dass er sich erst in 25 oder 30 Jahren von Alex und Joe zurückziehen musste. Sam dagegen konnte die beiden weiterhin besuchen und irgendwelche Ausreden vorbringen, wieso Mortimer verhindert war. Notfalls konnte sie auch behaupten, sie habe sich von ihm scheiden lassen. Ihr war klar, dass sie sich irgendwann von den beiden würde trennen müssen. Aber sie hoffte, es würde für sie alle leichter sein, wenn die zwei ihre eigene Familie hatten. Ihr war jedoch auch klar, dass sie damit ein Risiko einging. Sie lief Gefahr durch einen Herzinfarkt oder einen Unfall, ums Leben zu kommen. Aber ein Unfall konnte ja sogar einem Unsterblichen widerfahren. Und wenn der bei einem Verkehrsunfall enthauptet wurde oder in seinem brennenden Wagen eingeklemmt war, gab es für ihn auch keine Rettung mehr. Das Leben steckte volle Risiken. Erleichtert atmete sie auf, da sie einen Ausweg aus ihrem Dilemma gefunden hatte. Doch dann stutzte sie, da sie über das nächste Problem stolperte. Sie wusste zwar, dass sie Mortimer liebte, aber von ihm hatte sie das Wort Liebe bislang nicht zu hören bekommen. Stattdessen hatte er von einer bis in alle Ewigkeit Art des Mögens gesprochen. Was genau soll das nun wieder sein? Überlegte sie betrübt. Und warum hatte er nicht von Liebe gesprochen? Sam war Anwältin und sie folgerte daraus, dass er nicht Ich-Liebe-Dich gesagt hatte, weil er sie nicht liebte. Sie fürchtete, dass er sich einfach mit ihr zufrieden gab, weil er sie nicht lesen und nicht kontrollieren konnte. Zwei Fakten, die dafür sprachen, dass sie seine Lebensgefährtin war. Mortimer mochte das ja für Liebe halten. Aber für Sam waren das zwei grundverschiedene Dinge. Sie wollte nicht seine Notlösung sein, weil er sie als Einzige nicht lesen konnte. Andererseits war es natürlich möglich, dass er sie doch liebte. Oder dass er sich erst noch in sie verlieben würde. Und wenn diese Chance bestand, wollte sie ihn nicht aufgeben und sich auch nicht ihre Erinnerung löschen lassen. Sie blieb am Fenster stehen. Da lenkte ein Motorengeräusch ihre Aufmerksamkeit auf den See. Und im nächsten Augenblick sah sie ein Boot auf dem Wasser. Es fuhr vorbei und setzte zu einer Kurve in Richtung Ufer an, als es ihren Landungssteg passierte. In dem Moment war ihr klar, dass es sich um Grant handelte, der von einem Ausflug zurückkehrte. Sofort wanderte ihr Blick zum Tisch, wo der Kuchen mitsamt dem Scheck auf den Mann wartete. Es war bereits der dritte Kuchen, den Alex in dieser Woche gebacken hatte. Dummerweise war ihr Nachbar nie zu Hause gewesen, um ihr Dankestöhn in Empfang zu nehmen. Und da sie nicht riskieren wollte, ihm einen Kuchen zu überreichen, der bereits trocken geworden war, hatte sie am Dienstag und heute Morgen jeweils einen neuen Kuchen gebacken. Natürlich waren sie, Joe und Alex dadurch gezwungen gewesen, die anderen Kuchen zu essen, weil sie die nicht wegwerfen wollten. Wie es nun aussah, würden sie den dritten Anlauf nicht selbst essen müssen. Alex hatte Sam gebeten, die Augen offen zu halten, ob Grant auftauchte und ihm dann schnell den Kuchen zu bringen. Genau das war jetzt der Fall. Sie würde das sofort erledigen, bevor Grant ihr entwischen konnte. Außerdem würde sie an der frischen Luft vielleicht einen klaren Kopf bekommen. Sie nickte zufrieden, nahm den Kuchen und verließ das Cottage. Zu Grants Grundstück verlief kein Trampelpfad. Sein Haus stand auf einer Art erhöhten Klippe, die zwar nur gut einen Meter hoch war, aber von Felsblöcken und hüfthohem Unkraut gesäumt wurde. Also musste sie über den Kiesweg gehen, um von der Zufahrt aus zu ihrem Nachbarn zu gelangen. Dabei war sie gezwungen, langsam einen Fuß vor den anderen zu setzen, da der Weg uneben war und sie leicht stolpern und sich den Knöchel verstauchen konnte. Daher dauerte es etwas länger, bis sie das Haus auf der kleinen Klippe erreicht hatte. Als sie sich der vorderen Veranda näherte, betrachtete sie das Gebäude. Grant lebte das ganze Jahr über dort, und das war seinem Haus auch deutlich anzusehen. Unter dem breiten Vordach neben der Garage standen ein Schneemobil und ein Jetski. Das Boot lag verteut am verlassenen Landungssteg. Die Haustür stand einen Spalt breit offen. Sam ging die Stufen zur Veranda hinauf, begab sich bis zur Tür und spähte nach drinnen. »Grant?« rief sie und hatte das Gefühl, ihn von irgendwoher antworten zu hören. Zumindest hatte er irgendwas gesagt, so viel war sicher. Sie trat ein und sah sich in der düsteren Küche um. Dann rief sie. »Grant? Alex schickt mich mit einem Kuchen und ihrem Scheck.« Ein lauter Knall ließ sie zusammenzucken, gefolgt von einem Fluch. Sam bemerkte eine geöffnete Tür, ging hindurch und fand sich am Absatz einer Kellertreppe wieder. Aus Sorge, der Mann könnte hingefallen sein und sich verletzt haben, ging sie rasch nach unten und steuerte auf die einzige Tür zu, hinter der Licht brannte. »Grant? Sind Sie verletzt?«, fragte Sam, stieß die Tür auf und erstarrte mitten in der Bewegung, da sie nicht fassen konnte, was sie dort sah. Grant stand vor einem Kühlschrank. Eine Kühltasche lag umgekippt neben seinen Füßen auf dem Boden. Sie war offenbar hingefallen und dabei aufgegangen. Es war allerdings ihr Inhalt, der Sam so abrupt hatte innehalten lassen. Ein halbes Dutzend Blutbeutel lagen auf dem Boden. Mindestens einer war beim Aufprall aufgeplatzt. Blut quoll heraus und verteilte sich in den Rillen zwischen den weißen Bodenfliesen. »Oh«, hauchte sie und sah Grant ins Gesicht, der nur da stand und sie anstarrte. Beide standen sie sekundenlang völlig reglos da, wobei ihr auffiel, dass er zwischen 25 und 30 Jahre alt zu sein schien und dass in seinen blauen Augen ein silberner Glanz schimmerte, der sie an Mortimer erinnerte. Hätten diese Beobachtungen und die Blutbeutel nicht genügt, um sie davon zu überzeugen, dass er ein Unsterblicher war, dann wäre das spätestens jetzt geschehen, als er seine Fangzähne ausfahren ließ. Offenbar waren ihre Nachbarn zu beiden Seiten Unsterbliche. Und wenn das hier nicht gerade eine besonders beliebte Gegend für ihre Art war, dann handelte es sich bei Grant höchstwahrscheinlich um den Abtrünnigen, nachdem Mortimer suchte. Vor Entsetzen ließ sie den Kuchen fallen, stürmte aus dem Raum und rannte zur Treppe. Ein Rascheln dicht hinter ihr verriet ihr, dass Grant die Verfolgung aufgenommen hatte. Sie wusste, Unsterbliche waren stärker und schneller. Und ihr war klar, gegen ihnen hatte sie keine Chance. Lebe dich! Mortimer blieb stehen, nachdem er unentwegt im Fitnessraum auf- und abgegangen war und drehte sich zu Bricker um, der ihn ungeduldig ansah. Was hast du gesagt? Wusste ich doch, dass du mir überhaupt nicht zuhörst, brummte der jüngere Mann verärgert. Mortimer verzog den Mund und gab zu verstehen, dass er tatsächlich nicht zugehört hatte. Seit seinem Gespräch mit Sam war er fast nur noch in seine eigenen Gedanken vertieft. Sich von ihr fernzuhalten war für ihn das Schlimmste überhaupt, aber er wusste, es ging nicht anders. Sie brauchte Zeit zum Nachdenken, ohne von ihm abgelenkt zu werden. Er verlangte viel von ihr, weil sie eine enge Beziehung zu ihren Schwestern hatte und sie hart an ihrer Karriere gearbeitet hatte. Ich habe dich gefragt, ob du eigentlich ich liebe dich zu Sam gesagt hast, als du ihr alles erklärt hast, wiederholte Bricker seine Frage, mit der er Mortimer gerade eben aus seinen Gedanken gerissen hatte. Du liebst sie doch, oder? Verdutzt sah er Bricker an. Ja, natürlich liebte er sie. Lieber Gott, warum wäre er wohl sonst so am Boden zerstört? Als sie in den letzten Nächten auf der Suche nach dem Abtrünnigen gewesen waren, hatte er sich als so nutzlos wie noch nie zuvor erwiesen. Er war den anderen beiden Unsterblichen gefolgt, ohne auch nur einen einzigen brauchbaren Vorschlag beizusteuern, welche Fallen sie stellen konnten, um ihre Beute zu fassen zu bekommen. Während die zwei Pläne geschmiedet hatten, waren seine Gedanken nur darum gekreist, dass er doch Sam irgendwie hätte überreden sollen, seine Lebensgefährtin zu werden. Er hätte sie in sein Bett mitnehmen und erst wieder rauslassen sollen, wenn sie einverstanden gewesen wäre, bei ihm zu bleiben. Sie gehörte zu ihm verdammt noch mal. Es dürfte gar keine Diskussion darüber geben, ob sie seine Lebensgefährtin sein sollte. Sie war es, und damit war alles gesagt. Du hast es ihr also nicht gesagt. Bricker klang enttäuscht, während er zu erkennen gab, dass er Mortimers Gedanken gelesen hatte. Kopfschüttelnd fügte er hinzu. Frauen wollen sowas hören, Mortimer. Ich habe ihr gesagt, ich werde sie für immer und ewig mögen, verteidigte er sich, wusste jedoch, dass das nicht dasselbe war. Er hätte ihr wohl wirklich sagen sollen, dass er sie liebte. Oh Mann, stöhnte Bricker unglaublich. Diese Sache mit der Lebensgefährtin muss dir wirklich den Verstand geraubt haben. Dabei warst du immer der Klügste von uns. Mortimer runzelte die Stirn. Ich bin nicht der Klügere. Jetzt nicht mehr, stimmte Bricker ihm fassungslos zu. Geh endlich rüber und sag ihr, dass du sie liebst. Das ist das Mindeste, was du tun kannst, wenn du darauf hoffst, dass sie dich ihrer Familie vorzieht. Er zögerte kurz, nickte dann aber und ging zur Treppe. Er würde sie auf der Stelle aufsuchen, ihr sagen, dass er sie liebte und es ihr auch gleich noch demonstrieren. Er würde jeden Zentimeter ihres Körpers liebkosen, bis sie den Gedanken nicht mehr ertrug, auf eine derartige Lust künftig verzichten zu müssen, wenn sie sich gegen ihn entschied. Er würde … Ich werde ihre Schwestern ablenken, falls die beiden zurückkommen, bevor du es ihr demonstriert hast, rief Bricker ihm nach und machte keinen Hehl daraus, dass er ihn abermals gelesen hatte. Diesmal beklagte Mortimer sich nicht darüber, weil er froh war, wenn Bricker sich eine Weile um Joe und Alex kümmerte. Mach ich doch gern, versicherte der Jüngere und Sterbliche ihm, als hätte er die Worte laut ausgesprochen. Dann schlug er ihm mit einer Hand auf die Schulter, öffnete ihm die Tür zur Veranda und schob ihn nach draußen. Hol sie dir, Teger. Mortimer nickte und ging zügig zur Treppe. Im gleichen zackigen Tempo überquerte er den Rasen und folgte dem Trampelpfad zwischen den Bäumen hindurch. Doch auf dem Rasen des Nachbargrundstückes angelangt, wurden seine Schritte langsamer, da er überlegte, wie er vorgehen sollte. Marschierte er am besten wie ein Held auf einem Eroberungsfeld, zog ins Haus, nahm sie in seine Arme und liebte sie voller Leidenschaft, um ihr dann seine Liebe zu gestehen und sie anzuflehen, seine Lebensgefährtin zu werden? Oder ließ er sie erst wissen, dass er sie liebte, nahm sie dann in seine Arme und verführte sie, um danach zu flehen und zu betteln? Sollte er sie überhaupt anflehen? Vielleicht war es ja besser, es von ihr zu fordern, oder sie einfach nur zu fragen. Und sollte er sie an Ort und Stelle nehmen oder sie erst ins Schlafzimmer tragen, wo sie es viel bequemer hatten? Beide Möglichkeiten hatten ihre Vorzüge. Komfort war nie verkehrt. Doch Sex an ungewöhnlichen Orten machte alles noch aufregender. Vielleicht sollte er … Herr verdammt noch mal auf zu denken und geh endlich zu ihr. Mortimer wirbelte herum und warf Bricker einen finsteren Blick zu, da der nicht mal einen Meter entfernt hinter ihm stand. Was machst du denn hier? Ich wusste, du würdest anfangen zu grübeln, also bin ich dir gefolgt, um dich anzuschieben, falls du ins Trödeln gerätst. Ich brauche niemanden, der … begann Mortimer, riss aber die Augen auf, als ich plötzlich auch Decker zu ihnen gesellte. Was hast du hier zu suchen? Ich wollte nur vorschlagen, dass Bricker und ich nach dem abtrünnigen Ausschau halten, während du hier … beschäftigt bist, erklärte Decker und Bricker nickte. Wenn du Sam nicht davon überzeugen kannst, deine Lebensgefährtin zu werden, ruf mich an und wir kommen sofort zurück. Dann kann ich … erledigen, was erledigt werden muss. Er zuckte mit den Schultern. Es wäre unsinnig, das Ganze bis morgen hinaus zu zögern. Du machst mir ja richtig Mut, meinte Mortimer sarkastisch. Hör einfach nicht auf ihn, warf Bricker ein, packte ihn an den Schultern und drehte ihn zu den Stufen um, die zu Sam's Cottage führten. Du wirst sie schon davon überzeugen. Ihr zwei seid füreinander bestimmt. Wirklich? fragte Mortimer kleinlaut. Ja, wirklich, versicherte Bricker ihm und schob ihn die Stufen hinauf. Du musst nur … Abrupt verstummte er, als er einen Schrei aus dem Nebenhaus hörte. Das klang nach Sam, sagte Mortimer erschrocken, drängte sich an Bricker vorbei und stürmte die Stufen hinunter. Einen Herzschlag später war er bereits um das Cottage herumgelaufen und sprang mit einem großen Satz auf die Felsblöcke, die den Rand des Nachbargrundstückes säumten. Bricker und Decker waren dicht hinter ihm. Warum sollte sie sich da aufhalten? wunderte sich Bricker, während sie über den Rasen liefen. Mortimer antwortete nicht. Er war zu sehr in Sorge um Sam, sodass er sich keine anderen Gedanken machen konnte. Bei ihrem empfindlichen Gleichgewichtssinn konnte sie gestürzt sein und sich etwas gebrochen haben, und er konnte nur hoffen, dass es nicht ihr Genick war. Wenn sie starb, bevor er sie wandeln konnte, dann würde er sie umbringen, dachte er, und erkannte im gleichen Moment den Widersinn in seinen Überlegungen. Wenn sie schwere Verletzungen erlitten hat, hast du einen Grund, sie zu wandeln, ohne sie erst um Erlaubnis fragen zu müssen, gab Bricker zu bedenken. Der Gedanke war verlockend. Dennoch war es ihm lieber, wenn Sam sich ihm aus freien Stücken zuwandte, anstatt einem Zwang folgen zu müssen. Außerdem konnte es sein, dass sie sich gegen ihn entschied, wenn er sie wandelte, während sie bewusstlos war, selbst wenn er ihr damit das Leben rettete. Die Haustür stand weit offen. Mortimer ging vor und eilte sofort zu einer Treppe, da er Gemurmel hörte, das aus dem Keller nach oben drang. Auch wenn die Stimmen völlig ruhig klangen, änderte das nichts an seiner Sorge um Sam, und er hastete die Stufen so schnell nach unten, dass er sich dabei fast überschlug. Unten angekommen, stürmte er auf eine offene Tür zu, hinter der Licht brannte, und blieb abrupt stehen, als er Sam entdeckte, die in einer Blutlare hockte und unversehrte Blutbeutel aufhob, während sie einem dunkelhaarigen Mann zuhörte, der neben ihr hockte. Bricker und Decker hatten nicht damit gerechnet, dass er so plötzlich stehen bleiben würde, und hätten ihn beinahe umgerannt. Ihr alles andere als würdevoller Auftritt blieb nicht unbemerkt. Mortimer, Sam sah ihn überrascht an und lächelte unsicher. Ich glaube, ich habe den Fall mit dem Abtrünnigen für dich gelöst. Erleichtert nahm er zur Kenntnis, dass sie offenbar völlig unversehrt war. Sein Blick wanderte zu dem Fremden, der tatsächlich ein Unsterblicher war, woraufhin er Sams Arm packte, sie hochzog und sich schützend vor sie stellte. Seufzend richtete sich der Mann auf und streckte ihm die Hand entgegen. Grant Galloway, stellte er sich vor, und ich bin kein Abtrünniger. Mortimer schob Sam noch etwas weiter hinter sich und musterte den anderen Mann vorwurfsvoll. Wenn Sie derjenige sind, der hier in der Gegend starblich erbeißt, dann sind Sie der Abtrünnige. Der habe ich tatsächlich gebissen, aber wie ich Ihrer Lebensgefährtin bereits erklärt habe, mache ich das nur im äußersten Notfall. Woher wissen Sie, dass ich seine Lebensgefährtin bin? fragte Sam und kam um Mortimer herumgeschossen, ehe er sie zurückhalten konnte. Sie haben meine Gedanken gelesen, nicht wahr? Ja, und ich entschuldige mich dafür, Sam. Aber sie sind ausgerastet, als sie die Blutbeutel gesehen haben, und ich musste die Kontrolle über sie übernehmen, damit sie sich wieder beruhigen. Ihre Gedanken habe ich dabei unabsichtlich gelesen. Der Mann machte einen langen Hals, um den Blickkontakt zu wahren, als Mortimer sich abermals schützend vor sie schob. Als er sie nicht mehr sehen konnte, wandte er sich wieder ihm zu. Ich beiße nur dann sterblicher, wenn der Strom ausgefallen ist, und ich meinen Vorrat an Konserven wegwerfen kann. Und ich höre damit auf, sobald ich Nachschub bekomme. Er läuterte Grant mürrisch und kniete sich hin, um die restlichen intakten Blutbeutel aufzuheben und in den Kühlschrank zu legen. Hier in der Gegend sind zu viele Leute mit Bissspuren gesichtet worden. Das kann nicht nur ein Notfall sein, widersprach Mortimer. Grant reagierte mit einem Schulterzucken, während er den Kühlschrank zumachte. Die Stromversorgung fällt hier oben oft aus. Das ist wirklich schlimm. Da muss nur ein Windhauch wehen oder ein bisschen Schnee fallen, und schon kippt ein Strommast um, und das war's dann mal wieder. Mortimer, Decker und Bricker sahen sich skeptisch an. Schließlich fragte Decker Wieso haben sie keinen Generator? Dann wäre das Problem gelöst. Sowas kann ich mir nicht leisten, gab Grant zurück und machte eine finstere Miene. Wir haben nicht alle das Glück, dass unsere Vorfahren über die Jahrhunderte hinweg Reichtum angehäuft haben. Ein paar von uns sind ganz normale Leute. Seine Worte brachten Sam zum Kichern, und Mortimer entging nicht der wütende Blick, den Grant ihr zuwarf, da sie um seinen Arm herumschaute. Er sah wiederum den Mann finster an und machte einen Schritt zur Seite, um Sam die Sicht zu versperren, doch sie lief einfach um ihn herum und stellte sich vor ihn. Tut mir leid, Grant, entschuldigte sie sich bei ihm. Aber keiner von ihnen kann sich als normal bezeichnen. Sie sind alle Vampire. Wir bevorzugen den Begriff Unsterbliche, gab Grant zurück. Dann wollen sie also behaupten, dass sie bislang Sterbliche nur gebissen haben, wenn die Stromversorgung ausgefallen ist und sie den Vorrat an Blutbeuteln nicht mehr gebrauchen können, fragte Mortimer, um zum eigentlichen Thema zurückzukehren. Dabei legte er einen Arm um Sams Schultern und zog sie erneut halb hinter sich, wobei er überlegte, was er noch unternehmen sollte, wenn diese Frau sich ein weiteres Mal in den Vordergrund drängte. Das behaupte ich nicht nur. Das ist auch so. Lesen Sie meine Gedanken, wenn Sie mir nicht glauben wollen, bot Grant ihm an und stand geduldig wartend vor ihm. Mortimer drang in seine Gedanken ein, da der Mann seinen Verstand nicht vor ihm abschirmte und fand dort die Bestätigung für das Gesagte. Unser neuer Vorrat wurde gleich am Tag nach dem Stromausfall geliefert. Wieso dauerte Ihre Bestellung so lange? wollte er wissen und bekam die Antwort in den Gedanken seines Gegenübers prompt geliefert. Er stutzte, als er den Grund für die Verzögerung las. Grant Galloway hatte sich vor einer Weile mit der Leiterin der Bestellannahme der Argenau-Blutbank angelegt. Und er vermutete, dass sie seitdem darauf wartete, dass von ihm eine Bestellung einging, die sie dann für eine Weile verlegte, damit er besonders lange auf seine Lieferung warten musste. Seiner Meinung nach hatte sie ihn damit in Schwierigkeiten bringen wollen. Und die Tatsache, dass nun drei Jäger in seinem Haus standen, war für ihn Beweis genug, dass ihr das auch gelungen war. »Himmel«, murmelte Decker, der offenbar mitgelesen hatte. »Warum haben Sie sich nicht bei Ihrem Vorgesetzten beschwert?« »Die Genugtuung wollte ich ihr nicht geben«, sagte Grant mürrisch. »Ich komme auch allein ganz gut zurecht.« »Warum soll er sich beschweren?« warf Sam ratlos ein und machte damit den anderen klar, dass sie Grants Gedanken nicht lesen konnte. »Noch nicht«, dachte Mortimer hoffnungsvoll und schilderte ihr in groben Zügen die Situation. »Also, das ist ja unverschämt«, eiferte sie sich. »Ich dachte, eure Leute wären über so etwas erhaben.« »Wir sind unsterblich, aber wir sind immer noch Menschen«, antwortete er leise. Sie schaute ihn mit großen Augen an, als habe sie sie nicht mehr für Menschen gehalten, nachdem sie von ihrem besonderen Status erfahren hatte. Ganz offensichtlich würde er ihr noch viel mehr erklären müssen, und das so bald wie möglich. »Mach ruhig«, sagte Decker. »Wir kümmern uns um ihn.« Mortimer nickte und drehte sich mit Sam zur Tür um. »Was werden Sie mit Grant machen?« fragte sie beunruhigt, während er sie die Treppe hinauf dirigierte. Erst als sie das Cottage verlassen hatten und den Rasen überquerten, erwiderte er, »Sie werden unseren Boss Lucian anrufen und ihm berichten, was hier läuft.« »Und was wird dieser Lucian unternehmen?«, wollte sie wissen. So besorgt wie sie klang, musste sie diesen Grant ganz gut leiden können. Allerdings war er auch schon seit vielen Jahren ihr Nachbar. Mortimer blieb stehen und nahm sie in die Arme, nachdem er sie bis zum Rand der kleinen Klippe geführt hatte. Hinunter wollte er sie nicht klettern lassen, da er fürchtete, sie könne das Gleichgewicht verlieren und hinfallen. Also hob er sie hoch, sprang vom Rand des Felsens und landete mit einem leisen Ächzen auf ihrem Grundstück. Anstatt sie abzusetzen, trug er sie über den Rasen bis zu ihrem Cottage. »Mortimer, was wird er unternehmen?«, wiederholte sie ihre Frage, während er die Stufen zur Veranda hinaufging. Er schnaubte leise, antwortete jedoch, »Ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber ich schätze, er wird Grant diesmal ungeschoren davonkommen lassen. In dem Fall wird er vermutlich auch dafür sorgen, dass er einen Generator erhält, damit es nicht wieder zu Schwierigkeiten kommt.« »Das wird er tun?«, fragte sie verdutzt. »Möglicherweise.« Mortimer zuckte mit den Schultern, da Lucian schwer einzuschätzen war. Auf der einen Seite konnte er unerbittlich sein, auf der anderen Seite lag ihm das Wohl seiner Leute durchaus am Herzen und er tat für sie, was er konnte. »Was ist mit der Frau, die Grants Bestellungen zurückgehalten hat?«, hakte sie nach. »Bastien wird sich darum kümmern,«, sagte er, bemerkte ihren irritierten Gesichtsausdruck und erklärte, »Bastien Argenau, Lucians Neffe. Er leitet Argenau Enterprises, zu denen die Blutbanken und verschiedene andere Geschäftszweige gehören. Lucian wird Bastien darüber informieren, was sie getan hat, und Bastien wird sich die Frau zur Brust nehmen.« »Zur Brust nehmen?«, wiederholte Sam mit skeptischer Miene, während Mortimer vor der Tür zum Cottage stehen blieb. »Er wird sie nicht pfählen oder auf dem Scheiterhaufen verbrennen,« erwiderte er beschwichtigend. »Wir sind nicht mehr im finsteren Mittelalter, und wir sind keine Monster. Sie wird wahrscheinlich eine Abmahnung erhalten und ohne Job dastehen, wenn sie sowas nochmal macht.« Als sie sich in seinen Armen entspannte, schüttelte er den Kopf. »Machst du bitte die Tür auf, Schatz?«, Sam nahm den Kosenamen mit Erstaunen zur Kenntnis, fasste aber nach dem Türgriff und öffnete die Tür, damit er sie ins Cottage tragen konnte. Er überlegte, sie im Wohnzimmer abzusetzen, um dort mit ihr zu reden. Doch sein ursprünglicher Plan hatte vorgesehen, sie so lange zu lieben, bis sie damit einverstanden war, seine Lebensgefährtin zu werden. Wenn er darüber nachdachte, kam ihm das immer noch wie ein guter Plan vor. Dummerweise war jeden Moment mit der Rückkehr ihrer Schwestern zu rechnen, also trug er sie durch den kurzen Flur zu ihrem Schlafzimmer. »Was soll das geben?«, wunderte sie sich. Sie waren an der Tür angekommen, und prompt lief sie eine weitere Frage folgen. »Woher wusstest du, dass das mein Zimmer ist?« »Das habe ich geraten«, murmelte er. »Du hast meine erste Frage nicht beantwortet«, betonte sie. Mortimer blieb neben dem kleinen Doppelbett stehen, küsste sie und sagte, »Ich liebe dich, und ich werde jetzt so lange mit dir schlafen, bis du einverstanden bist, meine Lebensgefährtin zu werden.« »Ich werde deine Lebensgefährtin sein«, erwiderte sie, während er den Kopf nach vorn beugte, um sie abermals zu küssen. Abrupt hielt er inne, da er sich nicht sicher war, ob er sich vielleicht nur verhört hatte. »Ist das dein Ernst?« Sam nickte, doch als er schließlich grinste und sie wieder küssen wollte, drehte sie den Kopf weg. »Aber ich will nicht von dir gewandelt werden.« Schlagartig war seine Freude zum großen Teil wie weggeblasen, die ihre vorangegangene Ankündigung bei ihm geweckt hatte. »Was? Wieso nicht?« Sie seien ernst an. »Ich kann nicht einfach meine Schwestern im Stich lassen, Mortimer. Ich liebe dich, aber ich liebe sie auch. Wir haben nur noch uns und ich kann nicht.« »Aber du hast mich jetzt auch«, wandte er ein. »Ja«, lächelnd legte sie eine Hand an seine Wange. »Danke, dass du mir gesagt hast, dass du mich liebst. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich liebe dich auch. Aber wenn ich Alex und Joe verlasse, dann sind sie ganz allein.« »Wir beiden werden heiraten und eine Familie gründen«, hielt er dagegen. »Und wenn das passiert ist, werde ich noch einmal darüber nachdenken«, versprach sie ihm. Mortimer legte die Stirn entfalten, da ihm das nicht genügte. »Und wenn du einen Unfall hast? Was? Du kannst mich heute wandeln und trotzdem kann ich morgen in einen Verkehrsunfall verwickelt werden. Ich kann im Wagen eingeklemmt werden und verbrennen«, sagte sie mit finsterer Miene. »Das stimmt doch nicht, wahr?« Widerstrebend nickte er. Ein Feuer war eine der wenigen Gefahren, die für ihre Art tödliche Folgen haben konnte. »Das Leben steckt voller Risiken«, fuhr sie leise fort. »Ich kann mich nur mit den Dingen beschäftigen, die mir bekannt sind. Und dazu gehört auch, dass ich dich nicht verlieren möchte. Aber genauso wenig möchte ich Alex und Joe verlieren. Außerdem«, ergänzte sie lächelnd, »fand ich, dass Bricker und Joe sich ganz hervorragend verstehen. Wenn er sie wandeln würde, er kann sie lesen«, unterbrach er sie sanft. »Die beiden sind keine Lebensgefährten.« Ach so. Diese Erkenntnis schien sie ein wenig zu betrüben, aber im nächsten Moment kam ihr schon eine weitere Idee. »Na, du bist doch sicher auf unglaublich vielen Dinnerpartys, und wir stellen meine Schwestern deinen Freunden vor, bis wir«, »Sam«, stoppte er erneut ihren Redefluss. »Liebling«, »die Chancen, dass deine Schwestern sich ebenfalls als Lebensgefährten für einen Unsterblichen entpuppen, sind äußerst«. Mortimer unterbrach sich, als er sah, wie sich Tränen in ihren Augen sammelten. Der Anblick versetzte ihm einen Stich ins Herz, und er erklärte bedrückt, »Ich will nur nicht, dass du dir zu große Hoffnungen machst.« »Hoffnung ist das Einzige, was ich noch habe«, erwiderte sie ernst. »Daran möchte ich mich festklammern, solange ich kann. Okay.« Er schloss einen Moment lang die Augen, während sich seine Gedanken überschlugen. Sie hatte sich für ihn entschieden. Dennoch konnte sie sich nicht von ihrer Familie trennen. Vielleicht würde sich ihre Einstellung im Laufe der Zeit ändern, aber bis das soweit war, bedeutete es für sie beide viel Sorge und Mühsal. Sie würde alles versuchen, um für ihre Schwestern Lebensgefährten zu finden, und wenn ihr das nicht gelingen sollte, würde sie ständig an jenen Tag denken, an dem sie gezwungen sein würde, jeden Kontakt zu ihren Geschwistern abzubrechen. Erst dann würde sie bereit sein, sich von ihm wandeln zu lassen, was für ihn wiederum bedeutete, unentwegt von der Angst, um ihr Wohlergehen geplagt zu werden, bis sie ihm endlich gestattete, dass er sie wandeln durfte. Vor ihnen schien eine Zeit der Sorgen und des Schmerzes zu liegen, und einen Moment lang überlegte Mortimer, ob es nicht vielleicht besser für sie wäre, wenn Decker ihre Erinnerung an ihre Begegnung löschte. Doch ihm wurde klar, dass er das nicht ertragen konnte, weil er dafür viel zu egoistisch war. Er wollte sein Leben mit Sam teilen, selbst wenn es mit solchen Schwierigkeiten verbunden war. Als seine Lebensgefährtin konnte sie bei ihm bleiben, auch wenn sie nicht gewandelt worden war. »Wir müssen vor den Rat treten«, sagte er ihr. »Vor den Rat? Wieso?« Ihr sorgenvoller Tonfall kam für ihn nicht überraschend. »Wenn du keine Wandlung durchgemacht hast, dann muss es ein...« Er zögerte und gestand ihr dann... »Ich bin mir nicht sicher, was der Rat machen wird.« »Vielleicht ein 3 zu 1 oder so. Auf jeden Fall wird der Rat etwas unternehmen.« »Ein 3 zu 1?« fragte sie argwöhnisch. Unwillkürlich musste er lachen. »Das hat nichts mit Sex zu tun, keine Angst«, versicherte er ihr und wurde wieder ernst. »Drei Ratsmitglieder werden gleichzeitig in deinen Geist eindringen und etwas mit dir anstellen, damit du nicht versehentlich ein Wort über uns nach außen dringen lässt.« »Etwas mit mir anstellen?« »Was werden sie mit mir anstellen?« »Was das genau ist, weiß ich nicht«, gab er zu und bekam das Gefühl, dass sie sich gegen einen solchen Eingriff wohl sperren würde. »Aber sie kennen eine Methode, wie man dieses Wissen sicher verwahren kann, damit du nicht darüber reden kannst. Nur so darfst du meine Lebensgefährtin sein, wenn du nicht gewandelt werden willst.« »Du meinst sowas wie Hypnose?« fragte Sam. »Das weiß ich nicht«, wiederholte er, da er sie nicht anlügen wollte. Sie nackte nachdenklich an ihrer Unterlippe, schließlich seufzte sie und sah ihm wieder in die Augen. »Wenn es sein muss, dann werde ich mich darauf einlassen. Ich möchte dich nämlich nicht verlieren.« Mortimer atmete erleichtert auf und drückte Sam an sich. »Gott sei Dank«, flüsterte er. »Ich liebe dich wirklich, Mortimer«, sagte sie. »Ich hoffe, du denkst nicht, dass ich dich nicht liebe, nur weil ich nicht sofort gewandelt werden möchte. Es ist nur...« »Ich weiß«. Er setzte sie ab, und als sie vor ihm stand, legte er die Hände um ihr Gesicht und lächelte sie an. »Du liebst deine Schwestern auch. Ich habe von Anfang an gemerkt, wie nahe ihr euch steht. Ich begreife das schon.« Sam räusperte sich, und dann flüsterte sie, während ihr Blick auf seinem T-Shirt ruhte. »Hast du nicht vorhin davon gesprochen, dass du mit mir schlafen wolltest?« Sie hob den Kopf und fügte verlegen an. »Du hast mir gefehlt.« »Du hast mir auch gefehlt«, gab er zu und strich mit dem Daumen sanft über ihren Mundwinkel. »Und ich möchte nicht mehr ohne dich sein.« »Das wirst du auch nicht«, versprach sie ihm. »Du hast mich jetzt. Alles andere wird sich schon noch ergeben.« Mit strahlender Miene beugte er sich vor und küsste sie. Sie hatten den vermeintlichen Abtrünnigen gefasst, und er hatte seine Lebensgefährtin gefunden. Vielleicht machte er sich ja auch über alles andere völlig unnötig Sorgen. Immerhin war herausgekommen, dass der Abtrünnige gar kein Abtrünniger war, und womöglich würde sich alles andere noch ergeben, sagte er sich, auch wenn er nicht ganz davon überzeugt war. Es gab Hindernisse, die es zu überwinden galt, und Gefahren, die Sams lieben und damit ihr gemeinsames Glück bedrohten. Und er sah schreckliches Leid auf sich zukommen, weil er Sam durch eine dieser Gefahren verlieren könnte. Dass er mit seinen Gedanken nicht bei der Sache war, konnte Sam seinen Küssen anmerken, denn auf einmal löste sie ihren Mund von seinem und flüsterte, »Du machst dir Sorgen. Hör auf damit und konzentrier dich auf das Hier und jetzt!« Mortimer wünschte, es wäre so einfach, wie sie es sagte. Doch dann beschloss sie, ihm zu zeigen, dass es tatsächlich so einfach war. Sie küsste ihn und ergriff die Initiative, indem sie ihre Zunge in seinen Mund vordringen ließ. Ihr Vorpreschen überrumpelte ihn so sehr, dass er gar nicht bemerkte, wie sie ihm sein Hemd aufknöpfte. Was sie tat, wurde ihm erst bewusst, als sie den Stoff zur Seite schob und er ihre Finger auf seiner nackten Haut spürte. Kurz entschlossen öffnete sie auch den Hosenknopf und brachte Mortimer dazu, unglaublich nach Luft zu schnappen, da sie ihre Hand in seine Jeans schob. Vor Verwunderung hätte er sich fast auf die Zunge gebissen, als sich ihre Finger um seine beginnende Erektion schlossen. Er stöhnte leise auf und begann, Sam auszuziehen. Zwar gelang es ihm, sie von T-Shirt und BH zu befreien, doch dafür musste er ihre Küsse unterbrechen. Dann aber schob er eine Hand in ihr Haar, um ihren Kopf sanft nach hinten zu ziehen und sie umso leidenschaftlicher zu küssen, während er mit der anderen Hand ihre Shorts nach unten schob. Während er seinerseits beschäftigt war, blieb Sam nicht untötig, sondern konzentrierte sich darauf, ihn von seiner Jeans zu befreien. Kaum waren seine Hose und ihre Shorts bis zu den Knöcheln nach unten gerutscht, ließ sich Mortimer mit ihr aufs Bett fallen, wo sie in einen Kuss vertieft auf der Matratze landeten. Sie musste lachen, als er sich mit ihr so drehte, dass sie unter ihm lag. Sam begann zu stöhnen, als er ihre Brust zu massieren begann und sich gleichzeitig zwischen ihre Schenkel schob, sodass seine Erektion sich gegen ihre Scham drückte. Als die Lust, die sie dabei empfand, auf ihn übersprang, musste auch er laut aufstöhnen, und obwohl er diese Gefühle schon verspürt hatte, als er sie das erste Mal geliebt hatte, versetzten sie ihn auch dieses Mal in Erstaunen. Diese gemeinsam empfundene Lust war etwas, das Mortimer jahrhundertelang nur vom Hörensagen gekannt hatte. Junge und Sterbliche redeten hinter vorgehaltener Hand darüber und fragten sich, wie gut das wohl sein musste. Keiner von ihnen konnte sich eine Vorstellung davon machen, was das wirklich bedeutete, solange man es nicht selbst erlebte. Die Fantasie reichte einfach nicht aus, um sich diese eindringliche Erfahrung auch nur im Ansatz auszumalen. Zusammen mit der Tatsache, dass man seiner Lust freien Lauf lassen konnte, ohne ständig seine Gedanken vor dem Partner abschirmen zu müssen, ergab sich ein Szenario, das Mortimer verstehen ließ, warum mancher Unsterbliche gemordet hatte, um seine Lebensgefährtin zu bekommen, und warum sich der eine oder andere nach ihrem Verlust das Leben genommen hatte. Er konnte sich schon jetzt nicht mehr vorstellen, auf Sam verzichten zu müssen. Oh Gott, Schnuckelpo, bitte, keuchte Sam ihm ins Ohr und bohrte die Fingernägel in seine Po-Backen, um ihn fester an sich zu drücken. Mortimer stutzte und unterbrach den Kuss, um sie ratlos anzusehen. Schnuckelpo? Sam errötete, begann zu lachen und erklärte dann, Du wolltest doch, dass ich einen Kosenamen für dich finde. Ich habe darüber nachgedacht. Auch wenn ich nicht viel zu deinen Zehen sagen kann, weiß ich aber, dass du den süßesten Po hast, den ich je bei einem Mann gesehen habe. Also? Als Mortimer sie nur weiter ansah, fügte sie hinzu, Du hast auch einen sehr schönen Schwanz, der mir viel Spaß bereitet. Aber ich weiß nicht, ob sich Schnuckel-Schwanz so toll anhört, besonders wenn wir unter Leuten sind. Andererseits könnte ich es dann ja zu Schnucki verkürzen. Er kniff die Augen zu, als er sie reden hörte. Wenn sie ihn vor den Männern tatsächlich mit Schnucki anredete, konnte er sich lebhaft vorstellen, was er von denen anschließend zu hören bekommen würde. Schnuckelpo war genau genommen keine Spur besser. Vielleicht würde er mit Schnuckel-Schwanz wenigstens noch ein bisschen Eindruck schinden können, aber in der Öffentlichkeit konnte sie ihn unmöglich so anreden. Sie schien zu spüren, dass ihm keiner ihrer Vorschläge richtig gefiel und versprach, ich werde weiter darüber nachdenken. Ein leises Lachen kam über seine Lippen. Er öffnete die Augen und sah sie ernst an. Ich liebe dich, Sam. Und ich liebe dich, Garrett Gordon Mortimer, erwiderte sie und schien sich über seinen fast schon finsteren Tonfall zu wundern. Er nickte bedächtig. Wir können das schaffen. Ich werde auf dich aufpassen und dich beschützen, bis du bereit bist, dich wandeln zu lassen. Und ich werde dir helfen, deine Schwestern unter die Haube zu bringen. Und ich werde auch alles andere unternehmen, was nötig ist, damit du dich zu diesem Schritt durchringen kannst. Und ich werde im Gegenzug auch alles tun, um dich zu beschützen, damit dir nichts passiert, gab sie zurück. Mortimer wunderte sich über diese Bemerkung und fragte, »Wie kommst du auf die Idee, dass mich jemand beschützen muss?« »Du bist sowas wie ein Cop, Mortimer«, erklärte sie. »Durch meinen Beruf habe ich oft mit Cops zu tun und ich habe Freunde, die Cops sind. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Die ständige Sorge, du könntest vielleicht nicht mehr nach Hause kommen.« »Nein, nein, nein«, unterbrach er sie und strich ihr eine Strähne aus dem Gesicht. »Nein, Sam, Liebling. Diese Sorge musst du dir nicht machen. Ich bin ein Unsterblicher.« »Du magst ja ein Unsterblicher sein. Aber so wie ich das sehe, heißt das nicht, dass du deswegen auch unsterblich bist«, betonte sie. »Und die Abtrünnigen, die du jagst, sind ebenfalls Unsterbliche. Die wissen, wie sie dich töten können. Nicht wahr?« Er hob verdutzt die Augenbrauen. Von dieser Seite hatte er seine Arbeit noch nie betrachtet. »Also«, sagte sie und legte die Hände an sein Gesicht. »Wir passen aufeinander auf und beschützen uns gegenseitig. Wir schaffen das, Mortimer. Gemeinsam schaffen wir das.« »Ja, gemeinsam«, stimmte er ihr zu und fühlte, wie seine Hoffnung wieder erwachte. Während er sich vorbeugte, um Sam zu küssen, begann er zu überlegen, dass sie es gemeinsam vielleicht wirklich schaffen konnten. Solange sie einander hatten, war einfach alles möglich.« Das war »Lindsey Sands im siebten Himmel mit einem Vampir«. Ins Deutsche übertragen von Ralf Sander. Gelesen von Christiane Marx.